Hallo, hallo, hallo. So, da sind wir wieder. Ich muss kurz alles umändern hier. Käfchen da, Käfchen da, sonst was zu trinken. Die Öse ist mehr in der Stadt unterwegs als alles andere. Wir haben gerade schon im Discord bequatscht, dass wir tatsächlich sehr viel RP zur Zeit machen. Und so andere Projekte so ein bisschen hinten anstehen. Aber naja, so ist es nun mal. Wir müssen dringend was tun. Wie viel Geld hat sie denn jetzt in der Tasche? 52, das ist in Ordnung. Hat sie noch so in der Tasche? Ich habe vorhin erst nachgedruckt und habe es schon vergessen. Wir müssen einkaufen gehen. Weil sie hat halt tatsächlich nur Müll in der Tasche. Aber naja. So. Sonst geht es uns gut. Die Maus macht mich fertig hier. Ich bin jetzt hier irgendwie verklemmt. Warte kurz. Kurz. Ganz kurz. Wir waren vorhin erst online. Deswegen hat Ilse ja die gelten Scheins in der Tasche. Waren drei Stück, ne? Was ich im Kopf habe. Drei Stück. Genau, das hat ja der Polizist hier gesagt. Drei Stück darf sie haben. Ilse hat den Führerschein. Ilse hat den Waffenschein. Ich muss mir den Führerschein nochmal angucken. Ich muss mir den Führerschein nochmal angucken. Führerschein zwei wegen Weiß. Verrückt. So. Dann gucken wir uns immer schnell noch den Waffenschein an, den Ilse ja gekauft hat. Auch sehr schön. Die Ilse hat alles, ne? Moinsatze. Genau. Sollen wir das mal gucken, der vorläufige Führerschein? Sieht auch nicht anders aus, tatsächlich. Nein. Was steht auf San Andreas? Verrückt, verrückt, verrückt. So, genau. Waffenschein hat sie, Führerschein hat sie, bisschen Geld auf dem Konto hat sie, und drei Joints in der Tasche. Nicht schlechter Specht, nicht schlechter Specht. Muss ich noch jetzt gucken, ob er... Ne. Setzt sie mal, oder? Ich fühle mich grad unflüssig. Wir warten mal kurz. Jetzt ist er an. Jetzt ist er aus. Gut. Leon hat geschrieben. So. So. Wollen wir uns gleich mal wieder? Na, das ist doch, ja, ja. Oh, meine Stimme. Hallo. Hallo. Wo hast denn du deine Freunde gelassen? Tja, also bei mir im Bett waren sie nicht. Ja, wir müssen mal kurz an einen, an einen Ort fahren. Ich müsste mir was zu essen besorgen. Machen wir. Wollen wir das letzte Mal mit dem Dominator fahren? Wie, das letzte Mal mit dem Dominator? Der passt doch so gut zu meinen Haaren. Wollen wir das letzte Mal mit dem Karakara? Nee. Nee, der gefällt mir ja noch besser. Wollen wir halt trotzdem das letzte Mal mit dem Karakara? Ja. Warum denn? Aber der ist schon schön groß und so römisch. Müsst du den verkaufen, oder was? Du weißt ja was zu essen, ne? Ja, ich brauch was. Ja, wir wollen was zu essen dann vielleicht. Ja, 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 ja. Kannst du, man darf hier parken? Ich hab doch keine Ahnung, du fährst ja. Park jetzt ja. Da kaufst du einen, ne? Bei dem Dicken. Hallo, was hätten sie gerne, ja? Suppe. Ja. Die schmeckt mir. Das ist mir nur egal, ob das schmeckt. Das kann ihnen nicht egal sein, sie wollen schließlich auch was verkaufen. Kaufen sie meinen Charles, sofort. Das ist mir egal. Lecken sie mich doch, sind sie wohl. Oh, doch, ich hab das gerade. Na, der war aber frech, wahr? So unhöflich, unfassbar. Oh, natürlich. Ist zu. Riese, steig doch jetzt ein. Du musst nicht einsteigen. Doch, ich hab nur nochmal von der Seite geguckt. Oh. Ja, ich muss nochmal hier Reifendruck überprüfen. Ja, ja. Ist so richtig, ne? So, willst du das Auto nicht verkaufen, oder wie? Ja. Werde beide Autos verkauft. Was? Da haben wir ja gar keins mehr. Doch, ein Auto für 40.000. Ja, aber der hier hat doch so schön viel Platz. Ja, das ist richtig. Warum denn gleich später? Wir wissen nicht, wo der Emperor ist, der ist wahrscheinlich nur verwahrstellt. Ja, weil ich da Zeit gekauft hab, wo ich in einer Familie war. Ja. Na und jetzt bist du nicht mehr in einer Familie, oder wie? Ich rückfenne mich. Ich rückfenne mich, nicht wirklich. Drei, du nicht. Ich rückfenne mich. Guck. Bist du jetzt eingeschlafen? Ja, es ist es. Ach so. Ja, es gab wohl irgendeinen Kopf auf dem Körper, der bevor er ausgereist hat, ist alle Autos, die rumstanden, abgeschleppt hat. Und da ich den Emperor jetzt nicht auskaufen konnte vorhin, gehen wir davon aus, dass der abgeschleppt wurde. Da hat's die Batterien, ey. Müsst ja nicht gleich dein Ding rausholen. Oh Gott. So, Leon hat's ihr IC erklärt. Puh, ich geh mal lieber hier, ne? Hier ist angenehmer. Ja, wir sind ja schliesslich keine Rehe. Oh, da ist ne Wand. Das war die Kleist, ja. Willst du dich nicht auch hier rauflehnen? Ne, das ist kalt, da krieg ich nasse Arme. Das ist gar nicht, wie das geht, ne? Das hat man dir nie beigebracht, oder? Was willst du mir denn nur erzählen? Guck mal, ich muss Pipi. Was? Was? Ich muss dann mal Pipi. Ich auch. Hahahaha. Halalalala. Nein, ähm. Es sind einige aus meiner Familie ausgereicht. Ausgereist. Soweit wie ich das heute von Maika erfahren hab. Mhm. Entschuldigung. Ja, und Maika wird der Nächste sein, der ausreist. Warum denn das? Warum reißen denn alle aus? Weiß ich nicht. Weiß halt nicht so, ob ich jetzt die Autos verkaufe und euch dann das Geld gebe. Wie, uns das Geld geben. Müsst du auch ausreißen. Eigentlich nicht. Ehrige Entscheidung. Nur weil mal ein bisschen Schnee liegt, reißen alle gleich aus in wärmere Gefilde. Ne, das ist, äh, diese Stadt ist zu klein für meine Familie. Haben sie gesagt. Ja, es ist, ähm, die Autos verbinde ich halt damit, weißt du. Die Autos hab ich zu der Zeit gekauft, wo ich in der Familie war. Und dann irgendwann da was zu sagen hatte. Oh. Die Autos sind doch sehr schön. Ja, natürlich. Ich glaub nicht, dass ich ausreisen werde, weil ich nicht meine Frau allein lassen werde. Ähm. Wenn ich meinen Dominator verkaufe, dann könnten wir noch einen Feature kaufen. Das stimmt natürlich, das wär auch nicht schlecht. Aber nicht den Großen verkaufen, der ist so schön. Ja, der Große ist aber schon verkauft. War ein Scherz. Doch. Ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Ja, ich hab klar angefangen zu weinen. Aber bei dem Dominator würdest du nicht weinen? Doch. Aber der Sultan ist schneller. Ich lenne ihn ja liebevoll domin. Ja, aber, weißt du, auch eine Domina muss kein Dominator fahren. Hä? Das verstehe ich nicht. Ja, und ich werde mich auch in Zukunft aus illegalen Sachen raushalten. Ja, hast du denn bis jetzt irgendwas illegalistisches gemacht? Ja, und das wundert mich auch, warum die Polizei mich auch jetzt überhaupt angenommen hat. Ja. Meine Akte ist schon ein bisschen größer. Was hast du denn gemacht? Na ja. Den einen anderen Mord vielleicht und, ähm, Hauptüberfälle. Ach du Heiland. Ja, gerne. Warte. Ne, lass ihn bloß drinnen. Hier, gönn dir. Jetzt ist er sehr klein. Ja. Ja, aber im Hotelzimmer war immer ganz groß. Und da ist schon warm jetzt. Und wechseln wir auf das Thema. Ja. Also willst du nicht kriminalistisches mehr machen? Nein, ich, äh, werde mich deutlich ändern, dass ich sehr, sehr ruhig bin, ja. Du und ruhig. Mit'n Herber zusammen, ruhig. Ja, mit'n Herber zusammen. Ja. Ich sehe euch schon einen Gang gründen. Was denn für'n Gang? Sollen wir den gründen, hä? Na, einen Gang, die wohnt im Hut. Ja, ich... Ich erkenne schon einen Gang. Zum Beispiel einen mutigen Gang. Das ist nicht mutig, dass ich also das letzte mal eine Handtasche verkaufen will. Ja. Denk immer dran, sie muss lebendig sein. Und hier... Ja, das ist der Pullergang, ja, den kenn' ich schon. Nee, den kennst du nicht, du kennst den anderen. Den ja kennst du. Das ist der Kacke-Gang. Ja. Ja, und was willst du da jetzt machen beruflich? Was? Was willst du denn da jetzt beruflich machen? Nix. Nix. Bösame. Nix ist nicht viel. Also, ich werde... Weiß ich... Es ist schwierig. Eventuell fang ich auch wieder im Galaxy an, weil... Da kann ich trotzdem arbeiten und wir haben trotzdem viel Zeit miteinander. Weil ich da ja nicht jeden Tag arbeiten muss. Aber das mit dem Dominator steht schon fest, oder? Ja. So, 30%. Nein, weil da kann ich mich einfach rein plumpsen lassen. Ja. Guck mal... Nee, ich verstehe das schon, dass wir den verkaufen müssen. Das ist schon klar. Aber ich bin trotzdem bissl traurig. Wir brauchen auf jeden Fall... Zwei... Zwei Viertüre. Ja. Und mein Emperor ist ja irgendwo... Verschillen. Der sieht eh scheiße aus. Da kann ich mich nicht reinsetzen. Ja, das stimmt. Ja. Schön ist er nicht. Das ist nur so ein Notauto. Aber, sag mal, für eine Fahranfängerin und für eine... Naja... Sehr junge Dame fährst du aber sehr schnell. Das stimmt überhaupt nicht. Nicht? Heute mit dem Quad bin ich sehr, sehr ordentlich gefahren. Ja, aber sonst... Ja, das... Das macht ja auch Spaß. Weißt du, wenn man hier runter springt, überall leben das? Ich hab jetzt keine Lust, die Medik zu rufen. Alles nicht. Wie spät haben wir's? Ja, soll ich denn das wissen? Seh ich also wie in der FC Uhr? Naja. In der Kirchen Uhr. 1824 ist es. Okay. Ich bin vieles aber nicht in der Kirche. Wir können ja mal zum Auto hin. Dann zeig ich dir mal das Auto. Aber nicht durch Zufall der Buffalo. Nee, der Buffalo tut er nicht. Den könnten wir aber auch allerdings kaufen. Der kostet nur 30.000. Nummer sagt er einfach so. Dafür können wir den Dominator behalten. Das ist gar nicht so doof. Dann hätten wir zwei Piatürer und den Dominator. Man kann ne... Man kann ne Anzahlung von 15.000 machen. Hab ich nicht. Wie viel... Du hast 7.000, ne? Ja, ungefähr. Ich glaub 6.000 oder sowas. Ich hab 11.000. Weil man muss 50% anzahlen. Ja, wir müssten ja bloß ein bisschen schaffen gehen und schon könnten wir uns dann sogar leißen. Ja, aber das ist halt nicht eng. Aber die Engfarbe, das ist ja egal, ne? Was ist eine Gangfarbe? Nix. Den hat er nicht verstanden, meinen Anschaffner. Na, der gibt's doch bestimmt auch in ner anderen Farbe. Der ist gebraucht. Den kann man omla crenen lassen für 5... Der orange... ...der orange schnee äh... ...Puffalo. Aber Farbe ist Farbe, ist doch eigentlich scheißegal, oder nicht? Ja. Solang's kein Green ist, Green find ich hässlich. Jo. Gucken wir uns mal ein paar Autos an. Und dann wäre er noch immer entscheidend. Join? Was will ich? Was will ich? Ob ich ihn schön will, immer. Ja, meine ich. Hast du ihn? Ich hab 30. Uiuiuiuiui. Der Rote ist auch schön. Da ist der Buffalo. Den hier meinst du, ne? Den mein ich, genau. Hast du 30.000? Der ist wirklich schön. Also 33.000, aber man kann den bestimmt noch bis 30.000 runterhandeln. Das krieg ich hin. Da ist der hier so breit. Da ist aber kein Fehltyper. Wir brauchen halt wirklich Fehltyper. Uff. Uff. Henry. Henry, ja da, hallo. Hallo Ilse. Hi. Na, guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin schon. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin hier am Hotel, ja. Ja. Du kannst ja kein Auto fahren, ne? Da holen wir dich lieber ab. Na, ich trau mich schon, aber ich glaube, ich habe überhaupt keinen Schlüssel dabei. Ach so, du hast keinen Schlüssel. Na, das ist natürlich ungezieht. Dann holen wir dich gleich ab. Ich gehe schon mal gucken, ob ich nicht vielleicht noch einen Zweitschlüssel dabei habe, ja? Ja, mach das. Dann kannst du dich ja nochmal melden, wenn du einen Zweitschlüssel hast. Weißt du, wo das Autohaus ist, wo wir sind? Ja, das mache ich. Ne, ich habe keine Ahnung. Herbert hat den Zweitschlüssel gehabt. Ne, du hast wahrscheinlich keinen Schlüssel. Der Herbert ist ja vorhin mit der Karre gefahren. Ja, der hat wohl den Zweitschlüssel gerade. Wir holen dich einfach ab, ja? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Sonst könnten wir uns den heute holen, einfach. Weil man kann eine Anzahlung machen. Sehr schön. Der ist wirklich sehr schön. Lass erstmal die Henrietta abholen. Ja, die soll auch immer was dem Auto sagen. Der wird mir sehr gut stehen. Hi, kann ich euch helfen? Wir kommen gleich nochmal wieder, welchen den Buffalo? Buffalo. Menischer. Könnte der Kollege Ihnen da schon einen Preis sagen? Scheiße. Ich weiß nicht, wir können ja darüber dann reden. Wir holen nur schnell eine Freundin ab, was die zu dem Auto sagt. Und dann kommen wir wieder. Ja, machen sie das. Alles klar. Wir sind hier. Bis gleich. Der rote gefällt mir mehr hier rechts. Der rote? Ja, ja, der ist auch schön. Weiß sind zwei Türen. Das nützt uns ja nicht. Warum schreibt man denn das Buffalo, wenn's Buffalo gesprochen wird? Ich hab keine Ahnung, wie da geschrieben wird. Ich hab keine Ahnung, wie da geschrieben wird. Ja, doch, doch. Für den Herbert, weil der ist ein bisschen kleiner. Das ist der Wickeltisch, den du meinst. Hä? Das ist ein Wickeltisch für den Herbert. Da ist er doch schon. Ne, wo ist er denn, die Henrietta? Ach, da am Parkplatz. Angst bekommen, wa? Hallo, Henrietta. Hallo. Ach, du sitzt da hinten. Na, da bin ich ja froh, dass ich nicht hinten eingestiegen bin aus Versehen. Ne, ne, ich hab mich heute mal hinten hingesetzt. Was denn? Sag mal, gibt's eigentlich noch ein günstiges Auto mit, äh, mehr... Vier Sitzer, ja, 30.000. Ah, okay, dann sparen wir wohl noch ein bisschen. Ach, das können wir eigentlich schon holen. Na ja, aber wir ja nicht. Ich will den Buffalo haben. Wenn wir zusammenlegen, dann geht das bestimmt. Ist auch so. Da sind wir schon wieder. Hallo. War das gerade, wer hier redet? War das gerade, wer hier redet? Guck dir diesen Buffalo an. Der ist so schön. Der sieht schick aus, ja. Ich glaube, der Herr will zu Ihnen. Ist nicht so ernst, wir sind keine zwei Sekunden hier. Oh, und schon kommen die Bullen. Was ist denn passiert? Ach, hier ist ja nicht hin. Guck mal, die Bullen. Ich weiß jetzt, aber das nützt uns halt nix. Wo kommt... Hä? Was ist denn jetzt los? Äh, die... Ihr müsst die Handbremse von einem Auto wohl nochmal kurz ziehen. Ach so. Das ist ein Stück nach hinten gerollt, glaube ich. Was würde denn der Buffalo kosten? Äh, der Buffalo liegt bei 33.000. Oh jeiuiui. Haben Sie vielleicht ein Auto für 5.000? Auch schon, ja. Aktuell... Ich hab mir schon wieder Bußgeld gegeben, Ilse. Ist nicht. Aktuell leider nicht. Na gut, da muss ich wohl noch was sparen. Ilse, was... ähm... 33.000 kostet der Buffalo. Kann man da nicht was am Preis machen? Da haben wir leider nicht viel Spielraum. Weil... Mir wurde der schon mal für... äh... Vom Back für 30.000 schon mal angeboten. Ja. Ist auch was wir an... 30.000 Ilse. 30.000? Die hab ich jetzt auch nicht. Äh. Aber man kann, glaube ich, anders zahlen. Ich weiß nur nicht wieviel Prozent. Der leasste sich bei uns leasen, ja. Ja. Aber ich... Ich weiß nicht, was für eine Prozentzahl man da anzahlen muss. Und... äh... Der wird dann halt auch teurer. Weil... Wenn der geleased wird, geht der auf jeden Fall für 33.000 weg. Und dann kommen noch die Zinsen... Fragen oben drauf. Sicher? Weil Back hat mir mal gesagt, dass trotzdem für 30.000 auch geleased werden kann. Irgendwo, die ich hab... Sieht jetzt anders aus, äh... Wenn Back das allerdings so angeboten hat... Dann... ...müsste das in dem Fall dann der Back am besten auch entscheiden. Der werde ich übrigens nicht in sein Angebot reingrätschen, ja? Alles gut. Aber was... Und der rote, der da hinten steht, was würde denn der kosten? Wieso? Ja, ich frag ja nur, weil der so schick ist. Kannst du gar nicht mit dem Auto umgehen? Im Gegensatz zu dir hatte ich heute keine drei Unfälle. Also wortlich ein Unfall. Drei Unfälle hatte du? Der Herbert hatte einen Unfall. Und wir lagen auf dem Dach. Ja. Was? Das erzählen wir dir nachher. Glaub mir, wir hatten heute Stammkündschaft beim OCLS. Und Polizei. Wir kriegen bald eine Stempelkarte. Bei der Polizei, nicht vergessen. Ja, schön. Und bei der Polizei, ja. Das Auto da hinten, das wäre übrigens was für ein Herbert, glaub ich. Das Grüne, meinst du? Was da so schreck steht? Ja, aber da hab ich ein besseres Auto für Herbert. Ja. Na, das hier ist vielleicht auch ein bisschen schnell. Ja. Ja, Drafter liegt halt nochmal weit über dem Wachlo. Wie weit? Er müsste bei... Blüben... 95.000 Blüben. Ach du Heiland. Uiuiui. Das ist ein Haus. Kann man in dem dann auch wohnen? Ähm... Ne, dafür ist der, glaub ich, ein bisschen zu klein. Tatsächlich. Oh, ich möchte den Bubalu haben. Ich find den so schön. Ja, also dann gehen wir arbeiten. Ähm... Weißt du wann Beck heute da ist? Ähm... Ne, leider nicht. Da hab ich leider aktuell keine Info. Naja, gut. Dann kommen wir sonst später nochmal. Jo. Ja, ne. Ist Jackson noch da? Ähm... Sollte drüben rumstehen, ja. Ja. Nicht den Bubalu verkaufen. Hey, der ist jetzt reserviert. Den kann man doch für 24 Stunden reservieren, oder? Das ist richtig. Ja, dann machen wir das. Dann bräuchte ich nur nen Ausweis. Jo. Kriegen sie von mir. Der ist so schön. Willst du den dann umlackieren lassen? Ne. Ne. Das ist doch eine spritzische Farbe und umlackieren ist so teuer. So eine Spritzfarbe, ja. Na, aber Rot oder Pink wäre ja noch schöner. Pink. Ja, das können wir dann machen. Da lackieren wir den Pink. Gut, dann hab ich den auf den, ähm, Leon Black jetzt. Das würde bestimmt auch gut aussehen. Ganz klar. Jo. Da würde der Leon direkt nochmal lieber mit uns mitfahren. Äh, die Farbe ist mir eigentlich relativ. Egal ob pink oder rosa. Siehste? Der müsste sicher sein. Na dann. Aber Ilse, da mach ich jedes Auto von mir pink. Du meinet welchen, wenn dir das gefällt? Ich fänd das schön. Ilse, was ist denn ne Farbe, die du überhaupt nicht magst? Überhaupt nicht, mag ich schwarz. Gut. Ja, dann lass ich den schwarz. Eh, dann kann ich den ja auch verkaufen hier. Nein. Siehst du? Geh du nach vorne. Mensch, die Beine müssen doch beide drin sein. Ach. Henrietta, was hast du denn heute noch so vor? Wir können einen Lässe fuchsen. Ja, einen Lässe. Das wär doch nie. Ja. Mensch, hier hätten wir ja auch hinlaufen können. Na, wir fahren überall hin, offensichtlich. Wo müssen wir denn dann hin? Ein Auto zeigt für, ähm, Herbert. Ja, dann zeig mal. Hey, er ist mir jemand. Gut, dass der Herbert nicht hier ist. Der wird den kaputt machen. Als erstes den. Was würde Joseph kaputt machen? Ne, der Herbert würde den Schneemann kaputt machen, der da vorne steht. Ach so. Ja, ja, der ist immer bissl... Krammelditsch, sagt man bei uns. Ja. Habe ich auch schon kennengelernt. Ja, das war der verwirrte Mann. Mhm. Bei ihm gibt's die Lesnet-Code. Ist das richtig? Bei Jackson wo? Bei mir nicht, ne. Und Jackson ist... Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ähm, wo ist er denn? Hm. Hat sein Handy wohl geradeaus. Weiß ich nicht, wie viel er mal hat. Ja, dann kommen wir sonst später nochmal. Ja, ja. Vorhin die ganzen Fahrzeuge hier geliefert gekriegt und hat die aufgestellt. Das sind die ganzen Wagen, die jetzt gestern... hier im Staat eingetroffen sind. Wir haben heute unsere Lieferung gekriegt. Guck mal. Die sind wahrscheinlich auch alle außerhalb unserer Preisklasse. Wie teuer wird dieses Auto da sein? 24.000. Das hier? Ja, ja, der hier vorne, der kleine. Ja. Ist das hier ein Hausfrauenauto? Da hast du vorne den Staubsauger dran, ja. Ja eben, die Staubsauger sind echt praktisch. Ja. Wenn man da Staub mit aufsaugt, dann ist der Wagen... fährt der Wagen nach 10 Minuten nicht mehr. Na denn, sie funktionieren die Staubsauger aber nicht so gut. Ähm, wie teuer ist denn da der... der Viertümer? Äh, da ist... Ich guck mal, das halte ich aus dem Kopf nämlich nicht. Ich möchte einen Buffalo. Nee, für den Herbert. Ach so, ja. Das ist zu groß für den. Der Wagen würde schon 74.000 kosten. Weil's ein Klassik ist. Für so ein kleines Auto? Naja, ist ein Viertümer, ne? Wird das von selbst? Ja, aber der hat ja noch nicht mal Staubsauger. Okay. Wir brauchen eigentlich für den Herbert das langsamste Auto, was es in der Storte gibt. Ein Fahrrad. Ach, Fahrrad ist relativ schnell. Ich bin schon mit nem Fahrrad 80 Stundenkilometer gefahren, ne? Außerdem fällt der damit nur um. Wir brauchen irgendwas, was am besten fast rückwärts fährt. Freirad. Ne, das... Ne, ich überleg gerade auch, was da was gibt, was wirklich zu langsam ist. So 10 kmh würden völlig ausreichen für den. Ja, dann doch ein Fahrrad. Gibt's kein Bobbycar vielleicht? Ne, es gibt nur ganz ganz kleine Fahrzeuge, aber kein Bobbycar. Mhm. Okay. Gut. Ich glaub das langsamste, was ich kenne ist... Ist so, weil wir dann arbeiten gehen. Ich bin ein Buffalo, dann haben wir den heute Abend. Ja, wie gesagt, der steht drüben. Ja, das haben wir gesehen. Ja, der hat ja... Der hat ja... Der wurde schon gereserviert, ja. Mhm, das sehe ich gerade. Bis morgen Abend. Ja. Ja, bei Buffalo sind Autos, was dann eher mal weg geht. Deswegen... Gibt's da keine unlimitierte Reservierung wie bei anderen Autos. Aber ich will den unbedingt haben. Ja, dann geh mal jetzt arbeiten. Ja, jetzt hätt's mich doch nicht, so alte Frau ist GD-Zug. Warte, ich hol dir mal Geld. Hab ich das richtig verstanden? Er holt mir Geld. Dann warte ich noch ein bisschen. Zum Arbeiten? Wieso holt er dir denn Geld zum Arbeiten? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich fürs Arbeiten dann nochmal extra bezahlt werde, hab ich auch nicht den Käse. Ja, das verstehe ich. Ähm, danke. Ich geh's am besten einzahlen. Ja, besser ist. Ja. Weil das Auto, das würde dann über deine Papiere laufen, oder nicht? Och ne, das wäre ja zauberhaft. Ja, machen wir so. Dann zahl wir das Geld ein und dann guck mal wie viel du da noch hast. Oder wie viel die da noch fehlen. Ach, weißt du jetzt als Escort-Dame für den Leon? Wie bitte? Ob die Ilse jetzt deine Escort-Dame ist? Ne, wieso? Wie viel kostet dort 30.000, ne? Ja. Dann fehlen mir noch 13.000. Dann haben sich ja die 11.000 mal gelohnt, wa? Ja. Allerdings. 13.000 müssten wir doch eigentlich zusammenkriechen, oder nicht? Ja. Dann können wir jetzt ein bisschen ranklotzen. Ja. Na, ich könnte dir auch noch was dazugeben, Ilse. Na, musst du nicht. Nur weil ich mir unbedingt... Na, du musst natürlich dann immer mitnehmen, aber das machst du ja sowieso. Das mache ich sogar sehr gerne. Und für so eine gute Freundin, da gebe ich auch was dazu. Ach, Henrietta. Das ist so lieb von dir. Das ist ja nett. Dann wollen wir ein bisschen ranklotzen? Ja. Aber eine Bedingung hätte ich dafür, wenn du was von mir bekommst. Ja. Der Herbert bekommt den Schlüssel nicht. Ne, der Herbert bekommt den Schlüssel nicht. Okay. Dann lass uns mal arbeiten. Nicht nach dem heutigen Tag, ey. Arrlich nicht. Ilse, oder ich verkauf meinen Dominator, dann können wir den Buffalo sofort mitnehmen. Nee, wir gehen jetzt arbeiten. Den Dominator mag ich auch. Dominator würde ich trotzdem verkaufen. Wollen wir jetzt vielleicht gleich mit zwei Autos fahren? Ähm. Ja, wenn... Ähm. Ähm. Wie heißt du nochmal? Henrietta. Immer. Ach, hast du auch einen Spitznamen? Schreib's dir doch mal auf, Leon. Hast du auch einen Spitznamen? Das ist doch nicht wahr. Du bist so viel jünger als wir und so vergesslich. Hast du einen Spitznamen vielleicht? Na, Henni könntest du sagen. Henni, ja. Henni kann ich mir besser merken, ja. Wie die junge Frau im Stadtpark. Äh, ich gebe dir mal einen Schlüssel von meinem Fahrzeug. Ich kann mal mit zwei Fahrzeugen fahren. Bitteschön. Hier. Danke. Kannst du das, äh, Henrietta, mit dem Auto fahren? Traust du dir das zu? Ach doch. Ja. Oder soll ich lieber fahren? Wenn's kaputt geht, dann nicht schlimm, dann soll ich das. Na, wenn der Leon meint, das wär nicht so schlimm, wenn das kaputt geht, dann wird das schon gehen. Okay, ja, dann fahren wir dich mal zur Garage. Bis dann in der Garage sein. Und dann fahren wir mal ein bisschen Schrott sammeln. Fass uns dann hinterher. Ja. Einfach mache ich. Oder wie wollt ihr das machen? Ja, das mache ich. Okay, machen wir so. Ja. Und wenn ich nen Unfall baue, dann rufe ich an und dann kommt ihr einfach zurück. Ja, wir, äh, bleiben sehr nah vor dir. Keine Sorge. Ich werde auf nen Rückspiegel achten. Okay. 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 Du, ist auf. Ist auf? Ja, ist auf. Ja. Du hast keine Probleme mit dem Einsteigen. Das ist sehr schwieriger. Willst du mal zu ... äh, müsst du mal k.. Henrietta, der macht richtig Spaß. Ich sag's dir. Immer schön Vollgas geben. Dann lässt er sich am besten fahren. Der macht wirklich Spaß. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja, ich kann ihr ja wohl schlecht ein Fahrrad geben, oder? Ja, aber ich hätte vielleicht fahren sollen. Ich würde, dass meine Frau neben mir sitzt. Siehste, es scheitert schon am Schlüssel reinstecken. Bei dem Schlüssel musst du drücken. Und als Fahrer einsteigen. Der Beifahrersitz ist auch sehr bequem. Oh, je, je. Vorsichtig, lieber. Macht der Henry da keine Angst. Warte, wie fährt sie denn damit? Ja, ich sage doch, vielleicht wäre es besser gewesen. Ich wäre gefordert. War nicht so schnell, die Henrietta schafft das nicht. Warte. Ui, jetzt ist sie irgendwo abgebogen. Hä? Ja, ich habe sie auch mit oben. Hast du das auch? Ja, ich habe auch gedacht, sie wäre jetzt falsch auf die Baustelle geformt. Was machst denn du? Was? Sie fährt mit dem dummen Hefter nach oben, du warst. Ja, sie fährt ja halt hinterher, ne? Wie ist da vorne gegengefahren? Geht's dir gut, Henrietta? Alles in Ordnung? Kann das sein, dass du vorhin gegen eine Wand gefahren bist? Nee, du bist gegen eine Wand gefahren. Und dann hast du gerichtet. Ja, und ja, ja. Kann gut sein, ja. Na, jetzt komme ich dran. Häse, wo sammelst du denn den Müll? Der Luft? Das frage ich mich bei dir auch. Häse, wo sammelst du denn den Müll? Und der geht da ladenzwitter, Louis. Hei, hei, den muss der aber jeden Zeichen, ne? Ich muss mal mal das Auto hier durchschicken. Guck mal, ob da Müll bei ist. Oh, was ist das in dir? Hast du eine leere Autobatterie gefunden? Nee. Nix habe ich gefunden. Müll. Müll. Ja, und jetzt schaust du den Damen beim Arbeiten zu. Sieht aber so beschreutert aus. Oh, Mann, 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 Mann. Ich erbrauche den Gestank nur für den Buffalo. Buffalo? Buffalo. Hallo? Aber bei dir riecht es auch immer noch besser als bei uns gerade. Ja. Äh, was ich gesagt habe, ich habe gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn das heute mit dem Buffalo noch klappt. Und wenn die Ilse dann einfach ein eigenes, cooles Fahrzeug hat. Willse, wenn vielleicht später nochmal der Herbert aus dem Hotel kommt, dann kannst du ihm ja viel nach Geld fragen, der hat ja immerhin jetzt 15.000. Wie, der hat 15.000? Ja, ich habe ihm mal 15.000 gegeben. Du gibst dem 15.000? Du hast doch gesagt, ich soll ihm ein bisschen Geld geben. Ja, aber doch keine 15.000, der weiß doch gar nicht, was er damit anfangen soll. Ja, der könnte sich einen Neuwagen holen. Leon, bist du Mary Poppins? Nein, so? Na, die holt auch immer mehr aus ihrer Tasche. Der Herbert kauft sich bloß ein paar Stituierte davon. So, und hätte ich ihm die 15.000 nicht gegeben, hätten wir schon den Buffalo kaufen können. Buff, Alu. Buff, Alu. Ist der eigentlich aus Alu? Nee, ich glaube nicht, dass der aus Alu ist. Ja, aber der fährt ziemlich schnell. Beim Fahren macht der bestimmt auch mal Buff, Buff, Buff. Wahrscheinlich, ja, ja. So wie der Dominator da. Der ist so schön, der Dominator. Gibt es denn nicht auch einen Film über dieses Auto? Es gibt sogar Einrichtungen, wo Dominatoren drin sind. Aber Ese, selbst wenn du dann ein Buffalo hast und ein Futura, werde ich den trotzdem verkaufen und ein Futura davon holen. Der arme Dominator. Ach. Dabei steht der mir so gut. Leon? Ja? Sagst du bitte einmal meinen Namen? Henni? Hanni? Naja, fast. Na, aus Honig bin ich nicht. Ach. Solange auch nicht Henni ist auch, ist ja alles in Ordnung. Na, es kommt bestimmt als nächstes. Henrita, glaube ich, war das. Henrita? Na, ich komme doch nicht aus der Dominikanischen Republik. Ach, keine Ahnung. Henrita. Henrita, ja. Wo ist denn eigentlich dein Mann heute, Henrita? Der wollte sich noch ein bisschen entspannen im Hotel, der meditiert ein bisschen. Ach so, na ja, klar. Ja, das hätten wir heute auch gebraucht, nachdem der Herbert wieder gefahren ist. Ach so, Else, aber die halbe Stunde, die war ja lang, wa? Ja, ich bin halt eingeschlagen. Okay. Leon, geht's dir gut? Ja. Ja. Huch, wo ist denn hier die Henrita hin? Ne, ums Eck, bestimmt mal auf die Lette. Pack bitte dein Ding wieder ein. Was denn für ein Ding? Ne, dein Ding, was du in der Hand hast. Hä? Ich glaube, ich muss auch mal auf die Lette. Ne, warte, so? Müsste besser sein? Ja, ist besser. Ja, aber was hast du denn da so schön in der Luft? Dasselbe könnte ich dich auch fragen. Wieso? Na ja, ich sage mal so, Dinge geschehen hier. Ah ne, ich habe doch vorhin gleich die Mülltonne gestreift. Vielleicht ist sie einfach ein Stück nach vorne gut. Ach so, ja, ja. Willst du den Buffalo heute Abend noch haben? Ja, den hätte ich schon gern heute Abend noch, wenn wir das zusammengrischen. Dann würde ich mich drüber freuen. Ja, das kann man machen, ja. Das ist noch nicht die schönste Arbeit. Aber was tut man nicht alles für einen Buffalo? Ja, stimmt. Oh, ich habe hier was gefunden. Ich habe irgendwie was an den Augen. Das ist genauso orange wie der Buffalo. Eieiei, ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich habe was an den Augen. Siehst du mich, Henrietta? Ja, dich schon. Das ist gut. Aber hier ist keine Mülltonne. Ja, dann solltest du vielleicht noch mal ein bisschen Schnee in die Augen rein. Ja, das mag ich. Müllsam ist halt echt ultra langweilig, ne? Gefunden. Sehr schön. Das macht es auch gleich viel einfacher, ne? Den Leon Müll sammeln zu langweilig? Ne, ich glaube, der Leon packt das Zeug ins Auto. Achso, ich dachte schon, der spielt nur gerne mit den Autos. Ich glaube, vielleicht probiert er auch, ob die Kofferraumklappe auf und zu geht. Ja, das ist ja wichtig, ne? Das muss es schon funktionieren. Ich habe mir gar nicht aufgefallen, dass sie gar keine Lachen überall rumlaufen. Das ist furchtbar. Ja, da darf man nicht drauf achten. Ne, also das Hühner sammeln, das macht, äh, Hühner sammeln, sage ich schon. Das Hühner fangen macht mir auch mehr Spaß. Hm, auch wenn das auch ein bisschen stinkt, aber nicht so schlimm wie das hier. Ja, ja. Aber die Mülltrennung ist auch wichtig, ne? Da achtet keiner. Ich muss nochmal kurz ins Hotel, ne? Ja, ist in Ordnung. Musst du nochmal duschen? Ja, ganz, ganz kurz. So 20 Minuten. Kannst du mir, habe ich den Schlüssel? Leon? Äh, zu haben. Ja, sonst habe ich hier noch einen dritten Schlüssel, ich gebe ihm den. Ja, nicht, dass ich dann nicht mehr wegkomme hier. Mit euren Rädern da, und dann hängen wir auch im Müll. Dankeschön. Oh. Mensch, da habe ich jetzt kurz einen Schreck bekommen. Ach, der schöne Dominator, da gefällt mir auch so gut. Weißt du eigentlich, wie Wahlgesänge klingen? Wahlgesänge? Nee. So machen die immer. Kannst du das nochmal machen? Moment. Auuu. Weißt du jetzt, wie die klingen? Ja, das klingt sehr schön. Dann musst du den Harald mal fragen. Vielleicht kann er dir die CD mal ausleihen. Die Wahlgesangst-CD? Genau. Ja. Da frage ich den mal. Hast du schon mal meditiert? Nee, noch nie. Dafür bin ich immer viel zu hüppelig. Ja, ich auch. Ich kann dann immer nicht still sitzen. Ja, und dann verknotest du dir so die Beine, das tut ja weh. Ja, und dann schlafen die Füße ein. Ganz fürchterlich. Also, ich kann mich da nicht entspannen. Nee, ich mich auch nicht. Vor allen Dingen bin ich dann ja immer neugierig, noch, was da so abgeht in der Umgebung. So, da hängen wir nur alleine mit dem Kopf im Müll. Ja. Da lässt der Mann uns arbeiten einfach. Der hat mir gerade 11.000 Dollar gegeben. Ich sag's dir, der ist Mary Poppins. Das kann sein. Wir haben vor uns, haben wir am Pier kurz geredet. Und hat er mir erzählt, von seiner Familie reisen viele jetzt aus. Wo wollen die denn hin? Ich weiß es nicht. Ich hab auch gesagt, nur weil hier eh mal Schnee liegt, da müssen sie doch nicht gleich abhauen. Ja, manche Leute. Ich meine, der Schnee geht doch auch wieder weg, ne? Da bleibt ja nicht schon. Ja, hoffen wir es mal. Na, irgendwann ist ja wieder Sommer. Eigentlich schon. Wollen wir jetzt noch was ins Auto packen oder packen wir uns bloß die Taschen voll und fahren dann erst mal wieder zum Verkäufer? Na, ich würd sagen, wir packen uns die Taschen nur voll. Seh ich auch so nicht, dass uns noch jemand überfallen tut. Ja, aber vielleicht sollten wir mal Rucksäcke holen. Ich hab den Rucksack und soll ich dir was sagen? Die Rucksäcke haben alle eine Fehlherstellung. Die kriegst du nicht einen, kriegst du auf. Ist nicht wahr. Ach, jetzt ruft der Leon an. Das waren aber noch keine 20 Minuten. Das waren aber noch keine 20 Minuten. Ne, aber es gibt schlechte Nachrichten. Die haben vergessen, den Buffalo wirklich zu reservieren und jetzt ist der verkauft. Ne, der hat doch heute gesagt, der ist reserviert. Ja, dachte ich auch. Ich habe hier gerade mit dem Chef gesprochen, ob man vielleicht noch was am Preis machen kann. Und dann sagte der, ja, ist schon verkauft. Was soll ich da zu nur sagen? Was soll ich denn? Aber wir können ja trotzdem weiter Geld machen. Weil ein neuer Buffalo kostet 35.000. Ja, dann machen wir das halt so. Ja. Also, eigentlich 40.000, aber ich habe bis 35.000 untergehandelt. Neu waren. Ja, gut. Ach, ist das schade jetzt. Ach ja. Du gehst jetzt erst nochmal ins Hotel, oder wie? Ja. Okay. Aber ich wollte das nochmal Bescheid sagen, weil ich das da gerade die Buffalo wegfahren sehen habe. Ja, dankeschön. Ja. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, mein Laun ist jetzt auch im Keller. Naja, das lässt sich nicht ändern. Alles klar. Dann bis 20 Minuten. Bis nachher. Ja, ciao. Was ist denn los? Die Trottel haben den Buffalo verkauft. Was? Ja. So ärgerlich. Er war jetzt gerade nochmal schnell dort, weil er gesehen hat, dass der gerade weggefahren ist. Und der hat aber gesagt, in den Neuwaren täten wir auch für 35.000 kriegen. Aber der hat doch nur 33.000 gekostet. Das war ja auch ein Gebrauchter. Na, da musst du dich aber nochmal beschweren. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Wir haben den extra reserviert. Ja, dann sollen sie so eine Reservation gar nicht erst machen. Ja, also welchen die Rucksäcke nochmal? Ich war dort. Und da klemmen die Reißverschlüsse bei allen Rucksäcken. Da kannst du nichts machen mit den Dingen. Jetzt habe ich zwar eben, aber es nützt mir nicht. Das ist ja doof. Ich glaube auch nicht, dass sie ihn verkauft haben. Den müsstest du eigentlich auch wieder umtauschen, aber war bestimmt reduziert oder so ein Quatsch, ne? Ja, ja, war extra reduziert. 2 zum Preis von einem und so. Und ich habe trotzdem noch einen genommen. Naja. Du hast aber jetzt nicht einen zum Preis von 2 genommen, oder? Nein, nein. Ich habe schon einen zum Preis von einem genommen, weil es gab ja zwei zum Preis von einem und das habe ich gesagt, einen zweiten brauche ich nicht. Ach so, okay. Hä? Manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe Geister. Nicht nur du. Hast du etwa auch gerade den Geist vom Leon gesehen? Ja, ich war auch gerade ganz verwirrt, aber naja. Das ist wahrscheinlich der Müllgeruch. Den verbrachen wir nicht so. Ja, und dann in unserem Alter auch noch. Eben, das ist ja alles. Ach. Ist das wieder ein Geist? Autos beim ACLS. Ich hatte gerade einen Unfall. Mein Laune ist so im Keller und du musst mal mit mir reden, Ilse. Kann ich nicht verstehen. Hab ich nicht gerade eine Autopäne gehört? Ich habe ja auch nichts gesagt. Wie? Ähm, Ilse, komm mal mit. Ich habe was in meiner Hosentasche, das siehst du dir einmal kurz über dem Kopf, ja? Bitteschön. Willst du mitkommen? Ich glaube nicht. Wenn du die hätte? Doch, kannst du gerne machen. Nein, nein, ich mag den Müll. Okay, ja, dann komm mit, Ilse. Wohin? Nicht sehr nüscht. Ach so, ja komm, ich halte dich an deinen Arm. Wenn ich jetzt irgendwo in den Wasser plumpse, musst du mich aber wieder rausziehen. Äh. Ja, was würdest du zahlen? Endquiz. Ja. Lauf, Kante. Eieieieiei. Oh. Lauf, ich steck dir jetzt mal... Gib mal deine Hand. Ich werde dir jetzt mal einen Schlüssel zustecken. Bitteschön. Und du kannst das vom Kopf abmachen. Eieieieiei. Du hast mich veräppelt. Wo hast du denn jetzt geklaut? Ja, den habe ich gekauft. Wie, du hast denn gekauft? Ja. Und ich habe noch 15.000 Bücken. Hast du jetzt gerade den Dominator verkauft, oder wie? Ach, darf ich mich mal reinsetzen? Ja, du kannst ja mal vorne zu deiner Freundin hinfahren. Du kannst ja die Henrietta mal nachfangen, wenn sie mitkommen möchte. Du kannst ja die Henrietta mal nachfangen. Ja, ey, 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 ey! Entschuldigung. Du willst jetzt eine Fahnwegerin, da bitte nicht übertreiben, ja? Kannst du ruhig schon ein bisschen durchdrücken. Hup mal. Kannst ruhig noch vorfahren, ne? Da ist noch Platz und kannst ja mal ein bisschen hupen. Vielleicht erschreckst du dich ja. Aber wer hupt denn hier? Stell dich mal direkt neben ihr und hup mal. Eieieiei, guck mal. Was ist denn hier los? Guck mal, wie schön der ist. Ja, dann fahr mal ne Runde. Wo hast du den denn jetzt gefunden? Ich hab den gekauft. Und den Dominator. Da. Ja, Kau. Ja, das ist verkauft. Und ich hab noch 15.000 für den Buffalo bekommen. Wie hast denn das angestellt? Ich hab mal einen Dominator verkauft. Ach so. Ja, das ergibt den. Um ne, um ne Freude an Ilse zu machen. Ja. Uiuiuiuiui. Ah ja. Sehr gut. Welcher Tank dann für dich, ne? Ach, du bist so lieb zu mir. Na, das hast du auch verdient Ilse. Ach, das ist ne Überraschung. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Ja, ne? Mach mal die Motorhaube auf. Mal nachgucken. Boah. Ja. Der blubbert. Das ist aber nicht so gut, oder? Da ist ein Grill in deinem Motor. Na, da können wir auch noch ein Würstchen machen. Na prima. Du, äh, Ilse? Ja? Ja. Hast du die Motorhaube wieder zugemacht? Nee. Die Motorhaube passiert. Du siehst das auch, ja? Was ist damit passiert denn? Was habt ihr denn? Ich hab sie gerade wieder zugemacht. Ist doch alles in Ordnung. Steigst du mal bitte kurz aus. Die Motorhaube liegt da. Ich würde sagen, den bringen wir zurück. Der ist ja defekt. Haha. Ich weiß nicht, von was ihr redet, ehrlich gesagt. War man nochmal auf und zu? Hast du schon getankt? Ja. Ja, ein dicker Motor auf jeden Fall. Also ich würde ihn zurückbringen. Auf und zu. Ist doch alles in Ordnung mit dem Auto. Ja, dann fahr ruhig. Na, wenn du das sagst. Und dann auch einen schön großen Kofferraum. Ist der so groß wie der Motorraum? Ja. Ja. Ja, da passen bestimmt ein paar Lieder rein. So. Ich muss es probieren. Es tut mir leid. Und? War ein schlechter Kauf, Ilse? Nee. Das ist traumhaft schön. Nein. Dann schenken wir den Herbert, oder? Nee. Haha. Fahr nicht so schnell. Du hast das Auto nicht unter Kontrolle. Ich hab viele Dinge nicht unter Kontrolle. Sorge ich dir. Du musst rechts fahren. Oh. Und? Wie schnell fährt er? Schnell. Nur schnell. Was sagt der Taro? 180. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Wenn man da noch Ship-Tuning dran macht, dann fährt er 200. Ei, 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 ei. Darf man denn 200 fahren? Auf my way ja. In der Stadt nicht. Ach so, ja dann. Also kann man aber, darf man nicht. Du Leon? Ja? Kannst du einmal meinen Namen sagen? Henrietta? Ja! Da hast du mir jetzt auch ne Freude mit gemacht. Ja. Aber ich glaube, ich frag dich heute noch für Sicherheit ein paar Mal. Ja, mach nix. Ich hab's mir auf meine Hand geschrieben. Ich liebe das Auto jetzt schon. Das ist voll geil. Ich hätte nur gern die Papiere. Willst du? Ja? Willst du noch arbeiten gehen? Ja, ja. Wir müssen wieder zurück. Ich weiß nur nicht, wo es lang geht. Ja, naja. Kannst du das? Ich brauch nicht mehr. Ja, aber willst du denn jetzt noch arbeiten? Ja, ja, ja. Ui, hui, hui, hui. Mach mal Licht an. Nee. Weißt du nicht, wo der Schalter ist? Ist an. Bei neuen Autos muss man den immer suchen. Ist an. Ui. Äh, ja. Wo lag das? Was? Was denn? Ja, ich habe auch gerade was fliegen sehen. Ich sage mal, das sah aus wie orange ein Teil von meinem Auto. Aber ich habe mich bestimmt getäuscht. Dann fahr einfach mal bitte mal zur Garage. Wo lang? Ja, genau. Geradeaus. Links, links. Du sagst es immer zu spät. Jetzt links? Nee, jetzt geradeaus. Links. Links. Du kannst doch schnell fahren, ne? Nicht, dass noch mehr Teile abfallen. Ja, und fang geradeaus. Und schön durchdrehen mal. Kannst du dich machen. Hier fährt ja keine Sau. Na, solche können doch auch nicht Auto fahren. Hier fährt kein Mensch. Achso. Links, links. Ilse. Vorbei. Links. Ilse. Ilse, bist du noch da? Ich kann gar nicht. Ja, ja, ich bin noch da. Warum ist ich links? Fahr weiter geradeaus. Fahren wir hier in meinem Kreis gerade? Fahr weiter geradeaus, Ilse. Und langsam. Geradeaus. Wohin fährst du? Ilse? Ich will mal gucken. Ja, das ist ja ein schönes Parkhaus hier. Na, das ist sehr schön. Die scheinen aber alle unterwegs zu sein. So. Ich habe... Ja. Links. Ja. Vollgas. One Bay steht da ja auch. Oh je, ne, ne. Links. Ja, nicht hier. Ein weiter. Links. Rechts. Links. Dann einmal. Jetzt zahlt er uns, glaube ich, jedes Auto, das er hat. War das nicht gerade das Auto vom Russen? Ja, ich glaube. Was ist mit Russen? Hat der, dein russischer Freund dir das Auto geschenkt? Ja, der ist ausgerüst. Das ist aber schade. Ja, nochmal mit ihm unterhalten. Links. Du kannst ruhig jetzt schnell fahren, ne? Aber die Ilse fährt doch schon so schnell. Rechts. Halt aus. Was hast du denn da gerade verloren, Ilse? Was hast du denn da gerade verloren, Ilse? Hier fliegen Dinge tief heute. Sehr tief fliegen die Dinge hier. Du hast gerade deine Mund auf. Ilse? Vielleicht tauscht du das Auto doch nochmal um. Oder wir kaufen ein paar Schrauben oder Nägel beim Baumarkt. Vielleicht hilft das ja auch. Ich glaube, die Ilse ist gar nicht ansprechbar. Ich fände die ganze Zeit... Ich fände die ganze Zeit... Ai, 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 ai. Links. Das war nicht links. Das war rechts, ja. Fahr einfach. Ja, hier steht ein Auto mit auf der Straße. Ja. Das sehe ich auch. Habt ihr das auch gesehen, ja? Ja. Okay, gut. Hast du das aber auch gesehen, dass deine Motorhaube abgeflogen ist? Das muss so... Das ist das Special Effect. Ach so. Das stimmt. Da sind ja auch so kleine Sonnen drauf. Auf dem Motorblock. Und das ist ja auch so... Gehen wir jetzt weiter Müll sammeln oder willst du mal gucken, wie die Hühner sich so fühlen in diesem Auto? Das kann ich nicht sehen. Die Ilse muss sich wirklich sehr konzentrieren beim Autofahren. Ja. Ilse? Halt doch mal die Fresse jetzt. Sie will wahrscheinlich nicht mehr mit uns reden. Ich glaube, sie konzentriert sich nur sehr, damit nicht noch mehr Teile vom Auto abfallen. Hoi, 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 hoi. Mein Gott, was eine Aufregung. Ja. Ja. Hoi, hoi, Moment. Ja. Äh, Ilse, was machst du da? Du brauchst noch nicht gerade einen Joyner. Was machst du da? Nicht, ich entspann mich ein bisschen. Das riecht aber ein wenig komisch, was du da machst. Das riecht gut, ne? Na, ich weiß nicht. Das hat mir... Ein junger, griner Mann hat mir das verkauft. Ein Alien? Ja, der war ganz grün. Aber sehr nett. Ich hab mal was, was für dich, das musst du mal ausprobieren. Oder du gibst es mir. Ne, ne, probier es mal selber aus. Die Ilse, die hat es halt schon genug gehabt. Oh, nicht wahr. Was ist das denn für eine komische Güte? Ja, da kann man ziehen. Das ist so ein Schokoladengeschwank. Das ist ein Joyner. Das ist richtig lecker. Die Polizei hat gesagt, bis drei ist in Ordnung. Musst du mal probieren. Nur wenn die Polizei sagt, dass das in Ordnung ist. Oh. Oh, was ist denn jetzt los? Yo, was ist der? Oh, scheiße. Hey, Brüder. Das sieht aber komisch hier aus, alles. Das ist ein bisschen schummerig. Das ist ein spannendes Sorge, es dir. Das müsst ihr mal machen, wenn ihr auf dem Monscheat seid. Ihr seht nichts mehr. Oh, mir ist ganz schlecht auf einmal. Ich hab 15.000 dafür heute ausgegeben. Da hat er dich aber übers Rohr gezogen. Dass die Ilse mal was Gutes hat. Und der Herr wird auch... Oh, wenn du sagst, dass das gut ist. Das ist gesund, Henrietta. Muss einem davon so übel werden? Ja, das ist alles Natur. Das ist... Wenn man das erste Mal macht, dann ist das ganz normal. Ich glaub, mir wird ein bisschen schlecht. Oh, oh. Oh, oh. Ilse, ich glaub, deine Freundin geht's nicht gut. Oh, mir ist gar nicht gut. Ei, nee, du hast es nicht verkrochen, ne? Vielleicht müssen wir uns ne neue Mülltonne suchen. Ja, oder wir gehen mal zu den Hühnern. Ja, das können wir auch machen. Oder aufs Kräuterfeld. Da wollen wir auch noch nicht, Henrietta. So, und du meinst, das ist es weit, warum? Kräuter klingt gut. Kräuter klingt sehr gut, ja. Da war ich auch noch nie. Oh, mir ist schon ein bisschen übel noch. Das wird schon bald wieder besser, keine Sorge. Ist dir auch am erst von übel geworden? Ja, mir war auch ein bisschen schwimmerig, aber es hat sich auch so schön angefühlt. Wollen wir mit einem Auto fahren oder mit zwei? Mit eins, oder? Ja, und das andere lassen wir hier stehen? Ne, wir fahren doch erst mal zum Schrott des Verkaufen, was wir jetzt haben, oder nicht? Oh ja, das stimmt. Können wir machen, ne? Und dann kann man das Auto ja einparken. Welches, das oder das? Das. Das ist ein neues Auto, da kann man keine Hühnerkacke drin gebrauchen. Okay. Ne, aber wir gehen doch zum Räuterfeld. Ach, wir haben dich auch gedacht. Ach ja, jetzt war ich gleich ganz durcheinander. Ei, ei, ei. Ihr wundert mich nicht. Dann fahren wir mein Auto einparken und dann fahren wir mit deinem, oder? Meine, deine, unsere. Ja, oder unsere. Was meinst du jetzt? Welches Auto parken wir ein? Das da. Wie du willst. Also, wir können auch das einparken, weil Kräuter passen da wahrscheinlich genug rein. Ich würde sagen, wir parken das da ein, nicht dass der Motor noch kalt wird. Ich setz mich schon mal hin. Jo. Okay, dann fahren wir zum... Aber erst zum Schrotthändler. Gut, dann fahren wir erst zum Händler und dann zur Garage. Dann bis gleich. Bis gleich. Ich habe auf einmal ganz, ganz tolle Kopfschmerzen. Hier ist eine Kopfschmerztablette. Teuer, 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 teuer. Die Henrietta hat Kopfschmerzen. Schatz, warte. Ich stehe da. Ach so, ach so. Die Henrietta hat Kopfschmerzen. Sie hat das, glaube ich, nicht so gut vertragen. Ja, sonst... Wie soll sie denn jetzt... Sicher, dass sie Kopfschmerzen hat? Sie hat das, glaube ich, nicht so ganz vertragen. Hör auf, steck dein Ding weg. Henrietta? Ich komme dir sehr nah. Ich... Ich... Geh mal ein Stück zurück. Äh, geh mal ein Stück zurück. Lass die Händ... Wo schiebst du sie denn jetzt hin? Wo schiebst du sie denn? Guck mal kurz weg. Guck mal kurz weg, Ilse. Mach ich. Geh dich mal zur Wand. Dann ist es wieder... Ähm... Umtritt. Ich wollte nur mal kurz was ausprobieren. Sollte ich dann schon mal vorfahren? Und schon mal verkaufen? Und dann warte ich auf Parkplatz auf euch? Ja, so machen wir das. Bis gleich. Ich... Geh lieber einen Schritt beiseite. Ich... Und dann... Ich gucke mal hinten rein. Ich krieg glaub ich einmal schnell. Muss ich wenig nicht reden, dabei. Man, der sah so schön aus, sonst sind schon kaputt gemacht. Ich weiß nicht wie du sagst. Boah, toll. Doof, dass er jetzt schon so kacke aus sieht. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht wie ich die Cam wechsle. Tatsächlich. Aber die Tastenbelegung ist ja hier. Weiß ich gerade nicht. Ich hätte zu gern die Papiere für das Auto gehabt. Wir warten kurz auf die Henrietta. Ja? Ähm, ist die Henrietta wieder da? Ne, noch nicht. Ich warte aber hier noch auf sie. Ja. Ne? Ich komm mit dem Fahrrad zu euch. Das ist ja eine super Idee. Da passen bestimmt viele Kräuter rein. So, bestimmt. Ja, ich setz mich dann mal in deinem Auto und werd dann Nickerchen machen auf dem Weg dahin. Was wirst du machen? Eine Kirsche? Eine Nickerchen. Ach so. Ja, okay. Ja, dieses Müllsammendinger hat mich ganz schön kaputt gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, bis gleich. Ja, wenn ich heile an... Ja, also ich mir geben. Hm. So. Und? Ja, ich find's jetzt schade, dass er jetzt schon so ramponiert aussieht, weiß ich. Ich würde ihn da gerne nochmal einpacken, wenn wir weiterholen. Ach, der ist so doof. Wo hast du denn die Anlaufer steckt mit dem kleinen Ding? Wo hast du denn in dem kleinen Ding die Anlaufer versteckt? Ist das nicht auf der rechten Seite? Ach so, das hab ich nicht gesehen. Ja, ich will aber meine Eugheit schließen. Mach das! Kommt die Pseudonyme nicht mehr rein oder was ist los? Ach so, ich seh's grad. Ich starte jetzt nochmal neu. Ich hab' ich noch Platz in der Tasche. Das wird noch einmal Müllnäht nehmen. Ja. Ja. Na, wenn wir jetzt eh warten müssen, weißt du, kann ich ja schnell noch an zweimal Müll gucken, ob wir noch irgendwas dazu kommen. Wie zum Beispiel Altmetall. Das Müllsammeln lohnt sich halt echt. Das ist halt total langweilig, aber es lohnt sich halt wirklich. Hm. So, da passt noch was rein. Hm. So. Ja, ja, das ist halt was am schnellsten geht tatsächlich. Du, ähm. Ich mein, wir finden ja relativ viel, ja. Ist ja unabhängig davon, von welcher Mülltonne. Ja, wir haben ja jetzt auch bei den anderen Mülltonnen sehr viel gefunden. Und bist aber halt mit zwei Stationen im Grunde genommen fertig, ne. Ja. Geht's dir besser? Ja, jetzt geht's mir viel besser. Leon, wir fahren los. Was ist denn das da vorne? Das ist ein Leon sein Spielzeug. Damit bin ich halt auch schon gefahren, aber das war mir zu rasant, ne. Bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger gefahren. Das sieht auch sehr rasant aus. Aber auch interessant. bis jetzt gar nicht. Go. Vielleicht. inglés Diesmal freuch ich richtig. Ich schalte nochmal schnell in der Garage an. Ich will nur mal kurz gucken. Weiß ich noch nicht. Das werde ich jetzt gleich sehen. Was guckst du denn? Ich habe geguckt, ob ich auch noch den Schlüssel für das große Auto habe. Das ist vielleicht sinnvoller mit dem großen zu fahren, wenn wir jetzt ein bisschen was einarbeiten wollen. Ja. Ich glaube der Leon schläft im Stehen. Das passiert halt schon mal. Ja. Habt ihr jetzt schon Sachen weggebracht? Nee, noch nicht. Mir hat ein extra Tisch gewartet. Ach, das ist nett. Dann warte mal kurz auf den Leon. Hast du genug zu essen und zu trinken dabei? Ja, habe ich. Danke, Ilse. Also manche Menschen können ja nicht guten Tag sagen. Naja, aber die hat schon so einen ganzen Eindruck gemacht. Ja, ein bisschen schon. Aber dieses Join, das ist glaube ich nichts für mich, Ilse. Nicht. Aber das soll angeblich auch eine medizinische Wirkung haben. Ja, ist das vielleicht irgendwie medizinisch, wenn der Mageninhalt sich dann entleert? Nee, ich glaube das ist nicht medizinisch tatsächlich. Es sei denn, du hast vorher was Schlechtes gegessen und das hat ja geholfen, es wieder loszuwerden. Oh, stimmt. Also wenn ich jetzt mal irgendwann was Schlechtes esse, dann weiß ich, was ich machen muss. Das ist ja auch praktisch. Ja, genau. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Und dich entspannt das? Ja, also ich fand das schon entspannend eigentlich. Aber sieht da bei dir auch alles so komisch aus? Ja, ja, das ist voll toll. Ja, die Farben, die waren schon ganz hübsch. Also ich fand das echt nicht so schlecht. Doch mal, was mache ich denn mit meinen Händen hier? Was machst du denn? Ich weiß gerade nicht wohin mit meinen Händen. Ja, vielleicht musst du da noch eine rauchen. Das ist eine gute Idee. Das ist der Entzug vielleicht. Die haben im MD sogar ein Zigarettenautomaten, ne? Habe ich heute gesehen. Ja, da habe ich mir auch schon eine Schachtel mal geholt. Ich war ganz überrascht, dass sie sowas im Krankenhaus haben. Vielleicht sind das ja medizinische Zigaretten, die die da haben. Das kann sein. So ähnlich wie der Mann in Grün. Ach, der war nur grün angezogen? Ja, der war grün, sage ich doch. Ach, ich dachte, der wäre grün angemalt. Nee, nee. Angemalt war der Klobisch nisch. Na, oder wollen wir uns ein Auto rausholen und gleich schnell verkaufen fahren? Ich glaube, der braucht noch ein bisschen, bis er wieder fit ist. Ja, ich wusste gar nicht, dass der Leon auch so gerne meditiert. Ach, guck mal. So, der ist fertig mit meditieren. Hä? Warum kann ich jetzt nichts mehr ausbauen? Ach, guck mal. Ab dir ist ähm... Sag mal, wo ist denn dein Buffalo? In der Orange. Was? Was? Ja, nur fast. Was? 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 Scheiße, Mann. Ich hatte gehofft, den kriegt die Ilse noch. Ich hatte gehofft, den kriegt die Ilse noch. Aber wenn du es aber nicht hervorgehen. Und das hat ein bisschen viel Zeit��ankstag gemacht. Es schuft mir auch... Ich habe das nicht richtig zu dir gehört. Was ist das denn? Ya little girl? Ich hab das Bopin hier. Oh genau, was ist das denn? Da müsste alles raus sein. Ja, gut. Ich habe nur noch mal geguckt. Willst du einen Joint oder was? Nee, alles gut. Ja, und hast du schon alles verkauft? Ja. Achso. Nun, jetzt noch mal kurz zur Bank. Ja, erst zur Bank und dann zur Kräuterwiese, ja? Mhm. Hier rechts ist ein Geldautomaten. Hier rechts ist ein Geldautomaten. Ja, das ist ein Geldautomaten. Aber da ist es so gut. Ja, schade eigentlich. Wenn man nur 400 Dollar eingezahlt, dann haben wir uns das kürzlich noch in der Tasche. Dadurch konzentriert. Auf geht's, gekräuterhexen. Aber braucht man denn vielleicht irgendwas für Kräuter machen? Weiß ich nicht. Schere oder so vielleicht. Oder wir können die vielleicht auch einfach rausrupfen. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Ist aber ganz schön schnell. Ja, die fahren hier wie die. Wie hast du vorhin gesagt? Wie die solche? Ja. Wie die Hänger. Oder wie? Ja. Also irgendwie fühle ich mich in diesem Auto hier sicherer. Ich hätte den Dominator zu gern behalten. Da muss die Ilse sich wohl früher oder später selber einkaufen, ne? Was hat er dafür gekriegt? Wäre natürlich interessant zu wissen. Wie viele, die den wieder verkaufen. Wenn es sich die Ilse den ja prinzipiell holen. Wenn wir mal wieder zurückkommen. Ja, genau das läuft. Ja, die Tür ist immer extrem nah. Wie die Tür sind gerne. Ja, aber dann ist es noch ein bis hin. Da sind doch nur die Türsflusskolle. Ich bin da. Oder ist es immer noch alles wirklich. Oh, das ist noch sehr zu Hause. Ein frischer jetzt. Wie kann man die Tür sitzt? Wenn das ist hier. Ich bin bei den Ja. Ich binasonsOTHsflusskolle. Aber hier. Das war ja nicht irgendwo in der Asche. Dann ist der Herbert hier geradeaus ausgefahren, immer geradeaus. Hier über diesen Hügel mit Vollgas ist er weitergefahren bis dahinten, da diese Schienen kommen. Wann hat er das denn gemacht? Hier ist er weiter geradeaus gefahren, genau hier. Hat er die Straße nicht gesehen? Vor diesem Stromgenerator auf dem Dach. Da drüben ist ein Tanker, ne? Das ist rechts. Wohin fährst du denn, Ilse? Ach, zu dem neuen Laden hier, wa? Richtig, ne? Eigentlich wollte ich tanken, aber sonst alles gut. Was ist denn hier? Ja, das ist ne gute Frage. Ich glaube, ein neuer Friseur. Friseur? Ja, gucken wir mal nach. Eigentlich hatte ich gedacht, hier ist vielleicht ne Tankstelle, aber na gut. Ne Tankstelle ist weiter hinten. Also weiter da. Na komm raus, dann gehen wir erstmal hier gucken. Ich wusste nicht mal, dass hier ein neuer Leuten ist. Oh, Entschuldigung. Die schminkt auch. Oh. Ich muss ihm Geld holen. Hast du gehört, Ilse? Ja, das hat die Öl gehofft. Entschuldigen Sie, Junge. Wie viel kostet denn das Schminken hier? 79, nein, 79, nein, 90. Ei, 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 ei. Da macht sie's hoffentlich aber auch sehr gut. Ja. Das ist besser, oder? Das gefällt mir ganz gut. Die Eins, die Vier. Die Eins oder die Vier, sagst du? Vier. Das hier. Ich bekomme dir nochmal die Eins. Und Ilse. Kann sie gut schminken? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich kann mich nicht entscheiden. Vier. Ja, aber ist das nicht zu krass? Ähm. Hier ist Assel über oben. Oh. Guck mal. Meine Augen... Sieht gut aus, wa? Wunderlich. Na her, Bob wird's gefallen. Das funke ich auch aus. Aber irgendwas stimmt nicht mit... Vier. Ja, aber irgendwie... Wartier schm... Nee, macht sie nicht. Ähm. Sag mal, Ilse. Oh ja, das sieht hübsch aus. Mei, du hast aber ein schönes, kräftisches Rot jetzt. Das ist sehr schön. Ja, finde ich auch. Ich dachte mir mal was kräftigeres Dunkels ist. Will man sagen, wieso man hier nicht sein Bart schneiden lassen kann? Müsstest du eigentlich kennen. Ich habe 5.000 Dollar dabei. Das sollte doch reichen. Nee. Mach mal die Hände hoch, dann kann die Ilse gucken, ob du wirklich so viel dabei hast. Ach, vielleicht sollte ich auch mal kaufen. Ja, kaufen wäre nicht schlecht. Habe ich das jetzt gekauft? Ja, ne? Ich habe es gekauft, oder? Ja, das ist doch eine hübsche Farbe, oder? Ilse. Ja, das ist nicht schlecht. Tatsächlich. Das gefällt dem Herbert bestimmt auch. Ich dachte eigentlich sowieso, dass du mit dem Herbert nochmal hier hin wolltest. Ja. Boah. Mensch, da siehst du ja richtig seriös aus jetzt. Oder wie ihr Wald schreut. Oder wie ihr Wald schreut. Vergiss das mit dem Seriös. Jetzt ist der Bart schon wieder weg. Und am Bart ankleben kann sowohl dann nicht so gut. Ist zu. Das sei ein Schrott. Boah, die haben noch nicht mal Geld abgezogen. Ach ja, die wussten vielleicht, dass der Bart wieder abfällt. Vielleicht müsstet ihr nachher auch bloß mal das Gesicht waschen und dann geht's besser. Aber dann hätten die mir ja auch Geld ab. Also dann hätten die ja auch Geld verlangen. Hier links ist ne Denkstelle. Soll ich tanken? Ich hab grad 5000 Dollar dabei. Der ist sehr praktisch. Schön Zufall. Der Ilse hat uns auch nicht so gezogen, ne? Huch. Was passiert passiert? Ilse? Ilse? Alles okay bei dir? Ja, ich bin gerade ausgerutscht hier. Ist ja auch verdammt glatt wieder mal heute. Alle wieder an Bord? Ja. Leon? Ja. Ah, gut. Das hätte ich dir auch sagen können. Ich spüre seinen Atem im Nacken. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade war. Kann man hier in dem See eigentlich auch schwimmen gehen im Sommer? Ähm, ja, nicht nur im Sommer, jetzt auch. Eisbaden? Eisbaden, wollen wir ihr mal kurz das Haus sagen? Ja, wenn du mir sagst, wo es lang geht. Geradeaus. Mal geradeaus. Habt ihr etwa schon ein Haus gekauft? Nee. Weiter geradeaus? Ja. Rechts. Also. Hier rechts ist das. Das sind Werder-Shops für 80.000. Für wen? Für uns. Alle. Für wen genau? Ja, für uns alle. Für dich, für Ilse, für Herbert, für Harald. Und das reicht dir gerade mal für den Herbert. Ich finde auch, es ist zu klein. Ja, aber, naja, wir... Ähm... Sollen wir dann in Schockbetten schlafen, oder wie? Nee. Aber wir können ja mal, wenn wir beim Kräuterpferd waren, meinen Termin mit einer Maklerin machen. Weil wir könnten uns eine Villa für 300.000 holen. Aber da, da ist eine Sache bei. Das ist aber dann schon größer als das kleine Häuschen da. Ja, viel größer. Aber da ist halt der Haken an der ganzen Sache. Welcher Haken? Jeder von uns müsste 75.000 zahlen. Ja, super. Ich habe schon mal fünf. Ja, aber hier sind Autos, das heißt... Hier sind auch welche. Oh, man kann ja mal fragen, was man braucht. Na, was sollst du denn zum Kräuter pflücken? Die Gartenschere. Oh. Also ab zum Baumarkt. Gibt's doch nicht. Deuer, deuer, deuer. Aber ich weiß ja halt nicht, ob du und Harald zusammen wohnen wollen mit den Herbert. Offensichtlich nicht. War das der Schreck, da wo ich Herbert gesagt habe, oder was? Ja, so ein bisschen. Oder der Schreck noch von vorhin, wo du gesagt hast, 75.000. Okay. Ja, wir können ja jetzt mal ein bisschen beim Kräuterfeld sein und dann mal einen Termin mit einem Makler oder Maklerin machen, ne? Du, Ilse? Ja? Ich fürchte, das Päckchen Ketchup, das ich in der Tasche hatte, ist gerade geplatzt. Ich verstehe. Tutest du? Nein. Aber da ist ein Fleck an dem Auto. Äh. Ja, was, jetzt müssen wir zum Krankenhaus? Nein, nein, das ist Ketchup. Okay. Also fahr ich jetzt nicht zum Krankenhaus. Nö, ich denke, mir geht's gut. Ein bisschen blaue Flecken vielleicht, aber sonst ist alles okay. Ja, und selbst wenn du, ähm, selbst wenn ein Auto auf, ähm, dein Bein fällt oder fußt, hast du auch nur einen blauen Fleck, ne? Also, ist ja nicht so schlimm. Ich verstehe leider nicht, ob sie jetzt einen Krankenhaus würde sagen. Ein ganzes Auto? Ja, ja. Ich bin ja in der Luft aus dem Auto gefallen, aber ich habe nur einen blauen Fleck. Ja. Stimmt, da bist du aber ganz schön stabil. Ja, genau. Das Auto lag jetzt bestimmt zehn Minuten auf, auf mein Fuß, aber ich habe nur einen blauen Fleck. Nicht meine Quetschung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Klingt nicht so, ne? Na ja, die Ese ist ja gerade mal drei kmh gerade gefahren, als ich rausgefallen bin. Von daher... Ja, zum Glück. Zum Glück war ich nicht schneller. Ja, sonst müsste ich jetzt auch ins Krankenhaus. Aber so habe ich nur ein paar blaue Flecken. Ja. Ich lasse mal lieber die Finger ganz weit weg von dem Türöffner. Na, habt ihr denn überhaupt alle Geld dabei? Ein bisschen habe ich noch. Mal sehen, ob es reicht. Was, ich glaube 200 oder so in der Schaufel. Nein, das reicht nicht. Was brauchen wir denn jetzt alles dafür? Eine Gartenschere, sagte er. Brauchen wir nur eine Gartenschere oder noch mehr? Gartenschere, 24 Dollar. Soll ich euch hier da eine kaufen? Nö, nö, das kann ich mir leisten. Danke. Ich habe auch eine. Ich glaube, ich kaufe dem Harald noch eine mit. Meinst du, der Harald kommt heute noch, oder was? Ich hoffe, der Herbert vielleicht auch nochmal. Ich weiß nicht, wie freut es auch hier markieren. Ich weiß nicht mehr. Gut, dass der Baumarkt nicht so weit weg war. So. Schon wieder zwei Stunden. Da heißt es ja, ich habe heute wieder sieben Stunden nur RP gemacht. Das ist ja unfassbar. Da bin ich aber jetzt gespannt, ob wir auch so ganz seltene Kräuter finden können. Das kann wie läuft. Tatsächlich eigentlich schon, aber heute früh, das war auch nicht geplant, dass es so lange geht. Früher wollte ich ja eigentlich ganz für mich allein so ein bisschen arbeiten, ja. Nicht lange, sondern nur so kurz. Zu rüber gucken. Geld verdienen. Und dann kamen Herbert und Leon. Und Dinge entwickelten sich in eine ganz falsche Richtung. Oh, hier ist extra eine Garage. Oh, hier ist extra eine Garage. Das ist jetzt zu auf. Ist zu. Wo ist Leon? In dem Auto, das du gerade abgeschlossen hast. Eingeschlafen. Im Auto. Einfach eingeschlafen. Ei, ei, ei. Wo kommt der denn da raus, wenn du abgeschlossen hast? Ja, der hat doch einen Schlüssel. Ach ja, Stückchen. Das fühlt sich sehr lustig an, wenn ich den Fenchel streichele. Na, wenn es dir gefällt. Kommst du auch ran, so? Nein. Geh doch vielleicht mal auf meine andere Seite. Ja, oder direkt in den Busch rein. Das ist natürlich am besten. Ja, vielleicht findet Mr. Leher und so nicht. Muss aber, glaube ich, noch ein Stück weiter gehen. Nein, das piekst. So. Haben dich die Spinnchen erschreckt? Ach nee, jetzt sind ja gar keine da, ne? Hier gibt's Spinnen. Nee, doch nicht in dem Schnee. Aber im Sommer wahrscheinlich dann schon. Nee, im Sommer mache ich das dann nicht. Können wir uns dann nicht einfach Handschuhe anziehen? Ja, das geht natürlich auch. Oder wir schüppst den Herbert rein. Und dann laufen die Spinnen dem alle hinterher? Ja, das ist der Gedanke dahinter. Hm. So, der Leon ist wirklich eingeschlafen. Ja, das Müllsammeln hat ihn angestrengt, logisch. Hast du dann jetzt immer noch das Geld von ihm auf dem Bank? Ja, ja. Vielleicht kaufe ich ja den Dominator zurück. Der kostet ja anscheinend auch nur 15.000. Ja, ich weiß es nicht, wenn er den wirklich verkauft hat. Ich habe den ja, denn das Auto mag ich schon sehr gern. Das macht so lustige Geräusche beim Fahren. Meinst du die Pupsgeräusche? Ja, genau die Menisch. Magst du deswegen dieses Auto hier auch so gerne? Ja, genau das wäre es. Hm. Wie soll der junge Mann mit zwei Autos hier hingekommen ist? Ich weiß nicht, vielleicht ist ja noch jemand irgendwo auf der Wiese unterwegs. Oder er versteckt sich im Busch. Das kann natürlich auch sein. Och, da gibt es heute Abend schönen Kamillen und Pfefferminztee, das sage ich dir. Ganz frischen. Gut, dass wir einen Wasserkocher auf dem Hotelzimmer haben. Also, bis jetzt muss ich aber sagen, das Hühnerfang ist immer noch am lustigsten. Das stimmt und da hat man auch Bewegung genug und das ist aber auch nicht so anstrengend. So wie das in der Grube, das war ja anstrengend immer. Ja, das ging auf den Rücken, also das hat mir auch nicht getaugt. Knie bei mir. Wir taten am Abend noch die Knie weh. Obwohl ich erst dachte, es wäre nicht so schlimm. Ja, nee, also mir getaucht ist ohne Schnee, nee. Also ich muss schon sagen, von allem, was wir bis jetzt probiert haben, ist es wirklich immer noch das Hühnerfang. Ja. Auch wenn man da ein bisschen weiter fahren muss und ein paar mehr Schrittchen machen muss, aber trotzdem. Wo das Kräutersammeln auch wieder sehr meditativ ist. Meditativ ist das richtige Stichwort, ja. Das heißt, das wäre auch was für einen Harald. Ja, das stimmt natürlich. Und vielleicht auch für einen Herbert, damit er ein bisschen runterkommt. Ja, da kann sich die Kamille dann direkt mal einverleiben. Ich bin ja froh, dass der und der Leon das geklärt haben, dass es jetzt nicht mehr so Stress gibt. Ja, ich will ihn aber jetzt auch nicht wecken, wenn er immer so friedlich schläft. Oh, ist das Kräutersammeln langweilig. Aber von den Kräutern passen ja ordentlich viel in unsere Taschen. Ja, das stimmt natürlich. Na, ist das ja auch nichts dazu, zu so ein bisschen Kräuter. Ich spritze hier gerade alles voll. Ich habe nämlich eine Sprite gekauft. Leider ist die vorhin im Auto ein bisschen durcheinander gewirscht worden. Kein Wunder, dass die Kräuterpflicker immer alle Stones sind, ehrlich. Das ist ja auch nichts dazu, dass die Kräuterpflöten, die Kräuterpflöten, die Kräuterpflöten sind. Na los, Mäßchen. Na los, Mäßchen. Oh, so sie macht schon. Oh, so sie macht schon. Oh, so sie macht schon. Ich mag schon mal ein junger Mann da drüben. Ja, aber... Na, dann hoffen wir mal, dass das wenigstens Geld bringt. Ich weiß gar nicht, wo wir dann hin müssen. Schau doch mal nach. Ja, mach ich. Moment. Aber meine Tasche möchte ich jetzt trotzdem gerne voll machen, glaube ich. Jaja, das ist ja richtig. Kann ja nicht so weit weg sein. Ähm... Das ist Hümer, das ist Fisch. Ähm... Ich weiß gar nicht, wo das ist. Oder... == Wann ich noch hin? == Wann ich noch hin? == Wann ich noch mal hin? Sagst du, du bist ja eng geschlafen? Ich weiß wirklich gerade nicht, wo wir es hinbringen müssen. Ich will es in die Apotheke bringen vielleicht? Was sagt die Karte? Die redet... Die Karte redet nicht mit mir. Hm. Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht zur Apotheke? Ich habe keine Ahnung. Wir können ja den jungen Mann mal fragen gleich. Aber doch, ich habe keinen gesehen. Oh, das Kräuter ist echt ultra langweich. Das ist der Weintraubenhändler. Da ist die Baustelle. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du den ganzen Hühnen musst. Ist so reich. Weil sonst würden das ja nicht so viele machen mit den Kräuterfeldern. Ich habe den Räuter fragt gerade, wenn ich es richtig mitkriege. Schleifer. So, Apotheke. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ein schönes Sammeln noch, ne? Zur Apotheke habe ich das Risch mitbekommen? Wir müssen sie erst verarbeiten bei Human Labs. Bei Human Labs. Und danach kommen wir sie dann zur Apotheke bringen, was wir da raus haben. Mensch, wir lernen so viel hier beim Arbeiten. Ach, da drüben muss man die verarbeiten. Ach, na zu Human Labs. Ja, ja. Dann willst du noch ein bisschen sammeln oder wollen wir schon mal gucken gehen? Bitte? Möchtest du noch ein bisschen sammeln oder wollen wir gucken gehen, wo wir es verarbeiten und wie wir es loswerden? Also, ich habe keinen Platz mehr. Dann lass gehen. Der Leon schläft ja sowieso. Ja. Leon? Nee, der schläft noch. Also, das war ja wohl das langweiligste Opel, die ich jemals gemacht habe. Ja, schon, aber es roch auf jeden Fall die ganze Zeit gut. Ja, gut gerochen hat. Aber da war ja sogar das Angeln spannender. Oh, das Angeln war sehr schön. Gehen Sie. Oh. Oh. Guten Morgen. Bist du wieder wach, Leon? Oh, ja. Oh, ich habe so schön geschlafen. Die Müll suchen heute den ganzen Tag hat ein bisschen Mühe gemacht. Oh. Oh. Und? Wie war das? Scheiße. Wieso? Das war sehr meditativ. So kann man es auch nennen. Und außerdem hat es sehr gut gerochen. Aber das ist auch alles. Also kann man da nix mit anfangen. Wir fahren jetzt und gucken mal. Auch wenn wir jetzt die Human Labs, da war ein Stoppschild. Ich weiß, aber ich musste mich ja mit euch noch unterhalten nebenbei. Wo? Wo ist denn das? Ja, hier wo die... Human Labs? Ist das nicht was Illegales, was wir hier machen? Nö, das war ja nur Kamille und Pfefferminz und so, was wir gefunden haben. So wollen wir mal sehen. Vielleicht machen die jetzt Tee da draus und das bringen wir dann zur Apotheke. Ich will nicht hoffen, dass man da jetzt Drogen herstellt. Aus Kamille kannst du doch keine Drogen machen. Weiß nicht, weil bei Human Labs da stellt man Drogen her. Etwa jund. Ja, und da treffen wir dann eventuell auch Gangs. Aber die Illse, die klärt da schon, wa? Da hast du noch mal 400 Dollar für mich? Naja. Wenn man jetzt daraus wirklich Drogen macht und weil hier ja eine Drogenroute ist bei Human Labs, dann sind die Gangs nicht so gut auf uns zu sprechen. Na, der junge Mann hat... klang jetzt nicht so, als hätte er was dagegen, der da auch am Kräuter sammeln war. War ja auch keine Gangs, hatten ja auch Krossloben unterm Arsch. Aber der hat das ja auch schon gemacht. Ja. So, und wo jetzt? Rechts oder geradeaus? Hier rechts steht Delivery. Ja. Komm mal zu. Ja, oder hier die Treppe. Kann mal hier gucken gehen. Ja, ich würd nur schnell mal parken wollen. Ja, du kannst hier ruhig parken. Geh mal einen Schritt beiseite, Leon, bitte. Ja, warte, ich hol eben was raus. Oder geht auch nicht hier. Ähm. 1A eingeparkt. Wieso kann ich denn meine Pistole nicht rausnehmen? Weiß ich nicht. Wozu brauchst du denn jetzt ne Pistole? Äh, ich lass mich nicht hier abziehen von anderen Gangs. Ne, aber 4000 Dollar dabei. Willste lieber am Auto warten? Ne, ich komm mit. Ich muss auch hier... Ich weiß aber auch nicht, wo das ist. Ja, du geh mal ein bisschen spazieren. Und der hat gesagt, wir müssen hier hin, oder wie? Hat der gesagt. Buman Labs. Ach, welcher kann schneller die Treppen hochgehen? Wir bist ja auch schöner. Ja, du bist ja auch noch jung. Ah, hier steht so... Wieso hatten wir so ne Maske an hier? Wird er uns überfallen? Guten Tag. Hallo, was habt ihr denn? Oh, hier sind aber hübsche Damen? Oh. Ihr seid aber zwei hübschen. Du, Nisch. Ja. Ich bin sehr hübsch. Guckt mich an. Und der Kerl, der ist ja richtig am Ende gehabt. Wir haben eine sehr schöne Maske an. Ja, danke. Aber die Pfefferminze riecht doch lecker. Wieso brauchen Sie die denn? Naja, weil man hier auch andere Sachen herstellen kann. Aha. Können Sie uns sagen, wo wir mit der Pfefferminze hingehen müssen? Na, leider nicht. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Aber hier viel mehr, ne? Aus dem bisschen, was wir haben, kann der gar nicht machen. Naja, anscheinend nicht. Was ist? Was haben Sie gesagt? Er braucht jeweils 50 von jedem. Ah, ja, ja, das ist normal, ja. Er braucht 50 von jedem. Wussten Sie das nicht? Nö. Ja, dann erzähl drauf. Ja, na dann. Ach, deine Taschen sind ja auch voll. Ja, was machen wir denn jetzt? Also ich würde die Scheiße jetzt wegwerfen ehrlich gesagt. Ja, dann werf weg die Scheiße. Weil die Taschen sind sonst so voll. Ja, dann werf weg. Und das Kräuterplicken fand ich sehr, 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 sehr langweilig. Aber man könnte ja fragen, was da so eine Dinge bringt. So können die dem Herrn ja schenken. Ja. Jetzt haben wir sie einmal gepluckt. Und was bringt das an Geld? Wisst ihr das? Keine Ahnung. Ne, das habe ich nicht gefragt. Mit ähm... Beutern? Was haben Sie im Kopf, warum grüße denn? 120. Boah! 120, die ist ungefähr bei... Mh... Lass uns das schätzen... 4.000, 5.000. Okay, und wie lange gedauert das? Na... Wir reden davon... Jaaa, was... 3 Stunden mindestens... Ich werf den Mist weg, ganz ehrlich. Mist. Das klingt ja überhaupt nix, also... Wenn du davon jeweils 50 Stück sammeln musst, ja? Das war nur so. Dann stehst du ja ewig dort. Da stehst du ewig an so einem Busch und drückst E. Das ist nix, ne. Also, ganz ehrlich. E drücken schön und gut. Ja, ein bisschen Farben, alles gut. Aber das ist mir zu öde. Also... Dass du beim Hühner sammeln hast... Also beim Hühner fangen hast du mehr zu tun. Müll kommt halt immer drauf an, mit wem du unterwegs bist, ja? Also so alleine ist das wahrscheinlich auch relativ öde. Aber ähm... Kräuterwiese fand ich jetzt nicht so toll. Dann müssten wir, wenn dann, ähm... Gucken, wie das mit dem, äh... Marihuana geht. Aber das... Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Oder ob die Grove da lieber... Also, ob die Grove da ein Monopol drauf hat. Das heißt es nicht. Hm. So. 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 Schöne fett Kopfschmerzen hier habt. Vom Kräuterschniffel. Da kann ich aber in der Zeit auch mal schnell auf Toilette tippen. Ich halte mich nur stumm. Ich zeig wieder dazu. Wenn es geht. Jetzt kann ich die Stimme schalten. Bis gleich. Kommann der Stimme schon. Ich muss mich auch nicht prüfen. All ich, für Sie sind, ein paar Dinge. Ich soll mich nicht lachen. Ich muss mich nicht lachen. Ich muss mich nicht lachen. Ich kann mich nicht, es geht auf den Spannungsgericht. Ich muss mich nicht lachen. Wenn ich mich nicht lachen. Vielen Dank. Das ist immer noch die Ilse, Passwort ist immer noch Ilse Liebthabert. Gut, ich geh mal ganz kurz in die Tasche und werfen den ganzen Mist jetzt mal weg. Nein. Die Salbei werfen den ganzen Mist weg. Ich geh mal ganz kurz in die Tasche und werfen den ganzen Mist weg. Das muss nicht sein. Doch, muss sein. Nee, überhaupt nicht. Ilse, dein Verlobter hat jetzt mir und dem jungen Hirn jeweils 500 Euro geschenkt. Der ist sehr nett. Euro oder Dollar? Ach Mensch, du weißt doch, dass ich aus Deutschland komme. Ilse, bitte, hier hast du einen Joint. Dankeschön. Oh, oh, also Joint nehme ich auch gerne, also das ist eigentlich nein. Ich muss mich davon übergeben, für mich ist das nichts. Ilse, wie machen wir das denn jetzt? Wollen wir dann noch Kräuter sammeln oder nicht? Ja, wenn du das gerne machen möchtest, können wir das schon machen. Nein, nein. Ich finde das tatsächlich eher ein bisschen, naja, wie hast du es genannt? Meditativ. Meditierend. Ja, das auch. Wollen wir dann dem jungen Mann unsere Kräuter geben? Kein Joint, aber ich habe Eisen. Das kannst du am Schraubplatz beim Yellowjack verkaufen. Alles gut, mach ich schon. Bitteschön. Bitte? Das übrigens, glaube ich, auch um die 50 oder 60 Dollar. Das funktioniert leider bei mir gerade nicht so gut. Was denn funktioniert nicht? In meine Tasche zu greifen. Ähm. Ja, sonst einmal Hände hoch, einmal wieder Hände runter oder einmal hinsetzen und wieder aufstehen. Ja, hol mal dein Handy raus und dann packst du mal wieder ein. Würde ich ja gerne. Ich mach mal mit. So funktioniert er noch nicht. So funktioniert er noch nicht. Ähm. Die Salbertin-Tor bringt Kopfschmerzen. Ich werde dich gleich mal deinen Rietta an die Tasche schieben. Ich dachte, der ist schon weg, deswegen habe ich jetzt einfach mal eiskalt alles weggeworfen da oben. So, sagst du sei geschlafen. Das kann vorkommen. Ja, probieren wir es nochmal. So. 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 Dann nochmal immer noch die Ilse. So. 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 Es wundert mich, ich habe halt Salbei-Tinktur mal Null einstecken und die sorgt für Kopfschmerzen. Mal gucken, ob die was liegt und sonst lassen sie einfach in der Tasche und ich klare das mal in Ruhe ab, dass ich die aus der Tasche rauskriege. Weil sonst ist es ziemlich nervig, wenn du jedes Mal Kopfschmerzen kriegst, sobald du dieses Zeug da anlebt. Ach nee, 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 nee. Oder die Ilse hat halt einfach einen Scheunen zu viel geraucht, jetzt kann er die Asset nicht vertragen. Es ist immer noch die Ilse. Und der Harbert stinkt immer noch. Ich mach kurz ins Auto und mach die Augen zu, ja? Was jetzt? Ja, ich hab da was in der Tasche, das verursacht mehr Kopfschmerzen. Was denn? Salbei-Tinktur. Ja, dann schmeiß es weg. Das kann ich leider nicht, weil auch das verursacht mehr Kopfschmerzen. Probier's mir mal zu geben. Auch das hab ich gerade probiert und verursachte Kopfschmerzen. Dann lass es am besten. Scheiß Kräuter. Wir machen das nie wieder mit den Kräutern. Das ist voll bescheuert mit den Kräutern. So, jetzt mach ich aber mal die Augen zu. Wo wollen wir denn jetzt hin? In die Stadt würde ich sagen. Dann sammeln wir lieber Müll, oder? Ja. Wir könnten ja mal gucken, ob der Mensch wieder da ist, der die Coats hat. Ja, der ist da. Am Autohaus. Dann fahr ich dort jetzt mal hin. Jo. Wieso ist die Motorhaube auf? Keine Ahnung. Äh, was? Was? Was ist denn meine Motorhaube? Willst du es immer dran bauen? Ne, lass mich liegen. Okay. Dann fahr ich jetzt. Ist es in Ordnung? Ja. Fahr einfach. Darf ich die Motorhaube mitnehmen? Ja, mach halt. Ne, fahr. Geh auf, Mann. Ich hab jetzt hier hinten so ein kleines Loch. Du hast also hinten ein kleines Loch. Okay. Was möchtest du mir denn darüber noch so erzählen? Ja, dass irgendwie fast gefühlt alle Scheiben draußen sind. Okay. Zeig ich bei dir mit dem Mittelfinger ja, ne? Weiß ich nicht, ich muss ja auf die Straße gucken. Du kannst ruhig mal Gas gehen. Was? Ja, stimmt. Du könntest zum Autohaus fahren, weil dann könnte ich den hier nämlich auch noch weggehen. Na und dann hast du gar keins mehr. Das ist ja auch bescheuert. So, dann hätten wir schon mal Geld für ein Haus. Also schon mal... Und dann laufen wir alles zu Fuß, aber haben ein Haus, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann kauf ich mir halt so einen Hessing Emperor. Ne, das ist auch scheiße, ne? Lass doch das hier behalten. Das ist schön groß und da passt ein bisschen was rein. Außerdem macht es so schön. Warte, pass auf. Puff. 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 Mensch, was sind das denn für Geräusche? Da kann man ja gar nicht schlafen. Puff. Ah. Achso. Was? Du willst in der Puff? Ne, ich will nicht in Puff. Was will ich denn dort? Aber du sagst Puff? Puff. Puff. Wo ist ein Puff? Hinter uns, glaube ich. Weiß ich nicht. Hinter uns, glaube ich. Was ist der Baumarkt? Achso. Puff. 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 Was war denn das? Ich glaube, das war eine große Fehlzündung. Du wirst auch gerade auch weiterfahren können. Ich kann vermerzen. Oh oh. Es tut mir leid. Was ist denn jetzt los? Warum habe ich dir denn ständig Kopf schmerzen? Puff. 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 Ja, ich glaube tatsächlich, dass das die Kräuter in der Tasche sind. Das ist natürlich ungünstig. Also diese Salbei-Team-Tour, die ich noch in der Tasche habe. Mal kurz gucken, ob im Discord vielleicht was dazu steht. Puff. 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 Okay, dann ist alles gut. Alles in Ordnung bei uns? Ja, alles in Ordnung. Bei dir? Ja. Haben Sie irgendwas gehört? Wie gehört? Weil Sie so besorgt fragen? Nein, ich frage nur, weil ich gerade Kopfschmerzen hatte. Achso, okay. Und gefahren bin. Ah, okay, ich verstehe. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Okay, Joca. Danke. Sind deine Kopfschmerzen jetzt besser, Ilse? Ich sagte, das ist dieses Salbei-Zeug, was ich in der Tasche habe. Sind die vielleicht wegen der Fehlzündung gekommen? War das so laut? Ich weiß es nicht. Ja, anscheinend war die Fehlzündung so laut. Ich habe mich jetzt gewundert, hier zwei Polizeiautos. Ich dachte schon, ich habe sonst was angestellt. Ja, du hast in einem Bullen-Fahrzeug ziemlich gerammt. Ach Mensch, Leon. Nein, Spaß. Du bist hier nur ein paar Mal im Kreis gefahren. Ich sage euch, das ist dieses Salbei-Zeug, was ich noch in der Tasche habe. Oder eigentlich auch nicht in der Tasche habe. Probier es mal wegzuschmeißen. Probier es nochmal. Und wenn nicht, dann musst du einmal dein Handy runterfahren und dann wieder hoch. Tja, herzlichen Glückwunsch. Was denn? Ich muss nur an meinem leeren Salbei-Tinktur fast riechen, anscheinend wird mir schlecht. Kannst du es wegwerfen? Nee. Ich kann es auch niemanden geben, aber ich stehe gerne hier mit euch und kann nichts mehr machen. Das ist auch immer schön. Sonst muss man in eine Stadtverwaltung gehen. Ja, ich glaube, es ist jetzt alles nichts. Ja, dann geh mal in eine Stadtverwaltung, ja? Und dann meldst dich, wenn es dir besser geht, ja? Ja, so machen wir das. Muss ich dazu? Ja, ich muss dazu. Ja, alles klar. Ja, ja. Du... Ach Mensch, Ilse. Gut, dann organisieren wir dir vielleicht mit dem Boot. Noch bin ich da und kann nicht schauen, also nicht lästern. Findest du nicht auch, dass Ilse ein ganz wunderhübsches Make-up hat? Ja. Die ist ein Model. Liebe sie über alles. Die ist ein Model. Ach... Das ist eine Scheiße. Gut. Gut. Mhm. Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... ... ... ... ... ... ... Ich muss das mal ganz kurz jetzt ein bisschen hier umdiskundieren. Könnt ihr mich noch hören? Ja, ne? Ja. Das ist schön, sagst du. Das ist sogar sehr schön. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie ich das Plug-in ausmache, damit ich eben nicht, ist egal, ich gehe mal so in den Supportraum jetzt. Muss man kurz das Ganze maximieren. Ja, ich sehe euch jetzt gerade nicht. Taubbauer anfordern, Grund, ähm, Seilbeutentur, ähm, Gegenstand, wenn die Tasche verursacht. Schmerzen. Das ist so für Disconnect. Gut, wenn es dann soweit ist, mute ich mich mal ganz kurz dann hier. Oder wir gehen einfach kurz in den Pausenscreen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 und er mir das gleiche aus der Tasche, also die mir das gleiche aus der Tasche ziehen können, dann schreibt er mir nochmal bei TeamSpeak. Gut. Ähm. Okay. So. Leon, hallo. Ja. Wo seid ihr denn? Wo bist du denn? Ja, immer noch dort rufe ich vor und zwar. Ach du Scheiße, ich bin auf dem Weg. Dankeschön. Ähm, und? Konnte Stadtverwaltung helfen? Ja, das ist noch nicht ganz sicher. Mal gucken. Ilse, ich sag's dir. Ähm, du... Wir haben einen Code. Das ist aber schön. Ich nicht. Ja, wir holen dich ab. Du musst das über... Du darfst das nicht über dein Handy-App... Ähm... Ja, das weiß ich. Das muss man am Computer in der Hotel Lobby machen. Das ist ja klar. Ja, oder du gehst bei deinem Handy auf... Auf Google. Ja. Na, ich wollte jetzt erstmal nur den Code haben, tatsächlich. Ähm. Ja, und dann später im Otec... Ja. Ganz entspannt machen, wa? Genau, so wollte ich das machen. Ja, wo bist du denn? Ja, immer noch dort, wo ich gerade war. Hä? Ich hab' dich aber... Aber nicht gesehen. Bist du nicht gerade an mir vorbeigefahren? Ja, wo bist du denn? Du bist gerade fast über mich drüber gefahren. Ich seh' dich nicht. Pass auf, ich stehe jetzt... Direkt kurz vorm Zebrastreifen. Stopp! Oh Gott, was will'n. Warte. Bleib stehen. Die Henrietta... Äh, Henrietta ist richtig, oder? Kannst du mich jetzt sehen? Richtig? Ja, Henrietta. Henrietta hat... Komm schon jetzt. Ach so. Am Autohaus. Und 500 Dollar kostet das, oder was? Passt los. Ach ne. Das ist ja ein Traum. Das ist doch der Harald. Harald, einsteigen. Harald. Lass ein, Harald. Hi. Guten Tag. Hi, steig ruhig ein. Hi, hallo. Hallo. Ich hab' dich zufällig gesehen. Aber die Ilse achtet ja nicht drauf. Nein. Du hast irgendwie einen Ordner. Ja, ich sag' es dir. Ah ja. Ich hab' gerade eben versucht, mit der... ...mit der Henrietta zu telefonieren, aber die hatte ich wie Kopfschmerzen. Ja, genau. Meine Nummer hast du nicht, na Harald? Ähm, nee. Ich glaub' ich hab' deine Nummer noch gar nicht. Ja, das... Ja, komm, Harald brauchst du auch einen Lesnet-Code. Ja, ne? Ja, ganz entspannt. Ach. Ach, ach, ja gut. ...kostelos ist ja auch ein verdammt guter Preis. So. Ach, der ist wohl gerade im Gespräch, oder was? Ja, der ist gerade im Gespräch, ja. Na, dann noch kurz. Achso. Hey, kann ich euch helfen? Ne, wir warten nur auf einen Lesnet-Code. Ah, okay. Dann mit dem Herrn mit dem roten Schal reden. Und ein schwarzer Schal. Äh, ja, stimmt. Ups. Wow. Ey, wo hab' da denn die Henrietta zuletzt gesehen? Ja, genau hier hinter uns. Ach, das ist ja klasse. Da kommt die gleich sicherlich wieder nach der Kopfschmerztablette. Denke ich auch, ja, klar, ja. So, ich bin mal gespannt. Ich bin trotzdem nögerisch, ne? Ich hab's noch einstecken. Oh. Jetzt muss ich jetzt noch die E-Mail-Adresse. So. Und Harald, wie geht's dir? Ach, ähm, ich hab immer noch so einen Frosch im Hals, so ein bisschen. Ach, da ist ja die Henrietta. Und, ähm. Tja. Hab in meinen Hals ein bisschen wärmer eingepackt, so ein bisschen den. Nein, stille Technik bereitet mir einfach Kopfschmerzen. Warst du gestern besoffen? Harald? Ich? Ja. Na, wieso? Ja, weil du den Herberten zwei Schlüsse voll im Auto gegeben hast. Ach, das, ähm, sage mir so. So, ich hab gerade die Info bekommen über TeamSpeak. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr tun. Weil die Henrietta konnte gestern Abend das Auto abschließen oder ein paar. Gib mir den mal direkt. Ja, weil der Herbert ist heute schön mit dem Auto herumgegurt. Genau. Ich hör mich mal kurz hier an den Rand. Äh, genau. Es wird sich jetzt im Laufe des Abends drum gekümmert. Der ist mit vom Harald mit dem Auto herumgegurt. Der Janik hat mich gerade beschrieben von Oksansupport. Er kann mir nur leider keine genaue Uhrzeit sagen. Was müsste der ATLS kommen? Der, der Abschleppdienst musste kommen. Ja, äh, fast. Musste nicht, aber fast. Den hatten wir ja schon fast eine Stempelkarte bei. Sein eigenes Auto hat er auch kaputt gefahren. Aha. Das ist jetzt aber... Ähm, nee. Ah ja, da muss ich dem das aber in Rechnung stelle. Ich hoffe, hat er auch getankt. Nee, deins ist in Ordnung. Deins ist ja in Ordnung. Das hat er wohl auch wieder eingeparkt. Das hat er nur auf der Straße stehen lassen für Erweichen. Bis die Polizei kam. Ach nee, es war Ekkos. Mitten auf der Straße? Aber sein eigenes hat er kaputt gefahren. Dabei hat er fast den Leon umgebracht. Was? Das auch noch. Ach so, ja. Wir hatten einen schweren... Was heißt schwer? Schon einen relativen Schwerverkehrsunfall. Ach, das war die Sache mit dem Fuß? Ja, wie soll ich sagen? Die Ärzte, weiß ich nicht, ob die hier eine medizinische Ausbildung haben. Der Herbert ist mit 150 mit seinem Tornado mitten durchs Gelände gefahren. Dann war da so eine Eisenbahnschiene mit so einem Hügel. Da ist er mit 150 rauf. Wir waren in der Luft und sind dann auf dem Dach gelandet. Und ich bin in der Luft aus dem Auto rausgefallen. Ach, du grüne neun. Und die Ärzte sagten, ich habe nur einen blauen Fleck am Fuß. Na, da kannst du dich aber glücklich schätzen. Ah ja. Aber der Herbert, der hat wahrscheinlich... Der hat sein Auto, der ist jetzt komplett... Total schade. Und der Herbert, der hat gar nichts, haben wir jetzt gesagt. Ne, die ist doch teurer als das Auto. Der Herbert hat gar nichts. Weißt du, manchmal, glaube ich, hat er mehr Glück als Verstand. Das ist wie Kinder. Kinder und Betrunkene. Ja, ja. So, aber... Ist hier in der Nähe eigentlich so ein Lade, wo ich mir was zu essen kaufe könnte? Oder hat jemand von euch noch einen Snickers? Oder Donut oder sowas dabei? Leon, hast du oder soll ich? Leon, hast du was dabei? Ich habe in meinem Auto drei Suppen. Dann soll er sich da eins rausnehmen. Ah ja, dann machen wir das gleich. So schlimm ist es noch nicht. Ja, dann gebe ich dir mal einen Schlüssel. Ah ja. Bitteschön. Ah ja, das... Okay, ich gehe mal kurz. Jo. Meinst du, wir sollten das mal den Harald sagen mit den Joints? Das müssen wir ihm doch sagen, oder nicht? Ich nicht. Ja, da. Dann geh mal zu dem Schaltyp da. Da ist schon noch im Gespräch. Ah. Soll mal Hinde machen. Der Harald braucht doch auch einen. Der Harald? Ja. Wer ist? Achso, ja. Der Harald ist der, dem du gerade deinen alten Schlüssel gegeben hast. Der Mann von der Henrietta. Meinst du, ist das so eine gute Idee gewesen? Was denn? Ich vermisse meinen Dominator. Ich auch. Der hat so schön Puff gemacht. Aber wenn wir den Dings auch noch, ähm... tun. Macht der dann auch Puff? Was? Ob der dann auch Puff macht? Bestimmt. Ich will ja auch du das Puff machen. Ja, dann verkaufen wir meinen Caracan. Kaufen wir ein Auto, was ein Puff macht. Nee, der macht ja auch Puff. Was? Der Große macht doch auch Puff. Äh, ja. Das war eklisch. Warum war das eklisch? Weil du mich angerübst hast. So. Das Hübsche hat gut getan. Das habe ich bis hierhin gehört. Was sind denn hier für komische Geräusche? Das war sehr schwierig für mich. Ja, ja, ich... Ach. Ich bin auch gerade am Kämpfen mit Lesnet. Ja, ich will ja nur noch den Code haben. Ja, ich hab's geschafft. Ach so, wer hat dann den Code schon? Der Mann, der dort im Gespräch ist. Ach so. Ist der Autoverkäufer? Der mit dem schwarzen Schal. Der mit dem schönen Pullover. So einen musst du dir auch anschaffen, Haral. Ja. Der gefällt mir sehr gut. Das ist der Sugoi. Ach, das sind wir ins Ilse. Aber der, guck mal, da liegt da hinten richtig hässlich. Der junge Mann hat mir gesagt, das sind gar keine Staubsauger an dem Auto. Sind... Was ist denn das dann? Das sind Turbolader. Oder GTS. Die Laden-Turbo. Dann hast du hier den... Keine Staubsauger. Das verstehe ich nicht. Ja, der sagte was von Kraftstoff und irgendwas von Filz. Der Rest habe ich nicht verstanden. Aber auf jeden Fall sind es keine Staubsauger. Das habe ich verstanden. Ja, das ist ja dann total unpraktisch. Was will man denn mit so einem Auto? Ja, weiß ich nicht. Es sei denn, es macht Öff. Das ist doch eben nur ein Auto. Wenn's Puff macht, ist es wieder gut. Gut, dann musst du den mal fragen, ob's Puff macht. Leon, hast du jetzt gerade welchen den Puff schon wieder gelacht? Es hat geklappt. Ich... Läs nicht. Ach. Herzlichen Glückwunsch, Björnisch. Oh, das ist ja... Was, ich habe das vorhin ja geschafft. Dabei bist du doch viel jünger als ich. Ein Ilse? Oh, der... Ja. Also, der Autoverkäufer gibt uns jetzt gleich den Zugang zu dem Läschnett. Zu dem Nasen... Ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei hier. Ach so. Genau, der schickt euch einen, der gibt euch eine Visitenkarte. Ach ja. Und da steht dann ein Code drauf. Und damit könnt ihr euch dann da anmelden. Ach. Das ist ja klasse. Da brauchen wir da gleich eine E-Mail-Adresse oder kann ich die dann später im Hotel machen? Und du könntest... Also, du kannst es später im Hotel machen oder jetzt, aber ihr dürft nicht die Handy-App-Lessnet euch darauf registrieren. Das lieber nicht machen. Ja, ja, das machst du alles im Hotel. Ja, ich muss gleich nochmal sagen, wie war das, Dibitte. Ja, alles im Hotel. Alles im Hotel? Im Internet. Ach, im Internet. Ah ja, gut. Dann machen wir das dann im Internet. Ist das bei den Leuten von Goggle? Ja, genau. Das weiß ich nicht. Ah ja, gut. Nein, wie lange redet denn da? Ja, scheiß dann noch einer so wie ich. Na, sowas. Was ist das denn? Was denn? Jedenfalls hat er uns den Code auch nochmal auf das PDA geschickt. Ja, ja. Das war sehr freundlich. Das PDA. Achso. PDA. Achso, PDA. Das Personal Digital Advisor drin da. Ja, genau so, ja. Ja. Die Autos hier sind aber, die gibt's die Art in anderen Fragen. Der junge Mann hat mir das erklärt, mit den Staubsaugern übrigens. Achso. Ah ja, die Turbolader. Die Autos sind aber alle schwarz. Jungs, das fällt mir jetzt auch auf, wie du sagst. Ah ja. Die Ilse hat ein neues Auto. Ah, du hast ein neues Auto. Das ist nicht schwarz. Ach, das ist sehr schön. Aber es macht leider auch nicht Puff. Nein. Es macht nicht Puff. Es macht nicht Puff. Eigentlich, so sollten das Puff machen. Das ist orange, das Fahrzeug. Ein oranges Fahrzeug, das ja. Das ist wunderschön. Und der Leon hat's gekauft. Henrietta, wie heißt du bei Lesnit? Penny. Penny? H-E-N-N-Y. Das ist doch der Name, den da der Dame da gesagt hat, die da so Leuchtklamotten anhatte. Henrietta. Hummelberg, ne? Genau. Ich hab dir meine Freundschaftsanfrage geschickt. Oh, da schau ich mal nach. Leht, leht. Jetzt müsste er irgendwo angekommen sein. Hmm. Ah, da. Hatten die viele geile Leserhose an. Ui, mein erster Freund im Internet. Ach, das dauert ja ewig, ist der Fahrtschitz mitreden. Kriegst du mir auch eine? Oh, ich hab was bekommen. Wo seh ich das denn? Ich dachte, wir wären dann Freunde, wenn ich das annehme. Ähm, ja. Du musstest mir jetzt aber auch eine schicken, oder? Hier steht. Wir wären Freunde. Freund. Ja. Warte mal, kann man dir denn jetzt auch schreiben? Stimmt, oder? Wie verfolgst du mich denn? Kann ich dich auch verfolgen? Wie, du verfolgst jemanden. Du stehst doch neben uns. Ähm. Hier steht, dass der, dass Leon Black mich verfolgt. Ei, nee, da müssen wir dich verstecken, wenn du verfolgt wirst. Aber, aber kann ich dir denn jetzt schreiben? Ei, gibt's da vielleicht so einen Messenger? Ja, ja. Also ich glaub, das gibt's. Aber, aber, oh. Du bist weiblich? Entschuldigung. Leon, das war unhöflich. Ich rede von dir, Ilse. Auch das ist unhöflich, Leon. Ja, aber, aber der Herbert sagt dir heute, dass du da was zu hängen hast. Ja, weil der Herbert viel redet, wenn er da auch lang ist. Beim Herbert hängt auch sehr viel. Ich find das nicht nett, wenn ihr so über die Tränensäcke von älteren Damen redet. Ich würd' sagen, beim, der Herbert hängt selber manchmal auch ganz schön. Aber, Henrietta, konntest du jetzt schon wissen, wie man jemanden schreibt? Nee, ne? Nö. Das ist schön. Ich weiß ja gar nicht, wie ich von deinem Profil wieder runterkomme. Das ist auch nicht. Ei, drück mal zurück, dass du. Nee, besser nicht. Oder, oder vielleicht. Oder auch flessnet. Hopp. Hier, wie geht denn das? Das, was die beim, beim Kundendienst immer sagen. Zieh den Stecker und dann wieder rein. Zieh ihn raus, steck ihn rein, wach? Ah ja, also ausmachen und wieder anmachen. Was machen wir an der Dusche? Ja. Ja, so genau wollte ich das jetzt noch nicht sagen. Immobilienbüro. Was machst du an der Dusche? Alte Föhn in die Steckdose, aber nett, wenn's Wasser rollt. In der Dusche? Na, in der Duschzelle. Hä? Oh, hier verkauft jemand ein Haus für 160.000. Weil du zu viel am Handy hängst. Ja. Wahrscheinlich. Er kriegt mal Migräne. Ach, siehste jetzt. Siehste, jetzt können wir auch hier über Lesnet Fahrzeuge verkaufen. Ich will kein Fahrzeug verkaufen. Ich will erst mal in Lesnet kaufen. Ei, ist das dann also, das ist gleichzeitig so ein Kontaktbörse, aber auch gleichzeitig sowas wie Ebay. Ja, genau. Man kann ja auch Häuser verkaufen. Hier ist aktuell ein Haus ein Angebot. Aber keine Villa. Hat das Entpool? Ei, du willst aber immer Schwimmbad, ne? Na klar, da können wir Bull-Bobies machen. Wir müssen nur ein Herbert davor weghalten. Ähm, weiß ich nicht, aber man kann da ja mal nachfragen, was das kosten würde. Ah, ja. Also, es ist, es ist ein Mirror Park. Wir können doch mal vorbeigehen. Ich weiß, wo das ist. Ach ja, das ist ja schön. Können doch mal vorbeifahren. Aber, aber die Esel will ja unbedingt in der Villa. Ich will nicht unbedingt in der Villa. Ja, ich will ein Haus mit Bull, wo wir auch alle Platz haben und ein Keller geschossen haben. Oh, oh. Ein Keller, ein Keller geschossen haben. Und ein dicker Fliege. Wo wir den Herbert reinsperren können. Alles, alles in Ordnung. Ich glaube, die Fliege ist fort. Das war aber ein dicker Brummer. So eine Fliege war da. Da, da ist sie. Na, da, da. Ja, dann hau rauf. Na, da oben. Ja, also, ein Pool in einem großen Keller oder auch in einem kleinen Keller. Hauptsache, schalldicht, wo wir den Herbert reinstecken können. Ich komme gleich wieder, ja? Ah ja. Ist gleich. Schalldichter Keller wäre eine super Idee. Aber, ähm, wenn man den rauslassen, ist es dann, dann ist es aber auch nicht so gut, ne? Das stimmt natürlich. Oh, ich sage dir, der ist heute gefahren wie ein Henker. Aber ich hätte ja jetzt noch eine Frage zu meinem Auto. Ist denn noch was mit meinem Auto passiert, während der damit gefahren ist? Nein, nicht, dass ich wisse. Also, es war so, der ist mit deinem Auto gefahren und dann ging es dem nicht gut, ne? Wie er halt so ist, musste er dann auch gleich schnell auf die Toilette rennen und konnte nicht abwarten. Aber der hat das ja immer zugesperrt. Also, dass wir das auch nicht beiseite fahren konnten. Ja, und dann kam die Polizei und ein Riesen hin und her. Naja, aber ich glaube, eigentlich durfte er nicht mit deinem Auto sein. Ei, Moment. Ich wollte da jetzt noch mal einhacken, da, wo du gesagt hast, da kam die Polizei. Ja, die haben wir dreimal getroffen, dieselben Polizisten. Ich habe schon gesagt, wir kriegen eine Stempelkarte bei denen. Ein Moment mal. Der ist mit meinem Auto gefahren, also mit unserem Auto. Und dann gab es dreimal bei der Polizei und die haben uns angehalten. Das erste Mal war nicht mit deinem Auto. Das war mit dem großen Auto von Leon und mit dem Auto von Leon, sein Kumpel, dem Mike. Da hatten wir alle, den ging es uns allen kurzzeitig richtig schlecht. Der Mike, der Mike. War nicht der, der am Steg letztens dabei war? Nee, das ist ein anderer. Na, und auf jeden Fall, da war die Polizei vor Ort, weil sich der Mike überschlagen hat. Dann habe ich das andere Auto reparieren lassen. Dann war das zweite Mal, da waren wir unter Unterführung, was ich dir gerade erzählt habe, wo der Herbert wieder so schnell das Auto alles verlassen hat und keinen Schlüssel gegeben hat, weil er halt einfach auch niemandem vertraut. Da waren wieder dieselben Polizisten da. Na, und dann nochmal, wo der Herbert mit seinem eigenen Auto zusammen mit Leon den Unfall hatte. Aber hat er ja Angst, dass der auf der Autobahn angehalten wird und aus dem Auto gezehrt wird? Da kann er doch immer noch zuschließen. Ich weiß es nicht. Aber abgesehen davon, der, also, hat die Polizei zufälligerweise, äh, was ist denn das in meiner Tasche? Um eine Gartenschere gegeben, falls du jemals Lust haben solltest, dein Kräuter sammeln medizieren zu wollen. Ach, das ist sicherlich arg. Nee, mach es lieber nicht an sein, dass du Kopfschmerzen davon bekommst. Ach. Die Ese hat schlechte Erfahrung davon. Äh, hä? Das stimmt. Aber, ich wollte jetzt, ich wollte jetzt nur nochmal ganz kurz fragen. Ja. Da kannst du Bezentsch schneiden. Ah, Dual-Schnibbeling. Ähm, hat zufälligerweise die Polizei das Kennzeichen notiert? Sehr wahrscheinlich, ja, ja. Ja. Aber ihn als Fahrer, oder? Ja, die haben ein paar Mal nachgefragt und dann hab ich denen das erklärt, dass das Auto in Harald gehört, aber vom Herbert gefahren wird und der Herbert ganz durcheinander ist, weil der Harald ja dann sauer ist, wenn der Herbert sein Auto fährt. Und, ach, naja, und der Harald und der Herbert, aber sind eigentlich Freunde, naja, aber der Herbert war jetzt weg und der Harald ist auch nicht da. Ähm, Ähm, Ese, wenn du den Harald mal dein Auto zeigen willst, da steht da vorne, ne? Ah, du hast das Auto geholt. Los, äh, Harald, Mensch, jetzt bin ich selber schon durcheinander. Geh mal vor. Also, ihr habt ja ganz viele, äh, Gartelschere. Ja, das, das Auto hab ich Ese geschenkt. Guck mal, wie schön das ist. Ach, das ist ja ein orange Flitzer. Das ist wunderschön, nicht wahr? Ja. Ja, alles gut. Der sieht ja sehr schön aus. Ja, das ist wirklich so schön. Der fährt auch schnell. Ja, ja, ich sag dir, da kann ich gar nicht reden, so schnell fahr ich da. So schnell fährst du damit? Ja, ja. So ein Sportflitzer. Dafür, dafür hab ich mein Lieblingsauto verkauft. Und meins. I was day. Pass auf, jetzt zahlten uns, kommen die bestimmt wieder und dann wollen die wieder dir ein Bußgeld geben, weil du hier stehst. Ja. Aber hier ist doch gar kein, ist hier rot? Nee, aber die kommen immer und wollen Bußgelder verteilen. Immer an den Leon. Dann ist die geil, weil das ist Privatgrundstück. Achso. Aber mit dir haben sie es ja ein bisschen. Und Parkverbot ist im Winter aufgehoben. Du darfst überall parken. Ach, das hab ich noch gar nicht gewusst. Weil man das Rote manchmal gar nicht sehen kann, ne? Nein, der ist immer noch im Gespräch. Das ist, offiziell, die Parkverboter aufgehoben sind. Ach, das ist ja gut. Huch. Ja. Ja, die Schnürsenkel müsst ihr richtig zu machen. Ja, ja. Die Sport machen ja. Ka-ling-ka. Ach, ich könnte da mal Fertschwamm mitreden. Harald? Ja. Ich zeig dir mal ein Auto. Komm mal her. Ich zeig dir mal ein Auto. Weil ja hier keine stehen. Das ist ein Herbert. So eins hat der Herbert? Ne, aber was setzen du davon, wenn wir den Herbert mal so eins kaufen? Dem Herbert brauchst du gar keine Autokurven, der macht sie eh alle kaputt. Also ich bin immer noch, ich bin immer noch dafür, gibt es hier nicht so Tretroller oder sowas. Aber, aber ich habe schon gesagt, oder hier. Also, also mit dem, mit dem Fahrzeug fährt der sich schnellst in den Tod. Hast du gerade auch einen Huhn-Gakann gehört? Ja, manchmal habe ich das, wenn ich mit dem Leon unterwegs bin. Ja, komisch. Vielleicht hat der einen ganz komischen Klingelton an seinem Telefon. Das kann natürlich sein. Die sollen jetzt öffnen, an ihren Handys rumzuspielen. Mein Gott. Ich mache das dann alles später. Ich will jetzt nur erstmal den Code. Wieso müssen da denn zwei Verkäufer mit einem Kunden reden? Ich weiß nicht, wer hier Verkäufer und wer nicht Verkäufer ist. Ich habe keine Ahnung. Der mit dem schmucken Telefon, äh, mit dem Telefon in der Hand und der mit dem... Ich finde die gut. Zwei Menschen Telefone in der Hand. Schubst mich jetzt hier nicht runter, ja? Nee, aber vielleicht wird der Harald ja hier auch noch zwischen uns. Harald, einfach schieben. Also, ich glaube, ich werde den Herbert das Auto für 24.000 kaufen. Also für 24.000. Warum willst du denn den Herbert ständig Autos kaufen? Ja, dann hat der auch mal ein vernünftiges Auto. Ah ja, aber das ist ja... Harald, sitzt du gut. Was dann? Das sieht sehr unbequem aus. Ich sitze ober auf der Lehne drauf. Ja, das ist ein bisschen unbequem. Der sonst setze ich... Ja, klar. Entschuldigung, Leon. Ach, alles gut. Wurde verschoben. Wenigstens sitze ich jetzt hinten dran und kann mich anliegen. Ah ja. So, aber das Auto da vorne, ist das denn schnell? Weiß ich nicht, da können wir mal fragen. Äh, der Jackson, der ist gerade nicht im Gespräch, ne? Oh, jetzt stehen nur noch zwei Verkäufer da. Harald, da geh mal mit. Oh, oh. Geh ruhig vor, Schatz. Jackson? Ja? Zwei Leute bräuchten noch meinen Last of God. Einmal die Dame und einmal der Herr, der da sitzt. Ja, dann schauen wir mal. Einmal lässt den Zugang für die Dame. Ja, bitte. Glaube, das sollte ich hinkriegen. Ne, das hört sich doch schon mal gut an. Danke schön. Dann haben wir auf der vorderen Seite einmal der vordere Abschnitt, das ist der Einladungscode und auf der hinteren Seite ist dann der genaue Webzugang. Am besten machen Sie am Handy einmal den Webbrowser direkt auf und benutzen nicht die Handy-App, denn die stürzt nämlich gerne mal ab. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Wo ist der Jackson? Geht vor dir, aber ich habe gerade zu tun. Die verarschen, du siehst aus wie Kevin allein zu Hause, Alter. Ah, die Klappe. Das sieht aber sexy aus mit deinem Schau. Guck dir mal meinen Pullover an. Guck dir mal das Motiv genau an. Das ist ein sehr schöner Pullover. Das ist vollweilig. Ja, da kommt richtig Weihnachtsstimmung bei auf. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall die weiße Sahne von alleine. So, komm gleich rüber. Ja. Der Harald hat halt Kopfschmerzen, Ilse. Ja, hab ich. Hat festgegangen. Sie haben den Kurt gefunden, ne? Auf dem Kart, auf dem Gärtchen. Hab ich gefunden, ja, ja. Sehr schön, gut. Vielen Dank. Ja, nicht dafür, nicht dafür. Dann warten wir kurz auf den Herbert. Äh, Harald, ach Mensch. Harald. Ja, willkommen. Also, wir sollten echt so schnell wie mir... Und starten nicht... Meld dich nicht an, während du, ähm... ...dass die App auf deinem Handy hast, ne? Dann sitzt du ein bisschen länger in der Apotheke. Da ist schon jemand anders... ...interessiert an das Auto. Ja, ich könnte morgen den Herbert... ...10.000 in die Hand drücken... ...und dann kann er das Auto sich selber kaufen. Oder du lässt es. Der hat ja auch schon ein Auto. Ilse, ist das bequem auf meinem Schoß? Nein, warte ich. Ilse? Ilse. Ja, also, wie mache ich denn das jetzt? Kann ich dann einfach später da reingehen? Indem ich mir diesen Link abspeichere, oder wie? Ja, äh, ja, klar, ja. Ja, du kannst ja... ...abspeichern... ...und den Code würde ich auch speichern. Sonst... Ich raff das nicht. So. So. Kriegst du denn hier einen Code her? Ah, du dele. Ich raff's wirklich gerade nicht. Ja, jetzt bist du Herr Dexen wieder beschäftigt. Vielleicht hole ich mich... ...komm ich hier nochmal die Tage her. Wo fährt der denn jetzt hin? Das weiß ich nicht. Vielleicht zeigt er denen das Auto. Äh, ich krieg... ...komm mal gleich. Macht der Probefahrt? Ich geh mal gucken. Ilse, du kannst dich aber auch neu registrieren, jetzt, wenn wir ja eh noch hier warten müssen. Ja, ich verstehe das nur überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo ihr hier einen Code seht. Na, das Erste. Was denn das Erste? Da kommt erst der Code. Ich raff's nicht. Erst der Code und dann die Webadresse. So wie er's gesagt hat. Sie brauchen nur einen letzten Code. Ich hab einen für Sie. Ah ja, genau. Das bräuchte ich. Oder du fragst, ob sie's dir nochmal auf das PDL schicken können, wenn sie's jetzt nicht finden ist. Ah ja, das wär gut. Moment, ich stipp das mal hier ein. Buh. Also das Blaue, was auf dem Kärtchen steht, das die Webadresse. Und das davor, in schwarz, das ist der Code. Ja. Ja. Ich erst 10.000 Sachen übrigens, ja. Ja. Probierst du das mal? Der Harald immer, ja. Und die Ilse sagt gar nichts mehr. Ein großes A, dann ein Q, dann nochmal ein großes A. Ich hoffe, du hast es nicht über das Handy gemacht. Und dann T wie Theodor, H wie... Weil wenn ja, dann hast du Kopfschmerz. Wie Theodor, also das ist T. Genau. Dann H wie Harald, also das bin ich. T wie Theodor, W wie Wilhelm. Ich kann mich halt grad überhaupt nicht konzentrieren, solange die... Oder sie muss sich an die Nase fassen. Ja, oder so. Ich kann mich auch mal an die Nase fassen. Okay, gerade die Helmung. Schmerzocker. Ad-chimel.com Ah ja, gut. Da weiß ich Bescheid. Habe ich eingeschrieben. Oh, das ist eine Schockstarre. Dankeschön. Die sollen einfach mal kurz warten. Weiß es nicht. So, der nette Mann hat mir jetzt so einen schriftlich gegeben. Ich habe mir das notiert. Und das mache ich dann später im Modell. Ja, ja. Hast du dir das selber aufgeschrieben jetzt? Ah ja, er hat mir den so angeschrieben. Und dann habe ich mir den da im Handy notiert. Ja, aber du darfst es nicht über das Handy dich... Ja, ich habe mir den nur notiert. Wo ist er? Mein Gott, jetzt lasst mich doch mal nachdenken. Na, wir versuchen doch nur dir zu helfen. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ah, Moment. Was denn, Moment? Alles Neuwagen, aber die, die hier unterm Dach stehen, werden nicht verkauft. Das sind alles Aussteller. Die, die im Gebäude stehen, sind Neuwagen, die verkauft werden. Aber alle, die hier draußen stehen, sind Ausstellungsstücke, die nicht verkauft werden. Ich will ein bisschen leiser reden, übrigens. Hallo. Ich, ich, ich... Och. Es ist so besser. Welches? Das ist ganz vorne oder dieser Kleinwagen dahinter? Ich denke... Ah ja. Das ist der Aspo. A, S, B. Wo wollen wir jetzt noch hin? Der Abend ist ja noch jung, ne? Ja, mit B, nicht mit E. In die Mülltonnen wahrscheinlich. Aber lass mal erst mal die Ilse machen. B, wie Bernd. Ich muss ja noch denken. So, ich hab's. Gute Frage. Muss man sich das so ein Passwort aufdenken? Ja. Ja, was denkst du denn, worüber ich die ganze Zeit nachgedacht hab? So, ich bin jetzt auch drin. Schnell ist er nicht, der fährt so, ja, so 160, würde ich mal so. Henrietta, du dürft ihn jetzt finden können. Kein Problem. Soll ich dich mal suchen? Bist du schon im, im Lessnet? Ilse? Die Ilse ist, glaube ich, jetzt drin. Aber, aber mag die Ilse heute, heute nicht mehr mit der Rede? Ich bin, ich bin drin. Ich bin drin. Ich musste nur, das Passwort musste ich mir ja ausdenken. Damit hatte ich ja nicht gerechnet. Es gibt einen Generator. So einen Passwortgenerator. Auf Doogle. Oh, scheiße. Ja, mit dem Nuss. Ich hab mein Passwort vergessen. Siehste? So ist das. Ah, nee, 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 nee. Ich glaub's. Scheiße, auch du, ne? So. Ich glaub, da passt auch ganz viel hin. Ich weiß nicht. Ich glaub, die Henrietta hat auch wieder Kopfschmerzen. Ist ein ganz, ganz... Vielleicht sind hier irgendwelche Wellen unterwegs. Sie müssen hier unbedingt weg. Das seh' ich ganz genau so. Ich geh' mal da rüber. Ich geh' mal schon zu deinem Auto, Leon. Äh, nee, das ist das Auto von Ilse. Achso, du hast das andere weggefahren. Ja, ich hab' das Orangene geholt, ja. Ah. Passt da vier Leute rein? Der Herr Jackson möchte auch mit mir befreundet sein. Ist ja ein Ding. Ach. Vier Leute passen da rein. Ist ein Füße, ja? Oh, ja. Oh, ein Kaffee. Kaffee wäre jetzt sch... Okay, das schau' ich mir mal in Ruhe an. Ilse, das kleine Auto fährt 160 kmh. Nichts, was ist denn? Oh, was ist denn? Ich geh' auch schon mal zum Auto, ich hab' hier auch immer so ein bisschen Probleme. Ilse, ja? Wie heißt du denn auf Lesnitz? So wie ich jetzt. Ich muss hier kurz weg, ich krieg' hier die ganze Zeit Kopfschmerzen durch diese... Scheiße, ja. So, probier' mal das mal am Handy, ja? Ich hab' dir ne Freundschaftsanfrage geschickt. Ja, ich guck' da, später mach' ich nein, das ist mir alles zu erfräschend hier. Aha. Aber... Jetzt bin ich gespannt, ob's funktioniert. Wo können wir dann, ähm, kurze Frage, wo ist denn hier der nächste, ist der nächste Imbiss-Lade? Können wir hin, können wir hinfahren, wenn nicht alle Kopfschmerzen haben? Ah, ja. Ilse. Ilse. So, nur sind wir befreundet. Ich hab' dir die Reklame da angeguckt. Die sieht aus, als würd' die Tennisbälle aus ihren Händen abfeuern und mach' dabei ihr Bein über ihren Kopf. Wer denkt sich so ein Schrott-Ars? So, also das mach' ich lieber dann am, am richtigen Computer. Das ist mir hier mit dem Handy, das muss ich ja schon mal zurecht. Ja, Ilse. Dann, ähm, lassen wir mal... Ich da vorne sitzen. Ist auf. Gut, es hat funktioniert prinzipiell. Ähm. Irgendwie ist deine Scheibe hinten auf. Wohin wollen wir denn? Zum Imbiss. Was für Imbiss? Ja, Irrsch was, wo's was zu essen gibt. Ja, ich könnte auch mal wieder was von... Ich glaub, ich hab' auch ein bisschen Probleme mit den Augen. Kennt' ich. Soll' ich sonst fahren? Ja, fahr' du mal lieber. Kiese, möchtest du denn nach vorne? Warum willst du hinten mit deinem Mann kuscheln? Ja, aber der Leon, der fährt schon. Ist schon gut. Ja, ja. Da kannst du ein bisschen mit meinem Mann hinten kuscheln. Nee, das mach' ich nix. Ach, wir wollten ja zum Imbiss, ne? Ja. Ah ja. Und das Auto macht leider nicht puff. Nee. Da kommt kein Puff. Hat jetzt andere Auto immer puff. Ja, das andere Auto macht puff. Was auf rechts vor links. Das soll mit seiner kleinen Möhre ein bisschen schneller fahren. Das war der Jackson. Wer ist denn der Jackson? Na, der von dem wir den Kuh haben. Ach, der hieß Jackson und das ist eher ein verbindes Schei. Okay. Aber die Bremse sind natürlich schlecht von dem. Ja, es macht auch nicht puff. Aber es ist sehr schön. Hier fehlen mir anscheinend auch ein paar Schrauben an dem Auto. Warum? Was soll wir machen? Wir könnten gleich mal ins Unicorn gehen. So. Ich war dann noch nie. Was willst du denn dort? Der Harbert ist doch gar nicht da. Gibt's da ein Hörner? Hm, ja, ich mach das, äh... Gibt's da? Ein guter Dach, Herr... Hallo, was wollt ihr denn bei mir kaufen? Hallo? Was wollt ihr kaufen? Ach so. Ähm... Ein Burger? Dann nehm ich noch ein Sübschi. Was von... Mann, 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 Mann! Ist gerade alles ein bisschen anstrengend. Oh, der ist nicht... Ah... Ah... Ach, ja... Puh... Puh... Bei den Formen natürlich immer noch einstecken. Gucken wir mal, ob wir was im Körperraum haben. Ja, also wirklich. Der ist aber unhöflich, oder Harald? Also vielleicht fahren wir hier auch gar nicht mehr hin zu dem 24-7. Moment. Basta! Ich sollte besser ins Auto einsteigen. Ist dein Kopfschmerzen jetzt besser? Ja, schon so ein bisschen. Ich habe jetzt mal ein bisschen was in den Kofferraum gepackt, was ich zu einer Tasche hatte. Vielleicht habe ich auch einfach zu schwer getragen. Ich fahre. Wo wollen wir denn jetzt hin? Einmal zum Unicorn. Ich will gucken, was es ist. Hast du dem Herrn jetzt die Meinung gesagt? Ja, ja, klar. Aber ganz nett, natürlich. Ich habe einmal mit meiner Hand über die Glatze gestreichelt. So, dann gucken wir mal, was das hier ist, oder? Das ist ein Büff, das sehe ich doch jetzt schon. Nee, äh, äh. Das ist schön bunt. Ja, sehe ich auch so. Gehen wir mal rein. Willst du doch rein? Ja, mal gucken. Der Harald ist auch schon Feuer und Flamme. Ich wäre ja lieber angeln gefahren, tatsächlich. Was? Du angelst doch gar nicht gerne. Ja, aber lieber als in den Büff gehen. Gibt es da auch Autos zu kaufen? Ja. Im Büff? Im Büff? Ja, du sagst doch immer Puck, wenn du fährst. Bestimmt, ja. Na, aber das ist ein Platz, wo Prostituzide sind. Ach, Quatsch. Ich sage es euch. Was sind denn Prostituzide? Nee, 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 nee. Das sind Frauen mit Zitzen und die lassen sich kaufen. Nee, äh, äh. Kann man Frauen kaufen? Das wäre was für den Herbert. Ja, vielleicht können wir dem den Laden ja empfehlen. Ah ja. So, und das ist jetzt, äh, ist das so, ähm. Der Prostitut Tützen lassen. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, was die in ihrem Müll haben. Na gut, dann nicht. Was ist das denn? Die haben hier Geld auf dem Lamping-Schirm? Ja, weiß ich nicht. Ich geh ja mal rein. Prostitutitzen, ich sag es doch. Können wir einfach wegfahren? Ich geh nicht an den Prostitutitzen-Leuten. Nee, nee, das mach ich nicht. Da ist ja gar nichts los. Gut. Ich dachte, da sind wenigstens mal so nette Leute. Vorallt, geht's dir gut? Ja. Was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir ein bisschen angeln gehen, oder was? Angeln? Ich dachte, wir holen noch ein bisschen Altmetall, oder wie? Ja. Du angelst doch gar nicht gerne, Ilse. Ja, aber der Harald angelt gerne. Und wenn der Harald gerne angelt, können wir das doch auch machen. Ja, wir können... Aber wir können doch vielleicht auch noch... Da müsste ich mich nur umziehen. Wir können mal... Ja. Aber wenn wir dann umgezogen sind, können wir ja nochmal vielleicht... Die Hühner sind vielleicht nachts auch gar net so flink. Können wir auch machen. Ja. Dann nimmt nicht mehr ein großes Auto mit. Na dann lass. Dann nimmt am besten jeder sein Auto mit, weil so mehr Platz haben wir. Oh, das ist eine gute Idee. Fahret, die ist aber ziemlich gerade. Ei... Ja. Oh, ja. Ja. Fahr du ruhig, Schatz. Okay. Oh. Entschuldigung, ich bin rausgerutscht. Henrietta. Henrietta, das passiert schon mal. Ist ja auch glatt, ne? Henrietta, Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Ah, ja. Haben wir ja eben schon festgestellt. So. Dann müsste man uns kurz umziehen. Fahr bitte ordentlich. Die Wachtmeister haben dich eh schon öpp'n Kieger. Ja. Nett, dass die dich jetzt auch nochmal untersuchen oder mitnehmen, so wie den Herrberg. Ähm. Ah, guck mal da. Also du nimmst ja dein Auto wahrscheinlich, richtig? Weil dann haben wir mehr Platz. Ja. Ähm. Und dann nimmt der Harald sein Easy. Und ich nimm meinen Karakara. Und... Schatz, du nimmst dann dein Auto, ne? So machen wir das. Aber... Mach doch mal einer den Motor aus, wenn sie schon aussteigen. Meine Herren. Ja. Wir gehen noch ein bisschen arbeiten. Ein bisschen voller. Was ist denn hier so schwer? So, ich hab nochmal... Super. Ja, das muss ich mir dann in den Koffer. Das packe ich mir dann erst mal. Alles. Alles. Ich hab jetzt erst mal in den Korbacom. So. Wie schon erwähnt, im Laufe des Abends wird dann mein Inventar gefixt. Das kann ich gar nichts mehr machen. Frau Schmerzen. Kalt, komm jetzt. Mal ins Hotel uns alle umziehen, oder? Hallo? Ich muss mich nicht unbedingt umziehen. Ich hab eh bloß die Jeans an. Ja? Ist alles klar bei dir? Ja, ich hatte noch kurz wieder Migräne. Okay, kenn ich. Man, man, man. Es ist ein, es ist ein Wögel. Es ist ein Wögel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das da drin, eigentlich? Was ist das da drin? Jut, 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 Jut. Kann ich mir den Code einmal überbekommen? Das war eigentlich ganz viel kompliziert, du musstest das im Browser öffnen und das ist halt, deswegen habe ich, weil ich mache das nicht IC, also schon IC, aber halt nicht Stream, sondern wollte eigentlich so gucken. Ich habe es jetzt doch so mal nebenbei gemacht, aber dann seht ihr halt nicht viel. Was ist denn mit denen? Würde jetzt jeder Crime-Charakter sagen. Ich sage, schön, dass die hier unten waren. Ich habe auch noch eine Kopfschmerztablette eingeworfen. Vielleicht habe ich jetzt auch nichts mehr mit der Aure. Ja, das wäre schon mal viel wert. Im Gegensatz zu meinem Freund erkennst du aber hoffentlich deine Frau wieder. Ach. Deswegen steht er in der Ecke und schämt sich. Ach, hast du zu ihm gesagt, stell dich in die Ecke und schäm dich? Ja, das habe ich gesagt, da stand er schon in der Ecke. Ach so. Aber ich glaube, langsam hat er sich auch genug geschämt. Ja, so und dann kommt gleich die Henrietta und dann kann man losfahren, ne? Na, mein Auto steht ja auch davon. Ich muss da nur noch ein bisschen was in mein Auto packen, so essen und trinken, weil ich habe die Taschen zu voll. Ach ja. Ach übrigens, ich habe es der Henrietta schon gesagt, wir waren bei Suburban und haben uns solche Rucksäcke gekauft. Und die sind, ach das ist eine absolute Fehlkauf, sage ich dir. Die ist so eine schlechte Verarbeitung, die kriegst du gar nicht auf. Wie, die kriegst du nicht auf? Nein, der Reißverschluss ist da kaputt, bei allen, ich sage es dir. Nun, dann kriegst du die nicht auf und dann kannst du auch nichts rein tun oder auch nichts rausholen, wenn du was rein getan hättest, ne? Ach so. Ja, das nimmst du gar nicht. Also das ist praktisch gesehen, so wie diese aufgenähte Tasche. Ja, genau. Sieht zwar aus wie eine Tasche, aber kannst du nicht benutzen. Ja, ja, genau. Das ist halt alles so billig in Chinawaren, ich sage es. Ja, ich kann mich erinnern, ich hatte mal so einen Sakko. Die hatte so Fake-Tasch da drauf genäht. So nach dem Motto, ja, das ist so aufgesetzt Tasch. Und ich dann so, ja, warum kann ich denn in die aufgesetzt Tasch nichts rein tun? Und dann habe ich die Schere genommen und so aufgeschnitten. Da haben die gesagt so, die so, du hast die aufgeschnitten, die ist doch nur Dego. Und ich dann so, wer macht denn nur aus Dego gründe Taschansangel? Ja, ehrlich, wenn ich Dego will, kaufe ich Kerzen. Genau. Oder irgendwas anderes Degoratives. Ja. Wie zum Beispiel ein Voluten da in der Ecke steht. Ah ja. Das ist auch sehr dekorativ. Ei, hallo Schatz. Ei. Schämt der Leon sich? Ja. Leon hör auf dich zu schämen, ich hab dir verziehen. Der Leon hat anscheinend die Ilse nicht erkannt, als er ein Hotel bekommen ist. Wieso denn das? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht weil wir es woanders aussehen. Jetzt steht er in der Ecke und schämt sich und kommt nicht mehr raus. Oder vielleicht hat er jetzt ach, Kopfschmerzen. Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, der schämt sich immer noch. Ja. Ei, wo sind denn jetzt nochmal die Hühner da? Im Norden. Im Norden, ja, ja. Ich stell mich auch mal kurz ins Eck und guck mal. War auf dich zu schämen. Komm wieder raus hier aus der Ecke. Komm mal oben, neben dem Angelplatz. Leon, es ist in Ordnung, ich verzei dir. Ich seh grad da oben auf die Kräuterwiese. Da geh ich nie wieder hin auf die Kräuterwiese, sag ich euch. Na? Ah ja, gut. Ich werd immer noch drauf, dass es besser wird. So ganz schlimme Nebelwähl, Junge, oder was? Ja, diese Kräuter in meiner Hosentasche, das hat mir nicht gut getan. Da hatte ich gleich so richtige Migräneanfälle und mir wurde auch schlecht und zitterisch war ich. Ne, das war nichts. Ach, hast du vielleicht Gift-Efeu angepackt? Na, wo eher Gift-Salbei. Gift-Salbei? Ja, das scheint sie in Amerika zu geben. Ein giftiges Salbei, das ist ja interessant. Also, und deswegen habt ihr mir die ganze Schere jetzt in die Hose gesteckt. Richtig. Weil ihr nicht Gefahr laufen wollt, den Gift-Salbei da wieder zu bekommen. Richtig. Ach, das ist ja furchtbar. Wissen das die anderen Leute alle? Ne. Ne, ich glaub nicht. Auf jeden Fall hab ich das aber gemeldet mit dem Gift-Salbei da auf der Wiese. Ach so. Ja, besser ist das nicht, dass da irgendwelche Kinder sich noch vergiften. Ah ja. Besser wer das ist. Ja, der Leon, der steht da jetzt. Na, wollen wir schon mal losfahren, der weiß ja wo es ist. Ah ja, der hat ja auch sein Auto. Wir wollten ja immer drei Autos fahren. Komm, warum stehen kriegen wir ja kein Geld? Ne, das stimmt. Ah ja. So, danke. Also Hümerfang. Ab in Augen. Ich schreib dem Leon eine SMS, ja? Ja. Ja. Ab in Augen. Ehm. So. Gut, dann fahren wir mal jetzt da hoch, noch ein paar Hühnchen zu fangen, bisschen Kohle zu machen. Ähm, ich weiß nicht was von Leon ist, der hat glaube ich wahrscheinlich gerade Kopfschmerzen höh ich an. Und zwar massive Kopfschmerzen, so wie es aussah. Aber wir haben das IC damit gelöst, dass wir ihn halt SMS geschrieben haben. Die Rasen aber ganz schön jetzt zwar. Oh nein, das Zimmer ich würd raten. Ich bin mir gerade unsicher, ob das die Sings sind oder ob das... Was ich nicht tun soll, der fahrt mir wieder an ihre Stoppstraße hinten rein. Was ich nicht tun soll, der fahrt mir wieder an ihre Stoppstraße hinten rein. Gehen wir mal noch ein bisschen arbeiten. Aber sonderlich lange werde ich heute glaube ich auch nicht mehr machen. Uiuiui. Sinds Schlittern hier heute? Äh, ja, sonderlich lange werde ich heute auch nicht mehr machen. Äh, ich würd gern morgen früh vielleicht nochmal so ein bisschen streamen. Ähm, vielleicht dann mal ein bisschen Geld verdienen nochmal. Hab ich glaub ich drauf geachtet wo ich langfahne. Wir müssen jetzt eh noch Sachen im Kofferraum packen. Dann haben die Taschen voll mit Joints und den ganzen Spaß. Guck mal die Joints dürften nicht so viel wiegen. Alles klar, sagst du? Nehm an du lässt den Stream nebenbei noch laufen. Gute Nacht. Viel Spaß morgen auf der Arbeit. Lass dich nicht ärgern und vor allen Dingen nicht stressen. Sobald du jetzt ins Bett gehst und eingeschlafen bist, wird sie entführt. Das würde mir jetzt noch fehlen. Ich hab jetzt eigentlich gerade gesagt, ja. Ich hab gerade ja gesagt, ich würd nicht mehr so lange machen wollen. Dann würde es ja eigentlich passen, wenn noch was passiert. So, die Öse ist die erste hier. Parkt jetzt erstmal noch ein bisschen was im Kofferraum. Es war immer die andere. Dann... Prinzipiell könnte sie auch die zweite Lasanne jetzt da reinpacken. Hau, viel, viel, auch nicht. 7,3, das sieht doch schon besser aus. Hier retten... Bin an... Jetzt scheint raucht sie nachher vielleicht noch einen. Die Zigaretten könnte sie auch mal da reinpacken. Wobei die sind halt auch nicht schwer, ne? Bring mal ein Süppchen, ne? Bring mal ein Süppchen. Und mach sie kurz zu. Wo bleiben die denn? Wer ist denn gefahren? Wer ist denn gefahren? Er ist gefahren. Wer ist denn gefahren? Wer ist denn gefahren? Ähm... Ils, ich wollte dich gerade anrufen. Ja, wo seid ihr denn? Ei, ähm... Wir kommen jetzt zur Hühnerfarm, aber wir haben eigentliche Dankstelle gesucht, weil der Dank ist so froht. Und ich hätte schwören können, als ich beim letzten Mal mit dem Herbert da lang gefahren bin, da war da eine Tankstelle. Aber da war jetzt keine Tankstelle. Na, wenn ihr ein Stück weiter fahrt, Richtung Norden auf dem Highway bleibt, da kommt dann eine Tankstelle. Ach, ein bisschen weiter nach Norden? Ja, Richtung Hühnerverarbeiter. Da fahren wir ja gleich viel lang, ne? Ja, ja, aber fahr lieber erst Dank, glaube mir. Erst Dank gefahren? Ja, ist sinnvoller. Da fährst du einfach noch ein Stück weiter nach Norden und da kommt dann eine Dankstelle. Okay, wir sollen zurück zur Straße und ein bisschen weiter nach Norden und da kommt Weil wenn das schön rot ist, kommt ihr nicht mehr weit und nicht, dass ihr dann stehen bleibt, ne? Ja. Ah ja, gut, okay. Ansonsten, wenn ihr stehen bleibt, müsstet ihr nämlich ein OCLS anrufen und das dauert ja dann. Okay, ich hoffe mal nicht. Ja, ansonsten müsste ich euch dann abholen. Aber fahrt einfach nach Norden Richtung Hühnerverarbeiter und da kommt eine Tankstelle. Okay, machen wir. Und dann kommen wir mal zu dir. Nun, bis gleich. Bis gleich. Tja, Ilse. Machst du mit dem angefangenen Tag, ne? Was ist los, Ilse? Da, Ilse, geht's gut. Die Ilse lässt es richtig krachen. Ach, Mäuschen. Ich finde die Joins toll. Und die Ilse findet es auch toll. Das ist ja rein, rein medizinisch das Ganze. Ich sehe das kommen, dass die stehen bleiben. Ich sehe das echt kommen. Wie schön das einfach ist, ne? Also ich finde das echt einen coolen Effekt. Tatsächlich. Ja. Ja. Gut, Ilse. Das Auto sieht auch voll schön aus mit so einer Flick. Ja. Voll schön. Gut. Was haben wir denn jetzt noch in der Tasche? Ich hab grad schon nachgeguckt, ne? Sechs Kilo. Drei Wiener. Den Kaffee lassen wir mal. Die Munition könnte man eigentlich da reinpacken. Die braucht die Ilse eh nicht jetzt gleich. Sonst hast du jetzt nix spannendes im Kopfraum, ne? Wanns Kasten ist wichtig? Kleine Schaufel ist wichtig? Die Angel ist gut. Ohne die Kilo ist dann alles okay. Achso. Fließ bitte zu, Ilse. Dann kannst du schon mal anfangen. So. Steht die Ilse wieder mal alleine beim Hühner fangen. Ist aber eigentlich auch ganz angenehm, ne? Jetzt mal ein bisschen Ruhe. Ich find's übrigens cool, dass wenn du einen Schein traust, ja, dass dann auch der Hunger schneller sinkt. Das find ich voll geil gemacht. Ich frage mich, wo der Leon sich grad rumtreibt tatsächlich. Der hat anscheinend keinen Bock auf uns. Huch. Jetzt war der Effekt vorbei. Es ist voll traurig, wenn der Effekt vorbei ist. Und da kommt ein Auto. Lüse ist, er gibt ja Mühe jetzt. Da steinklende B fizere. Justl residuen, das ist so gerne. converotzt. Aber es geht einfach nicht. Und hier kann House to Hen qualificationen einstellen. Du Down, der sichuge der spiral wird, die in der Mitte ist. So mitten an der Nachtgrenze allein ist schon gruselig hier, ne? Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie beim Hühnerauffangen entführt wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Also nicht. Da kommt ein Auto. Ich stelle mich mal hinter Mainz. Oder so hier, dass die nicht in Mainz reinfahren. Ich hoffe, die sehen das. Ich habe das gefunden. Gerade so geschafft. Sehr gut. Nicht, dass er dann stehen bleibt ohne Sprit. Das muss ja nicht sein. Gibt es hier... Was gibt es hier? Ob es hier eine Pannenhilfe gibt? Heißt du das Auto bitte auf? Wie wollen wir denn die Hühner da rein tun? Den ACLS, den gibt es. Da waren wir ja auch schon Stammkunden. Aber das ist relativ teuer, wenn da was ist. Ich habe heute auch 1700 Dollar bezahlt. Für ein paar Schramm. Uiuiui. Ja, ja. Das wäre schon immer gut, wenn es nicht passiert. Ja, da hast du Hühner. Ab an die Hühner. Wer zuletzt einen Huhn gefangen hat, der... Der hat verloren. Der ist der Harald. Der Harald? Ja, du kennst mich doch. Ich habe schon spät angefangen. Wahrscheinlich wieder. Ihr habt jetzt einen Vorsprung. Ich habe schon 2 im Kofferraum liegen. Du hast schon 10 im Kofferraum liegen? 2, 2. Ich habe erst... Ich habe erst noch ein bisschen eine Entspannungszigarette geraucht. Ja, also diese Entspannungszigarette. Und dann habe ich angefangen. Meinst du den Juin? Ja, genau. Ei, hast du zufälligerweise was vom Leon gehört? Und die ist nicht schlecht? Nein, ich habe nicht vom Leon gehört. Und nein, mir ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich verbrauche das ganz gut. Die Henrietta hat schon mal da... Ich höre den, Harald. Der redet zu viel zu leise für mich. Henrietta, hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich, Harald. Nein, vom Leon habe ich nicht gehört. Ich weiß nicht, ob der so jetzt Orchenbienen nochmal in der Apotheke ist oder so. Keine Ahnung. Ich habe eins. Ich habe auch eins. Der Harald hat verloren. Das ist so. Richter Harald. Oh. Ist alles in Ordnung? Da war ein Fleisch. Aber was für eine. Heiler, die Waldfee. Ja, ja. Ne, ist alles in Ordnung, glaube ich. Ich habe die Tasche schon voll. Ihr packt euch doch was in den Kofferraum. Ja, aber als ich angefangen habe, wusste ich das nicht. Ich glaube, wir packen uns mal alles in den Kofferraum, was kein Huhn ist. Ja, ich habe auch bloß das nicht Notwendigste. Ich habe das Hübschen noch in der Tasche. Aber ansonsten habe ich alles in den Kofferraum gepackt. Die sind so synchron, Schätzelein. Ihr seid wie füreinander bestimmt. Ja, da sieht man die Liebe. Und sie gehen auch gleichzeitig zum Auto. Ist unfassbar. So. guck. Au reis. Vielen Dank. Esi, ich habe dir übrigens schon eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ach, ne, sehr gut. Euch guckt das später mal rein. Das ist mir zu umständlich hier mit dem Handy. Ja, das stimmt. Das geht mit dem Laptop oder Computer viel besser. Da ist auch die Schrift nicht so klein. Ja, ja. Und immer wenn man gerade am Gucken ist, da redet uns jemand an. Das stimmt. Ach, bei eurem Auto ist wohl auch eins. Ja, das schwirrt da irgendwie rum. Vielleicht hat es sich unterm Auto versteckt. Ja, das kann natürlich sein, ja. Scheiße. Okay. 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 für ihr. Henrietta, ganz ehrlich, das macht viel mehr Spaß als das alles andere, was wir bis jetzt gemacht haben. Das ist richtig. Und man hat was mit Tieren zu tun. Ja, eben. Und ein bisschen frische Luft. Es ist ein bisschen wie auf dem Dorf früher. Ja, das stimmt. Das ist schon schön hier oben. Naja, das Mehl sammeln ist zwar gut für die Umwelt, aber ich weiß auch nicht, ob das dauerhaft was ist. Man verdient gut das Geld, da kann man nicht meckern. Das stimmt, da kann man nicht meckern. Das ist auf jeden Fall besser als die Grube. Nein, die Grube, das geht gar nicht. Es tut mir leid, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Da kann man höchstens mal gucken, ob man ein paar neue Schuhe findet, wenn man keine mehr hat. Aber wir haben ja Schuhe. Eben. Und ganz ehrlich, da gebe ich lieber 100 Dollar aus und habe ein paar Schäne, ein paar Schuhe, als eine Stunde in der Grube rumzulungern. Ja, das ist richtig. Ei, sag du mal, wofür haben wir eigentlich noch mal diese kleine Schaufel da benötigt? Für die Grube. Für die Grube. Ich bin schon am überlegen, ob ich das Ding einfach wegwerf. Ah ja. Ich habe eh nicht drüber nachgedacht. Es nimmt ja nur Platz weg. Ich meine, die Angeln kann man ja behalten. Das kann man ja nebenbei immer mal machen. Ah ja, Angeln ist ja auch ganz entspannt, wenn so ein Herbert und Leon sich nicht in die Haare kommen. Ei, ei, da sagst du was. Ich bin ja froh, die haben sich ja anscheinend wieder vertragen. Ja, ne, wir waren ja heute Morgen unterwegs, ne. Und da haben die sich ein bisschen ausgesprochen. Dann hat der Leon, ne, der hat für die Freundschaft zum Herbert ein bisschen Geld springen lassen. Ja, und seitdem mögen die sich wieder. Ich halte mich da raus, ich sag da nichts dazu. Ich meine, der Herbert weiß auch, wie er es macht, dass er so ein bisschen Kohle kriegt, ne. So, ich werfe jetzt die Schaufel weg. Ich gehe nicht mehr in die Grube. Außerdem stehen da überall die Feuer rum. Das ist doch gefährlich. Ja, das geht auch auf den Rücken, die Grube. Das kannst du nicht dauerhaft machen. Ja, zur Not kaufe ich eine neue Schaufel. Ähm, jetzt ist es ja nicht so, als wären wir bitter arme Leute, ne. Ja, Stück für Stück zum Glück, sag ich. Ja, ja, miesam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Ne, ich werde wohl auch bloß die Angel behalten. Weil Angeln, das können wir ja hin und wieder so ein bisschen als ein Hobby machen, weil du machst das ja gerne. Ah ja, Angeln ist ja auch ganz entspannt. Wie gesagt, das hat so was meditatives. Ja, aber nicht so meditativ wie das Kräuterflicken. Ne, ist das noch meditativer? Also, ne, ich weiß auch nicht. Ich habe mir das auch ein bisschen besser vorgestellt, zu stehen mit ein paar Salatpflanzen und so, aber das war mir nicht so meins. Ah ja, aber vielleicht gibt es demnächst ja auch noch andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Ja, man weiß es nicht. Ich muss nichts zum Koffer haben. Sag mal, wie viel passt denn in deinen Kofferraum da rein? 30, aber ich habe glaube ich auch schon ein bisschen was drin. Packt, kriegst du da noch was in den Kofferraum? Ich weiß nicht mehr jetzt. Aber was ist denn da alles drin? Na, nur ein paar Suppen und so, aber irgendwie passt da nicht wie weit. Wie schwer ist dann so ein Hühnchen? 4 Kilo wie zu ein Hühn. Passt bei dir noch was in den Kofferraum, Ilke? Na, drei Hühner passen nicht mehr rein. Das habe ich gerade versucht. Ei, wie viel Hühne haben wir dann jetzt? Ich habe nur 4. Hm. Ich habe 1. Hast du nicht deine Sachen in den Kofferraum getan? Nein, bei mir passt nicht mehr rein. Na, ich wollte es machen, aber da hast du den schon vollgeladen gehabt. Ich habe jetzt 8 Hühner. Ach, jetzt habe ich Platz. Ich könnte 1 passen. Ich habe nur 4. Trink mal eine Suppe, vielleicht passt dann wieder was. Ja, das ist manchmal hilft das auch, ja. Da kann man mehr tragen dann. Wenn man frisch gestärkt ist, vielleicht kann man dann noch so ein Hühn heben. Das stimmt, das probieren wir jetzt mal. Nein, also ich nicht, glaube ich. Ei, ei, ei. Ich habe die Schaufel jetzt auch weggeworfen. Die braucht ja kein Mensch. Ich weiß gar nicht, wo ich meine habe, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich die dem Herbert geschenkt. Also beim Leon klingelt es aber, da geht es nicht ans Telefon. Vielleicht fährt er ja gerade Auto. Das kann sein. Ja, ein Hühn ging noch. Ich habe dann 5 insgesamt. Ja, ich habe insgesamt also 5 im Kofferraum und 3 habe ich nur hier so unter die Arme geklemmt. Ich glaube, der Herbert will unbedingt noch das eine Hühn, was sich die ganze Zeit unter eurem Auto versteckt fangen. Ja, das habe ich gerade auch schon versucht. Ich habe es aber nicht bekommen. Das lässt dem keine Ruhe. Ja, nicht, dass er das überfordert, wenn wir dann los machen. Das wäre ja schade drum. Das stimmt. Ich glaube, ich verscheu es. Moment, ich habe es gleich. Wenn du deine Zigarette da rausnehmen tust, da passt vielleicht noch eine Hühnchen rein. Und Zigaretten sind doch nicht so schwer wie ein Hühn. Ja, das ist nett, aber ich glaube, wenn man das anders positioniert, da passt da gerade noch ein Hühnchen rein. Na, ich komme gerade nicht daran. Gegen deiner Fuchtelei wahrscheinlich. Hast du dich gerade angerufen? Ja, ich hatte dich gerade angerufen. Ich wollte wissen, wo du bist. Äh, ich bin im Hotel. Ach, du bist im Hotel. Kommst du noch mal hoch oder nicht? Hm, wie lange seid ihr noch da? Nicht mehr lange. Oder wie lange seid ihr noch aus dem Hotel? Nicht mehr lange, glaube ich. Na, lässt du mich jetzt mal da dran oder was? Länger als eine Stunde? Nee, ich glaube nicht, tatsächlich. Ich kann es doch nicht genau sagen, aber ich glaube nicht, dass mir noch länger als eine Stunde wach sind. Nee, nee. Ja, ich bin erst mal im Hotel. Ich komme, ach, ich bin nicht an die Voraum. Gleich muss ich gerade auch uns kommen. Sonst melde ich mich und da werde ich ja sehen, ob ihr da seid oder nicht. Ja, so machen wir das. So machen wir das. So machen wir das. Bis dann, Leon, ja. Ja, bis dahin. Viel Spaß noch. Gute Nacht. Jo, nacht. Entschuldigung. Dann lass uns einfach zum Schlachter fahren. Willst du es nochmal versuchen? Okay, dann fahren wir. Wisst ihr, wo es lang geht? Ähm, ja. Wollt ihr vorfahren oder soll ich vorfahren? Der Huhnverarbeiter ist es, ne? Ja, ja. Ich fahr. Und Leon ist jetzt erst mal im Hotel. Alles klar. Oder? Der ja den Großen nehmen kann ja. Mit Stoppstraßen habe ich es ernsthaft nicht. So, ne? Okay, Stoppstraße auch nicht. So, dann fahren wir zum Hühner-Verarbeiter. Ich werde jetzt mal fragen, vielleicht wollen wir noch ein bisschen Müll mit einem oder so. Sie wird schon noch ein bisschen was machen eigentlich. Allerdings ist es auch schon halb elf, das darf ich nicht vergessen. Ich gehol die mal. So können wir auch noch danken. So können wir auch noch ein bisschen was machen. So können wir jetzt ins coordinated. So können wir auch noch ein bisschen was machen. Die Ilse zahlt immer, also die Ilse wird niemals mit Absicht eine Tankrechnung bringen. Aber es liegt der Ilse einfach nicht, das macht die nicht. So... 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 So, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich jetzt das verarbeitete Hühn hier noch dazwischen quetschen kann. Geht das mit deinen Hühnern? Ja, jetzt geht's. Ich habe noch Hühner im Kofferraum, falls noch jemand welche will. Nee, ich kann leider nichts tragen und nichts tauschen. Ach, du kannst Hühner, es passt noch ein Hühner in unseren Kofferraum. Ach, unverarbeitete Hühner, hast du noch? Ah, ja, Moment. Aber du hast vier Stück, oder? Nee, so viele kann ich nicht tragen, tatsächlich. So. Ich habe doch auch noch die Jöhens einstecken. Ach, die Jöhens. Die sind so schwer. Ja, und ich will die nicht in den Kofferraum tun. Und im Kofferraum liegt der Angel, da liegt Munition, da liegt, ach, was liegt denn da alles noch so? Ich weiß es gar nicht. Tequila-Sandreise. Aber uns ist vor allem Suppe und die Agel. Die Suppe nimmt wirklich sehr viel Platz weg. Das stimmt allerdings. Ich trinke mal schnell einen Kaffee. Ja, vielleicht kannst du ja noch einen Huhn nehmen. Da hat sie sogar recht. Jetzt habe ich nur noch eh Hühnchen im Kofferraum. Ich gehe schon mal zu der Dame, ja? Eh Hühnchen, das könnte vielleicht passen, Moment. Könntet, also eh noch nicht verarbeitet das, na? Da müsst ihr aufpassen, das fliegt sonst weg, wenn ich den Kofferraum zu lang öffnen lasse. Ah ja, Moment. Ah ja, ein Hühnchen, das könnte ich noch nehmen. Moment. Ja, warte, ich mache einen Kofferraum öff. Ah ja, du machst auf, ich schreibe es mir. Ja, schnapp es dir. Hast du es erwischt? Das ist flink. Ja, ja, ich sage es dir. So, ich habe es. So gut. Ich setze mich dann so lange ins Auto. Ah ja. Ach, hast du nichts mehr? Ach so. Nein. Ja, das war so flink, das hätte ich so nicht erwischt. So, und der Leon, der kommt jetzt nicht mehr. Nein, der Leon ist jetzt erst mal ins Hotel. Der hat gefragt, wie lange wir noch ungefähr wach sind und er hat gemeint, er ruft dann vielleicht später noch einmal an. Ach so. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt erst mal gesagt, nicht so lange, ich kann es jetzt noch nicht einschätzen. Nein. Vielleicht gehen wir ja noch mal ein bisschen angeln, so Nachtangeln oder so. Nachtangeln, ja, das wäre ja schon schön. Weißt du, dass wir jetzt zum Chinesen, also zu dem Herrn Nesen fahren, die Sachen verkaufen, auf die Bank schaffen, was wir einnehmen und dann sagen, wir tun uns noch ein bisschen gemütlich an den Anglersee, du weißt schon. Ja, das wäre, das wäre Idee. Weil da müssen wir bloß ein paar Fischeln fangen und dann können wir auf den Rückweg, mehr oder weniger auf den Rückweg, die Kleiner verkaufen und dann gehen wir schlafen. Müssen ja nicht ewig machen, Das wäre eine gute Idee. So zehn Minuten, Viertelstündchen, mal ein bisschen angeln, oder ein halbes Stündchen hin. Ja. Aber ein bisschen zum Runterkommen. Ich sage dir heute früh mit dem Herbert und dem Leon zusammen, das war schon anstrengend. Ah ja, aber der Herbert ist ja generell so ein bisschen, ich sage es mal freundlich, anstrengend. Ja, denn der fährt wie ein Henker, also mal ganz im Ernst, das hätte sonst was passieren können. So, fertig. Ich auch. Hätte ich das gewusst, hätte ich das große Auto genommen. Aber na ja. Ah ja. Ich mag eins auch. Das ist so ein kleiner Orangener Flitzer. Das ist schön schön. So, gut. Dann fahren wir jetzt, zudem ist der Lee nicht da unten in die Stadt. Ja, ja. Der Lee ist da unten. Dann fahren wir jetzt zum Lee. Oh. Und die anderen sind hervorgefahren. Wir holen die ja eh wieder ein. Also sehr wahrscheinlich holen wir die wieder ein. Spätestens dann, wenn wir auf dem Highway sind. Ich hätte schon noch Bock ein bisschen auf Angeln oder so, aber halt nichts Aufregendes. Meistens, wenn ich das sage, geht's schief. Okay. 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 Da kommen wir doch. Vielleicht haben wir auch nie einen. Die Ilse hat sich durch den Leon ganz schön das Autofahren beifragen lassen. Die ist um einiges mutiger geworden. Wir sollten, glaube ich, einfach ein bisschen Abstand zu den beiden halten müssen. Schade, glaube ich, nichts. Weil die können fliegen, wenn man offensichtlich das sieht. So, bis jetzt habe ich auch noch die Salbei-Team-Tour in der Tasche. Ähm. Er konnte mir halt auch nicht sagen, wann das wird. Also, was ist denn mit dem Wurst? Ich finde das bisschen lustig. Die brafen mir überall dagegen. Das ist ein wahres Brauerspiel. Ich kann leider auch nicht sehen, ob der Antat noch online kommt. Wobei ich jetzt weiß, dass der heute noch Bock auf RP hat. Der ist ja bei der Weihnachtsfeier. 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 Das 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 ist ja bei der Weihnachtsfeier. So, Herr Linese. Du, Ilse? Ja. Ist dir irgendwas passiert auf dem Weg hierher? Ich wollte euch dasselbe fragen, tatsächlich. Es ist ja ein Ding. Ja. Also, das Auto, ja, zum Glück war es vorher schon klein, sonst wäre es jetzt noch zwei Nummern kleiner. Hatte dein Auto schon immer so eine ganz spitze Nase? Mein Auto sieht ganz normal aus, tatsächlich. Aber ich bin erschraut. Ja, und das auch, weißt du? Ja, ihr könnt ja auch fliegen. Ach so. Ja, ja. Aber ich glaube, die Joins heute, die fahren ein bisschen viel für uns beide. Ja, ich glaube auch. Lass uns das Geld dann schnell einzahlen, ja. Ja, und wir haben uns überlegt, dass wir, wenn wir dann angeln fahren, dass wir unser Auto wegbringen. Mhm. Und dann alle mit deinem Auto fahren, weil wir machen uns ja eh nur einmal die Taschen voll. Ja, das stimmt, das machen wir. Gute Idee. Okay. Also, wir fahren einmal schnell zum Geldautomaten. Warte kurz auf die beiden. Die haben es wahrscheinlich eh nicht gesehen, wie ich, ja. Also, ich bei ihnen, die haben es bei mir gesehen. Ja. Gut. Brauchst du nicht. Das sind D-Sings. Das sind ganz stinknormale D-Sings. Das ist jetzt nichts irgendwie Besonderes. Deswegen halte ich tatsächlich ein bisschen mehr Abstand zu den beiden. Weil ich immer nicht so genau weiß, wo sie sich denn jetzt genau befinden. Das ist aber jetzt nichts irgendwie. Das ist in der Bank. Das ist in der Bank. Fährst du mal vor. Ich weiß nicht, wo der Automat ist. Ach, ich habe mich schon gewundert, warum wir hier halten. Fährst du vor? Ja, mache ich. Das ist in der Bank. Das ist in der Bank. Das ist in der Bank. Ich habe mich schon回去. Das ist in der Bank. Ich habe es auch erst gedacht. Aber es war auch nicht. Der hatte nur einen ähnlichen Stil. Achso. Achso. Glaube ich. Hoffe ich. Geht unser Auto weg. Ah ja. Ja, ich fahr mit auf den Parkplatz hinter. Ja, ich fahr mit auf den Parkplatz. 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 Gut, dann einmal zum Anglerteich hoch. Ach, ich könnte ja nicht Anglerteich mehr aus dem Kofferraum nach oben. Harald kommst du mal kurz zu mir. halt kommen wir eben mit ja wo wollen wir dann hin damit guck dir mal dieses auto an ja wie das würde ich so aussieht vorher oder war der ich weiß nicht ob der jeun schlecht war oder die suppe aber ich glaube ich kann euch ganz doll versichern es ist alles in ordnung ich bin auch der meinung des auto ist in ordnung ist sie ja davon würde ja die eße nicht damit fahren ich kann euch versichern das auto ist fällig in ob das glaube ich dir aber irgendwas muss mit der suppe nicht in ordnung gewesen sein ja aber wenigstens ich kann ja dann läuft der herbert das herbert dubel haben wir hinterher sieht wirklich aus wie herbert das fahrt doch ein bisschen da kommt doch schon her gelaufen wenn das auto anders aussieht ist nennt sich heute glaube ich ist vielleicht ist der so modifiziert ist nennt sich body kit das sieht der körper anders aus tatsächlich war ich auch erstaunt was ihr so viel kunststückchen kennt ach so ja ja ich sage dir das ist die luft was macht die henrietta jetzt ich weiß auch nicht was die henrietta da so macht quatsch die denn den pseudo herbert fällig anscheinend ja sie denkt halt es wäre wirklich der herbert das ist auch nicht wenn das der herbert ist dass der uns nicht anruft der hätte uns doch sofort angerufen sobald er aus dem hotel gekommen ist jetzt unterhalten sich aber schon ein bisschen lang das ist verdächtig aber der herbert ist doch nicht verletzt und der herbert kennt doch keine jungen frauen mit langen schwarzen haaren der herbert kennt überhaupt keine jungen frauen und erst recht keine jungen frauen ach ja ich bin jetzt mal gespannt willst du vielleicht dahin fahren nicht dass da gefahr besteht ja warte ich mach gleich müssen wir ganz kurz einen schluck trinken ach ja aber der sieht auf die entfernung aus wie der herbert wie ein kopf und arsch ne ja aber ja ist es nicht hey henrietta kommst du ja ich bin schon da harald ja der sieht im herbert zum verwechseln ähnlich auf die entfernung ne ja das ist der oscar ja 84 jahre alt alter oscar älter als wir aber jünger als der herbert ach das ist ja fantastisch da den vielleicht da müssen wir den herbert mal sagen da ist noch einer der ist zwischen uns ja wenn der jetzt nicht beschäftigt wäre würde ich ihn ja fragen ob er mit angeln kommen will ach ja so ab zum angeln will du konzentrierst du dich auf ordentlich ja ja ich konzentriere mich voll auf die straße jetzt sehr gut es ist so anstrengend so knopf zu drücken nebenbei wenn ich streamen würde hätte ich wahrscheinlich push-to-talk an äh nicht push-to-talk sondern ähm sprachentiegepusten an aber dadurch dass ich streame und immer mal wieder mit euch rede hab ich das nicht und ich fahr ungern mit tastatur ich fahr tatsächlich lieber mit controller und deswegen ähm muss ich mich immer muss ich die ilse immer ganz zeit konzentrieren beim autofahren wir fahren jetzt noch mal zum andelsee bruder bruder das wird den kleinen fischen gehen bloß noch so 10 minuten oder so also wirklich nur taschen voll machen einmal und dann verkaufen und dann gehen wir ins hotel das ist aber wirklich lange machen wir jetzt nicht mehr es sei denn es passiert im rp noch irgendwas super spannendes wo wir natürlich dann nicht einfach weg gehen können das ist das schöne an rp du weißt es woher nie so 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 So, wie weit ist das denn noch bis zu dem Teich da? Nicht mehr weit. Ich will hier nur nicht so triebhaken, nicht so wie der Herbert, dass ich dann nicht auch einen Unfall habe hier. Ah ja, das ist aber auch ganz schlimm da. Also der Herr, der fährt ja. Ja, der ist ja hier abgehoben. Du Harald, wir haben einen Friseur entdeckt, der Badverlängerung macht. Möchtest du da mal eben hin? Es gibt, es gibt jetzt ein Papier. Du musst jetzt aber ja oder nein sagen. Sprechen Sie jetzt. Ach, ähm, wisst ihr wie teuer das ist? Teuer, oder willst du mal schon mit dem Herbert? Ich fahr glaube ich mal schon mit dem Herbert mal dahin. Ja gut. Der ist hier quasi um die Ecke. Den haben wir gefunden, als die Esel nach einer Tankstelle gesucht hat. Hoffentlich gibt es heute nicht wieder eine Schläscherei hier. Na dann gehe ich aber nicht mehr angeln. Dann gehe ich lieber nur noch Hühner fangen. Ne, ich würde jetzt A sagen. Was würdest du A sagen? Was würdest du A sagen? Have you ever been? I don't know what you are. Are you all? Are you all? Are you all? nichts mehr sagen ja also ich würde schon jetzt was ich war tief in gedanken weißt du wie das so ist wenn ich mal drüber nachdenken wie viel hemden ich damals immer gebügelt habe als ich noch als ich war es war noch berufstätig waren jeden sonntag das hemde bügeln ach das ging mir so oft geht es ja das haben wir eure angeln dabei ja hier habe ich da habe ich noch ein auto geholt ja das ist gut ich wollte ich eine frage weil da war angel im kofferraum das war meine ach so das ja gut so dann parken wir da ist kein anderer dort ist es ja gar nicht so schlecht so ist zu henrietta henrietta ja ich komme gleich moment ich muss kurz nachdenken die henrietta denkt noch ja dann lassen wir mal nachdenken aber wir lassen sie nicht hier oben alleine stehen ganz alles na am ende kommen noch leute und wolle was und der zwei netz so gut ich kann dir ins sagen ach der leon überrascht mich immer wieder nur der hat nun heute also der hat mir ja vor einer weile ist ein bisschen was erzählt über sich und ich habe ja auch schon mit seiner familie kennengelernt und nun hat er erzählt dass seine familie zum großteil ausreißen will und dann hat er gesagt er will nicht kriminalistisches mehr machen ach will alles nur noch auf ehrlich und harter arbeit als wirtschaften und dann habe ich gefragt was er denn so gemacht hat aber da habe ich keine richtige antwort drauf gekriegt und sei ganz familie will ausreißen wohin dann ja ich weiß nicht auf jeden fall der bruder mit dem dem heute früh kennengelernt haben wohl oder wortest du großkoschen ich weiß es nicht hast du abgeschlossen ist du bist du ach guck jetzt wieder offen das letzte mal hierzu hier dann stand auch noch ein auto im weg die stimmt jetzt ruft er werden an das handy macht mich fertig ja wo seid ihr gerade auch das handy macht nicht fertig kannst du mich noch hören ja klar okay gut dann ja egal ja wir sind am anglersteg ich hab dir gerade eine sms geschrieben ach ihr seid ja ja was öff die anderen fangen mir meine ganzen guten fische weg ja angeht ihr noch ein bisschen das kann sein weiß ich nicht wir haben gerade erst angefangen ach so ja sonst komme ich vorbei ja ne macht es doch ja ja wie ist eigentlich die überraschung so gelungen mit dem auto welche überraschung ja dass ich dir ein auto gekauft ja ich war sehr überrascht ich habe schon gedacht du willst mich entführen wieso sollte ich dich denn entführen da weiß ich auch nicht hat war eine riesen überraschung aber trotzdem schade dass du dein lieblings alte dafür verkauft hast ja gut mit dem auto habe ich eben gemacht also verkauft das ich habe mich sehr gefreut wirklich ja gut ich frag mal beim autohändler was ich für den kare kare bekommen würde ich bin ja früher aber schweres gerät gefahren ob du da vielleicht auch lkw fahrt das weiß ich nicht ilse weißt du ob sie vielleicht jemand gibt bei dem man als lkw fahrer bis sie geld verdienen ja ja gibt es im süden im süden ja ja das da war ich schon mal der fährt hat so riesig große lkw ist da kann man lkw fahren ich habe es nicht ausprobiert weil das war mir so groß wirst du das wollen als ich den herrn lkw gesucht habe ach so und da kann man da wenn man da hingeht kann man sagen hier zu ich kann lkw fahren gebe sie mir was und ich springe das woanders hin ja der gibt ja dann auch in lkw den kannst du dann nützen ja ja auch das ist ja aber musste da nicht vorher erstmal noch den führerschein machen den langen ja da kannst du mal leon fragen wie man das macht der kennt sich damit besser aus wieso der leon hat für uns also ich weiß nicht ob auch für den herbert aber auf jeden fall muss der leon irgendwie für mich eine briefung abgelegt haben oder der hat dem fahrschullehrer gesagt dass ich gut autofahren kann auf jeden fall hat der leon für mich ein führerschein mit dabei gehabt ein longterm führerschein das ist ja und er hat ich weiß nicht keine prüfung machen nein ich gehe davon aus dass entweder hat der leon die prüfung gemacht oder der hat dem halt erzählt wie gut ich autofahren kann und dann hat der fahrschullehrer gesagt ja das kann ich mir schon vorstellen und hat dem ein führerschein gegeben für mich ja ich glaube genau so war das wie du zuletzt gesagt hast das ist nicht wahr er wird ja nicht die prüfung für dich machen können aber dass er mir das erzählt hat das kann ich mir schon gut vorstellen das war auf jeden fall eine überraschung sage ich dir also wollt ihr euch denn mal angucken den führerschein ja zeig mal guck Henrietta ui der ist schön der ist wirklich schön Harald möchtest du den auch mal sehen ah ja gleich wenn ich das gefangen habe ich schalte dir einfach vor die Neuse ach so das ist natürlich eine Möglichkeit du musst eh nicht sehen welchen Fisch du da fängst ach so sehe also hier die Führerscheine aus steht auf San Andreas die sind schöner kommt der Leon jetzt hierher der Leon hat mir gerade geschrieben dass er nicht mehr kommt er hat irgendwie mit den Augenprobleme dann tun die Augen heute so weh ach je der Arme Mei Henrietta wir haben da welchen Synchronität bei uns ich finde sowieso wir drei sehen hier total gut aus ja das stimmt allerdings aber wir sehen nicht nur hier gut aus wir sehen immer gut aus da hast du natürlich recht wie ein studiert also mit ein bisschen geplaudert macht mir das Angeln auch Spaß das sag ich euch ah ja da kannst du ja auch das freut mich da hast du dann immer so Möglichkeiten hier sich zu unterhalten ja ja das mit den Fischen das ist auch viel schöner musst du nicht so andauernd hin und her springen die Hühner sind ja auch verdammt schnell muss ich ja sagen und laut sind die vor allen Dingen und laut und wenn die sich unter dem Auto verstecke das ist auch ganz furchtbar ja dann musst du die da wieder rausziehen sonst überfährst du die ja das will ja auch gehen die Fische die sind auch sehr sehr still ja ja die sind sehr sehr angenehm die Fische ja ja ach so wollen wir morgen eigentlich ach nee morgen 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 mit der A treffe ne ja ja wollten wir eigentlich da ist der Herbert dann aber A mit den Beinen ne ja ja ich wollte vielleicht morgen früh noch ein bisschen schaffen gehen aber das kommt auch darauf an wann ich wach werde ja ja ich muss also nicht anschaffen gehen sondern schaffe schaffe das habe ich natürlich verstanden ich muss mal bei mir im äh immer auf dem Hotelzimmer erstmal bügeln noch ein bisschen Haus noch ein bisschen aufräumen scheiße ja stimmt das muss ich auch ich habe vorhin noch Wäsche aufgehängt bevor wir bevor wir rausgekommen sind aus dem Hotel gut dass ich das dann nachher nicht noch machen muss das habe ich glatt vergessen ei 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 na das ist aber schon wichtig ja sonst stinkst du nachher so rum ich hab ja auch noch Klamotten süß nicht aber man kann ja trotzdem seine Lieblingssachen mal waschen das wäre schon gut ich finde es auch immer ganz gut wenn man dann wenn man das was man gerne anzieht auch immer zur Auswahl ja es gibt manchmal Tage na oder Wochen da habe ich gefühlt immer dasselbe an aber es ist immer frisch gewaschen weil es einfach so bequem ist ja ich kannte mal jemanden der hat sich in der Hose gefunden hat die ihm gut gepasst hat da hat er immer 5 Stück davon gekauft und ich dachte schon mit meinen zweimal denselben Bulli und dreimal dieselbe Hose wäre verrückt na ich habe sogar zweimal dasselbe paar Schuhe weil es mir so gut gefallen hat ach ne ja immer will es ja nie mehr wenn es mal nass wird oder so ja da muss man schon ab und zu mal Schuhe wechseln können wenn man zum Beispiel in See fällt meinst du ne das passiert ja immer bloß im Leon das stimmt habt ihr eigentlich habt ihr eigentlich in dem Lesnet da jetzt sehe ob es da vielleicht irgendwelche Freizeitangebote gibt vielleicht du ich habe mir das noch gar nicht genau angeguckt ich habe jetzt erstmal nur ein sehr genau ach so vielleicht gibt es da ja auch so Kneipe die mal irgendwo oder so irgendwas wo so mal Billiardspiele können tun könnte ja das gucke ich mir im Hotel nochmal an vor dem Schlafen gehen weil hat der eine nicht letztens gesagt da kriegt man ganz viel gesagt was wo los ist und so welche Orte angesagt sind ja das war der Kumpel vom Leon der russische ach da hatte ich das her genau der mit dem Oldtimer ja genau der der ist ausgereist der ist ausgereist ja ich sag doch nur weil ein bisschen Schnee liegt reisen die alle aus also ganz ehrlich ich verstehe das nicht ach die Fliege in Süde wahrscheinlich und dann kommen die wieder zurück wenn das Sommer wieder angebrochen ist ja aber bei dem russischen Herrn könnte ich mir vorstellen dass es ihm zu wenig Schnee war ich meine wenn man bedenkt wie viel Schnee in Russland und in Moskau immer fällt im Winter hat er nicht gesagt der kommt aus Moskau ja er hat er gesagt er hat auch den Stadtteil genannt aber ich habe ihn vergessen ach so ja 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 da müssen wir den Herbert frage denkst du was er hat sich das gemacht hat was der russische was der russische Mann gemacht hat ne der war irgendwie mit dem Leon verwandt weil das war alles eine Familie nein 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 der hat dem Leon doch seinen Oldtimer geschenkt ach ja stimmt der hat dem Leon den Oldtimer geschenkt ach ja stimmt ja wieso verkauft er den den nicht das ist ne gute Idee eigentlich ne vielleicht verrat er den bis der wieder zurück kommt das kann natürlich auch sein das kann natürlich auch sein ja ja oder er schenkt den Herbert wundern der hat mich nicht ja mich auch nicht ich finde es übertrieben so viel muss er den Herbert nicht schenken ganz ehrlich nicht ne der soll er lieber uns noch ein Auto schenken oder mir oder dir ich habe ja auch die Papiere jetzt nicht für den Puffalo die hat er dir nicht gegeben ne den hat er glaube ich vergessen oh wei ja aber ich will jetzt auch nicht so danach fragen da sieht es ja aus als welchen nur welchen Geld ach ne und wenn du ihm die 13 die die ne wie viel waren es die 11.000 nochmal wieder gibst dann sieht das doch nicht mehr so aus die gäbe ich denn nicht wieder die hat er doch schon vergessen da hast du allerdings recht und wir haben ja festgestellt dass er Mary Poppins ist da hat er noch genug eben wer dem Herbert ständig irgendwie Geld sich stecken kann und das war mehr als 11.000 und Autos kaufen kann der braucht es nicht ei weischte das ist ja fast so wie damals bei dem ah hier der der Opa von dem einen da wo der erzählt hat der geht immer Kaffee trinken und der hat so ein Bekannte und der ist total allein und der gibt ihm immer den Kaffee aus und so weiter vielleicht haben Leute manche Leute haben halt einfach das Geld ne ja aber das ist man muss es ja nicht um sich werfen ich hab ja auch nicht gegen großzügige Menschen aber das ist aber auch gefährlich ja eben das kriegt ja jeder mit und dann stell dir mal vor der hat Geld ja ja genau ja und dann steht dann plötzlich hinter einer Ecke einer und dann geht er an der Automat und dann kommt er um die Ecke und sagt hin du und weg ist alles Geld na besser alles Geld als alles Leben ne ja das ist Geld ist ja auch nicht so wertvoll wie das Leben nein man kann alles aufsetzen nur das eigene Leben nicht Alter fällt mir eigentlich ein haben die hier in der Stadt eigentlich ein Karneval weiß ich nicht du das weiß ich nicht das finden wir aber bestimmt überlässchen das gibt es doch mir bestimmt nicht hat nicht irgendjemand gesagt das wäre in der Nähe als man wohin fahren wollte da hat jemand gesagt das wäre in der Nähe vom Maskelade gibt es hier dann auch so einen Karneval wo man sich verkleidet tut na ich hab ja eine Maske die hab ich mir mit dem Leon zusammen gekauft die hab ich aber oben im Auto die hab ich jetzt nicht dabei so wie der Leon der hat doch letztens auch so einen bingere Anzug angehabt und dann so so was war das was war das der streckt so die Zunge raus das sah so niedlich aus da haben wir uns das gekauft ach ist das das sieht wirklich sehr niedlich aus das sah aber auch sehr lustig aus das spart die ganze Zeit machen ach und da gibt's da lauft da könnt ihr dann im partner look dann rumlaufen garneval ja genau das war der Plan ich hab die eigentlich ich hab die gesehen und dachte mir ich glaub ich hab ein Auto ehrlich ich hab nicht ich hab auch nicht naja selbst wenn es kann doch auch noch jemand hier spät abends angeln kommen so wie mir ach ja ja oder dem Leon geht's mittlerweile wieder besser und er ist noch offen weg zu uns weißt du ja alles nicht naja wenn uns jemand ausreibt ich hab eh nicht so viel dabei ich hab jede menge fische ja fische aber fische kannst du auch wieder neu angeln da hast du recht und es wird schon nicht passieren wir sind ja auch zu dritt ja und wir reden im Moment und wir reden im Moment das sieht selber aus wie Verbrecher mit den dunklen Sachen das stimmt und da verrate ich euch gleich noch was ich hab auch eine Pistole hinten in der Jacke drin stecken ach wei ey was du hast eine Pistole ja der Leon hat ein Herbert ein Herbert ich betone es noch immer ein Herbert und mir eine Pistole geschenkt mir zur Selbstverteidigung und ein Herbert weiß ich nicht vielleicht weil er gejammert hat aber und das muss ich auch gleich sagen ich hab mir einen Waffenschein noch dazu geholt ach so du hast einen Waffenschein ja ne ich mach das nicht illegalistisch ach das ich ich wollte schon grad fahren ich wollte schon grad fragen ob du einen Waffenschein hast weil du hast doch gesagt ohne Waffenschein mache ich das nicht das kann ich noch ja ja eben ne und der Leon hat die mir geschenkt und dann wollten die zum Barbier Barbier ne ne ich kann das nicht aussprechen ja ja genau und naja dann bin ich nochmal dahin gefahren und hab mit dem jungen Mann dort geredet und dann hat er gesagt ja da brauchen sie einen Waffenschein den können sie hier bei mir bekommen und da musste ich 5000 Dollar bezahlen Ui das ist aber teuer ja ja das ist ja eine Menge Geld dann hat er meine Eignung hat er gesagt prüft er jetzt meine persönliche und so ja und dann habe ich einen Waffenschein bekommen ach so und wo macht man so einen Waffenschein das kannst du bei dort wo mit das Autohaus ist wo wir vorhin waren da geh ich ihn über ist doch das Amunation und dort kannst du den bei dem Amunation ja ja du überlegst doch nicht etwa dir eine Waffe anzuschaffen Harald na noch nicht wie noch man weiß ja nicht was so passiert na ich hoffe es passiert nicht ich will das Ding auch nie benutzen müssen aber ich hab sie halt einfach mal gekriegt ne und da dachte ich illegalistisch machst du das nicht wirst du dich nochmal testen lassen von dem jungen Mann ja und dann hat er mir den Waffenschein gegeben aber benutzen will ich das Ding nicht also vorher renne ich glaube ich lieber weg ich will das jetzt auch nicht benutzen aber man weiß ja nie in was für Situationen man hier kommen kann eben und manchmal ist man ja auch alleine unterwegs und gerade als Frau ne ich frage mich ob die ach so ein hier wie heißt denn das so ein Elektroschocker Dings haben das haben das nennen sie so einen Tatser ja genau so ein Tatser so ein Tatser so ein Tatser so ein Tatser und sagte das haben die Polizisten noch ja aber das ist das tut ja niemanden umbringen und da zappelt man nur ein bisschen glaube ich und das tut dann schon ein bisschen weh na ja aber ob mädte man pinkeln sich dafür nein Nandstrom ist aber nicht so gut wenn man zum Beispiel jetzt einen Herzschrittmacher hat oder so ja aber weißt du die meisten mit Herzschrittmacher sind jetzt auch nett die Leute die rumgehen und Leute ausrauben oder so es sei denn sie heißen Herbert es sei denn sie heißen Herbert da hast recht aber das ist ja auch so ein bisschen problematisch mit dem Herbert ja ich hab den schon gern den Herbert ne aber manchmal ist er schon ein bisschen anstrengend manchmal muss man ganz schön auf ihn aufpassen und mir einfach seinen Namen sehr laut sagen bis er reagiert ich hab gehört das funktioniert also ich hab das Gefühl das funktioniert manchmal wirklich da sag ich dann Herbert 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 und dann hört er manchmal ja ich glaub auch dass das funktioniert tatsächlich ich glaub aber das liegt daran dass er auch schon ein bisschen älter ist der hört ja auch nicht mehr so gut und der junge Mann also der ältere Herr den du grad getroffen hast Herr Rietta der Oskar der Oskar hieß er ja ich glaub der Oskar war der Name na vielleicht sind wir den ja auch nochmal vielleicht wäre das ja auch ein Kumpel für den Herbert das stimmt das wäre eine super Idee vielleicht angelt der ja auch gern die müssen wir da nur wieder finden nö wir müssen einfach nach jemanden gucken da genauso aussieht wie der Herbert ja das stimmt natürlich aber die Stadt ist jetzt nicht so klein ne das stimmt aber die meisten sind doch tatsächlich immer am Stadtberg unterwegs da hast du recht da sollten wir morgen dann nochmal schauen oder vielleicht was ist denn vielleicht hat der es gibt ja auch viele alte Leute die ich mein wir sind ja jetzt auch nicht die Jüngste aber wir sind ja auch mit dem Smartphone da unterwegs und ich glaub vielleicht ist der Oskar ja auch so ein fitte 80er ich hätte ihn einfach mal nach seiner Telefonnummer fragen sollen vielleicht hat er ja auch dieses wir können ja auch bei Lesnet mal gucken das mein dich vielleicht ist der ja auch in dem Nasen Ding da da können wir auch mal schauen oh das mach ich gleich im Hotel da schau ich mal no und vielleicht ab einem gewissen Alter denke ich fast ist das so der Stil der Mose trägt no das kann sein dass sie zu der Zeit einfach solche Sachen getragen haben auf jeden Fall könnte man da mal nach einer Bar suchen wo es vielleicht immer ein Whisky oder was gibt ich hab schon so lange kein Whisky mehr und das wär auch was ja vielleicht gibt es hier ja so also ich weiß nicht das Schickimicki Ding da mit den Leuchtneonröhren das fand ich echt wie das war ein BUFF ich sag es dir ah ein BUFF mit Postikofiten hat sie gesagt mit Postikofiten ja das sah man doch schon an der Außenbeleuchtung ich dachte das wär ein Tanzladen tatsächlich ja wo die Mädels nackt tanzen das hab ich mal in einem Film gesehen ach so stripp dies nur gar ist denn das nicht alt? na das weiß ich nicht dann müsste man sie mal fragen no die frühen bestimmt wenn sie so knapp angezogen sind also stripp dies Lokal aber von außen sah das jetzt echt wie nett aus das sah aus wie so neumodisch Disco wir brauchen eher sowas wo du dich an den Tisch setzen kannst dann bestellst du ein Bier oder ein Whisky oder irisch was anderes und dann da raucht man zusammen sitzt zusammen und spielt Karte ja das wär schön oder man unterhält sich einfach nur und spielt Karte ist halb sache mal so ein bisschen in einer gemütlichen Runde no ah ja aber so tanze ich weiß ja nicht da ich hätte halt ganz gern einfach nur mal wieder irgendwo gepflegt ein Bier trinke und dabei einfach nur Musik höre und sich unterhalte da finden wir doch bestimmt was bei Lesnet müssen wir bloß ein bisschen suchen no ach aber die Leute ja die hören immer so komische Musik ja vielleicht ist das ja so wie ja da hört immer alles teuer ja ja ich weiß trotz sagen es ist immer alles teuer und dabei hat er noch so viel Geld meinst du sein Radio ist kaputt ich glaub ja wenn ich jetzt bei mir im Auto einsteigen ich hab das Radio ausgemacht da kommt gar nichts mehr bei mir auch nicht die Radiosender die waren alle zu ja die haben alle so ein bisschen gestört und da hat man nichts mehr verstanden im Nachhinein na ich hab schon letztens mit Herbert geredet und wir mochten sie ja beide große Schlammsteinfans tatsächlich Schlammstein? ja ja und Schlümpf Schlümpf? ja Schlümpf wie ist denn ein Lied von dem Schlümpf? 1, 2, Eckstein ach alles muss versteckt sein ja ja genau von denen nicht Aure auf ich fresse dich ja genau das ist das ja ja na und von Schlammsteiner ich weiß ich könnte ein werden Ja, die Trümpfe. Aber von Schlammstein ist ja 8 Liter. Ich weiß, ich könnte ein Bengel sein. Ja, ja, genau. Das ist von Schlammstein. Ja. Eieiei. Na ja, aber ich habe schon denselben Musikgeschmack. Das ist erschreckend. Ich höre ja ganz gern... Ach, wie heiße die noch? Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Die Schleckdich-Boys fand ich früher immer ganz gut. Die Schleckdich-Boys? Ja. Ja, das sagt mir auch was. Ja, ja. Ich glaube, die hat meine Enkelin auch gehört eine Weile. Eichstaffel. Ja, aber wenn es gute Musik ist, ist man doch niemals dafür zu jung. Oder zu alt. Oder das, ja. Ich habe ja früher immer gern Krain-Schlabien gehört. Ne, die kenne ich gar nicht. Die hast du wohl immer heimlich gehört, ohne mich. Na, nicht bei dir. Die habe ich immer nur mit dem Kopfhörer gehört. Ach so. Die haben so... Die machen so... Die machen so Melodik-Medal. Und noche Forellen. Das geht ja die Beise heute an. Na, das hoffe ich, dass sie das tun. Nun können wir sie ja nicht rausholen. Ich bin trotzdem wirklich froh, dass wir hier gelandet sind. Ja, ist manchmal ein bisschen stressig, aber nicht eigentlich auch. Ja, aber das ist doch so ein Neuanfang immer. Dafür können wir unsere Freiheit genießen. Solange aufbleiben, wie wir wollen und machen, was wir wollen. Das ist schon schön. Ähm, jetzt stell dir mal vor, wir hätten im Heim zu jemandem gesagt, es ist um 11 Uhr, wir gehen noch angeln. Die hätten uns doch für verrückt erklärt. Ja, das stimmt allerdings. Und ein Auto hätten wir da auch nie wieder gefahren. Nee, das war ja immer alles zu gefährlich, haben sie gesagt. Und die haben dir noch nicht mal die Messer gegönnt. Jetzt hast du sogar eine Pistole. Ja, ja, wenn der Dimo das wüsste, du ich sage dir. Dann würde der wieder wie ein aufgescheuchtes Huhn über den Flur rennen. Nun, dann würde er wieder sagen, Frau Schneidergacker, das ist alles unsicher. Das können Sie nicht machen. Frau Schneidergacker, jetzt wieder setzen Sie sich doch nicht mehr mit den Regeln. Oh, ei, ei, ei. Ich glaube, ich muss gleich mal ein Süppchen trinken. Mir wird ein wenig kalt. Aber den Fisch, den fange ich noch. Na, den kriegst du noch. Sobald dicker Fischstände da an der Leine hast. Das sind die besten, die dicken. Ja, da ist wenigstens was dran. Ei, ich habe einen Hecht. Ei, na, halt einen guten Fisch. Gut, na, du bist auch ein Hecht. Ei, danke schön. Ah, das tut gut. Ja, ja, so ein heißes Süppchen tut immer gut, gerade bei dem Wetter. Die Öl ist halt ein wenig unnötig. Ich mag das auch, ich mag das tatsächlich immer viel, also einfach nur so rumstehen, ein bisschen quatschen. Ich habe gerade drüber nachgedacht, na, solche Momente mag ich auch sehr, sehr gern. Einfach nur so ein bisschen zusammenstehen, ein bisschen quasseln und gut die Seele baumeln lassen. Ah ja, also vielleicht schlicht es auch da dran. Und wenn man mal nicht so jemanden dabei hat, der so Stress macht, ist das so ganz angenehm. Ja, aber wobei der Herbert fällt jetzt schon ein bisschen so in der Runde noch. Ah ja, wenn der jetzt A noch dabei wäre, da könnte man jetzt, wohl der hat doch immer Hummel nummer Arsch. Der 92 und der hat Kairo. Dabei heißen wir Hummelberg und nicht der. Genau. Na, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Herbert das jetzt auch gefallen wäre. Ich denke, A. Manchmal mag er ja auch gerne wohl. Ja, ja. Aber selten. Meistens mag er ja Action. Vielleicht liegt das ja daran, dass er merkt, dass er nicht mehr so lange hat und dass er noch ein bisschen was erleben möchte vorher. Das kann natürlich sein, oder? Viele Leute mit ins Unterverderben stürzen. Na, ins Verderben stürzen würde ich jetzt nicht sagen. Der will einfach nur Spaß haben, ne? Ja, so die Zeit, die ihm noch bleibt, gut nützen, ne? Mir reicht das ja, wenn ich mit dir Spaß habe, Harald. Oh, das ist aber so schön, ne? Und Action. Ah ja, aber wir finden ja auch sehr... Ja, seid ja noch ganz schön wild, ne? Ah ja. Was habe ich ja auch mit der Ilse? Nun halt anders. Ja, anderen Spaß. Alles andere machen wir nicht. Aber wenn man dann... Ach, mir fällt gerade ein, apropos Spaß. Wenn wir dann so einen eigenen Haus haben. Dies brach ja dann auch drei Schlafzimmer. Ja gut, ich meine, ganz ehrlich, zur Not kann der Herbert auf den Sofa schlafen. Ah ja, der Herr wird schon. So, ich habe genug Fische jetzt. Ja. Bei mir ist die Schnur bar margerisse. Bei mir wurde ich auch wieder zu rammelt. Ja, dann angelt ihr mal noch ein bisschen. Ja, dann angelt ihr mal noch ein bisschen. Es glüht ja ein wenig. Ja, dann um zu gucken, was das ist. Ist das Ascheangeln dann? Ja, Asche anlocken, finde Fische. Ein Ascheköder. Das klingt gefährlich. Ich hatte das schon aber ziemlich leer, muss ich gestehen. So, vielleicht kriegen wir hier jetzt noch einen Fisch. So, vielleicht passt noch einer in den Top. So, werden wir jetzt sehen. Also, meine Tasche und meine Töpfchen sind jetzt auch voll. Na, da bin ich ja gespannt, wie viel wir dafür kriegen. Nicht auch, das sage ich dir. Ach, einer hat noch gepasst. Passt jetzt noch einer oder bist du... Na, ich glaube, noch einer passt, ne, drei. Ne, ich glaube, ist voll. Dann machen wir los, oder? Ja. Auf geht's. Ich muss aber auch noch schnelles Sippchen essen. Ja, macht noch jemanden Wässersche oder ein Kaffee dabei. Ah ja. Ich habe noch feste Nahrung dabei. Ich habe nur eine Suppe. Vielleicht... Vielleicht... Ich habe noch irgendwo halten. Ja. Wo ich was zu essen? Wenn du mal in meinen Koffer an guckst, da ist ein Tequila Sunrise. Den kannst du ja mehr nehmen, wenn du möchtest. Ach, nöger. Du hast ein Tequila Sunrise. So was hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, ja. Es ist ein sehr schönes Auto, da sitzt man richtig gut drin. Ja, und man kann einfach so durchrutschen. Da ist so viel Platz. Ach, der war lecker. Das habe ich ja schon lange nicht mehr. Sind wir startklar? Startklar. Ich schnall mich gerade nur noch mal an. Ja, nicht, dass du dir jetzt den Tequila Sunrise überschützt. Das wollen wir ja nicht. Na, der ist aber lecker. Das ist lecker, ne? Ja, ja. 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 Braucht man eigentlich so einen Long-Derm-Führerschein, wenn man sich selber ein Auto kaufen möchte, hier? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist denen egal. Wie, das ist denen egal? Na, den Autoverkäufern, die wollen doch auch bloß Geld machen. Ah ja, da hast du recht. Aber du hast ja gesagt, der Polizist hat dir gesagt, du kannst so lange fahren damit, wie du möchtest. Ja, ja, das war, das ist schon ein bisschen her. Ah ja, gut. Du hast ja jetzt ein Festel, jetzt brauchst du auch keinen anderen mehr, ne? Nein, jetzt brauch ich keinen anderen mehr. Aber damals hat mir der Polizist gesagt, bis sie bei der Fahrschule waren, können sie mit dem fahren. Ah ja. Dann werde ich mal die Tage vielleicht mal nachhorchen, wie man denn so einen Führerschein machen kann. Na, oder du brauchst halt wirklich mal den Leon. Oder ich frage mal den Leon, ja. Ob der Ernst auch so einen machen kann. Ja, ich weiß halt nicht, wie schwer das gemacht wird. Vielleicht kann er für uns ja auch noch ein gutes Wort einlegen bei dem Leon. Ja, dann müsste man einfach mal fragen, dass der Fahrlehrer da oder das Fahrschulamt uns dann halt, ach, einen ausstellt. Ich meine, wir fahren ja jetzt schon eine Zeit lang unfallfrei. Also, fast. Na, so gut wie. Die meisten Unfälle baut jeder Herbert und der hat ja einen. Ja, das bringt's, siehste. Der hat einen und das sagt eigentlich auch nichts aus. Es tut mir leid, ich schalte wirklich immer an jeder Stoppstraße an. Hier ist das zu unendlich. Dann müssen wir ja nach Norden. Ja, auch. Ich übersehe die Schilder nur leider manchmal. Ja, ja. Das kann leicht passieren, ja. Muss man immer ganz genau aufpassen. Die müssten eigentlich leuchten oder so. Ja, als Fahrer hat man auch immer noch mal einen anderen Überblick, ne. Bringen wir denn jetzt nur noch die Fische weg und gehen dann hin zum Hotel? Ja, so habe ich gedacht. Ich würde sagen, ja. Fische wegbringen, dann nochmal schnell zur Bank, damit wir das nicht alles in den Taschen haben, ne. Ja. Und dann ins Hotel, ja, ja. Ich glaube, bei der einen Tankstelle war doch ein Automat, oder? Ja, notfalls ist er gleich am Parkplatz, unten am Stadtpark, auch immer. Ja, aber da sind so viele Leute, da würde ich lieber hier mein Geld noch wegführen. Ah, ja. Ja, wenn ihr einen seht, dann könnt ihr dann einfach schreien, ne. Da eben an der Tankstelle, da glaube ich, ist ein Automat. Ja, dann fahren wir dort dann hin, ja. Ah, ja, und dann kommen wir direkt zum Hotel und dann gehen wir ins Bett. So machen wir das. Ich bin jetzt auch schon sehr müde. Und dann gehen wir ins Bett. Genau. So machen wir das, also machen wir das. Und dann sprechen wir das hier. Guten Tag junger Mann. Guten Abend. Ei, Sie müssen auch... Na, Sie haben eine dicke Mütze. So, wo kriege ich denn mal so eine Jagd wie Sie da haben? Ei, hier könnte man auch gut Müll sammeln. Ach nee, das sind ja gar nicht die. Alle bereit? Auf geht's. Bereit. Ich glaube hier in dem Laden rechts ist auch schon ein Bankgerät. Na, wir kennen ja zur Tankstelle fahren, oder? Also wenn du hier links wärst und dann auf der rechten Seite wärst. Na, dann lass uns zur Tankstelle fahren. Ja, aber dann kann der Harald sich noch was holen, zu essen nachdem. Aber das ist doch ein Kleidungsladen hier drieben. Nee, bei der Tankstelle kann ich auch was zum Essen holen und was zum Trinken. Nee, da hast du recht, ja. Nee, dann lass uns zur Tankstelle fahren. So, ich hab mal ein Bonbon im Mund gesteckt, wie ich den Hals schmerze oder wie ich den Hals krummelde. Wenn ich jetzt ein bisschen anders spreche, du, ne? Na, bin ich jetzt vorbei gefahren? Na? Henrietta? Nein, noch nicht. Du musst noch weiter geradeaus. Na, du fährst in die richtige Richtung. Ah ja, ich hab mir das jetzt nämlich nicht auf der Karte angeguckt. Ne, die siehst du gleich auf der linken Seite. Ach, da vorn ist sie ja. Ich seh sie schon. Ei, ei, ei. Aber man muss schon sagen, in ne schöne Gegend ist das schon hier, ne? Das ist sie ja. Ach ne, da kann ich gar nicht abbiegen hier. Und da kannst du gleich abbiegen, musst du da ein Stückchen noch fahren. Wenn das geht. Oder wir müssen weiter fahren. Weil ich seh hier nicht zum Abbiegen tatsächlich. Nee, da hast du recht. Ach, dann, dann hab ich mich geirrt. Der Herbert, ich glaub, der Herbert ist einfach rüber gefahren. Ja, nee, das mach ich nicht. Das war, als ich die Zuckung hatte. Ja, nee, wir finden schon noch einen auf dem Weg. Da sind doch noch ein paar Einkaufsmöglichkeiten. Ah ja, und bei der Tankstelle hast du ja eigentlich immer so ein Geldautomate in der Tankstelle. Ja. 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 Nee, hier im Baum hat auch keiner. Ach, hier sind wir. Musst du vielleicht auch tanken? Ja, das mache ich auch gleich mit. Dann muss ich morgen nicht gleich wieder los. Henrietta? Henrietta? Wo will sie da hin? Wie schlecht erspricht du? Wie schlecht erspricht du? Ich habe mir jetzt mal ein Bier gekauft. Ei, 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 das kann ich nachher im Hotelzimmer noch trinken. Dann trinkst du ganz alleine Bier? Na, ab und zu, wenn ich mal ein bisschen Appetit habe schon, ja, ja. Aber nur eins, ne? Manchmal auch bloß ein halbes, weil ich das nicht schaffe, ganzes. Das verstehe ich. Guck mal, die Häuser da hinten. Die da. Die sind niedlich, ne? Ja. Und die sehen unbewohnt aus. Und die sehen unbewohnt aus. Das ist natürlich ein schöner Platz. Aber da passen wir, glaube ich, nicht alle zusammen in ein Haus. Ne, aber wenn wir Beete nebeneinander nehmen würden, würde es auch gehen. Und das ist der auch schön. Dann hast du hier die Tankstelle von der Tür. Aber wer muss denn mit dem Himmel wohnen? Mit der und der Leon, die sind doch sowieso schon fast verliebt. Meinst du, man kann sich die Häuser anschauen jetzt? Ne, anscheinlich. Da müssen wir einen Termin mit einer Möchlerin machen. Ja. Ach guck, das sind sogar drei. Da könnte Herbert auch ein eigenes nehmen. Ja. 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 Scheine. Ja. Er ist scheinbar es und könnte derцу vor. Ja. Wir- ja. Nein, da müssen wir einen Termin machen, die haben doch jetzt, die schließen das doch nicht auf. Es gibt ja manchmal auch so Oberhausturen. Wo willst du da hin? Ich weiß es nicht. Schatz! Aber schön sind die hier schon, die kleinen Häusel. Ja, was steht denn hier dran? Ist das auch zum Verkaufen? Das müssen wir uns merken und dann müssen wir bei Lesnet mal nach einer Maklerin suchen und fragen, was das kostet. Ein Forend, ne? Na ja, man könnte ja mal anrufen. Und erst mal hätte ich da ein Neonzeichen wollen, ob dem das auch taugt. Ich meine, es ist kein Pool dabei, ne? Das stimmt natürlich. Aber du musst in der Schweiz laufen, um was zu essen zu kriegen. Das ist ja gleich hier drüben. Und ein Tank, da kann man ja auch. Und still ist es hier auch noch. Ah ja, nicht so wie in der Stadt. Ja, da reden wir morgen noch mal drüber. Vielleicht ist es gar nicht so durch. Ah ja. Und wenn wir drei Häuseln hätten, da hätte jeder eins, ihr zwei, der Leon, ich und der Herbert. Ah ja. Ach guck, die Polizei hat hier auch. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, da könnte man hier parken. Ja, ja, da passiert nichts. Ja, Parkplätze wären auch genug. Gerade weil Leon doch Autos sammelt, ne? Ja, da ist ein Riesenhof. Na ja, es ist schon nicht ganz schlecht. Die sind bestimmt auch nicht so teuer. Ah ja, die sind ja auch ab vorm Schuss, da will doch keiner wohnen. Also keiner so wie wir. Das stimmt. Ja, man muss ja auch nicht immer den ganzen Stress überall haben. Ah ja, und wenn die Leute auf den Sack gehen, dann sagst du einfach, weißt du was, ich fahre jetzt nach Hause. Und dann fährst du nach Hause. Ah ja, aber die Häuser da finde ich eigentlich sehr schön. Die sind ganz niedlich. Ja, das ist ganz niedlich und es sind auch gleich drei aneinander. Das ist ein Riesenhof. Eins für der Herbert, eins für uns beide und eins für dich und der Leon. Ja. Da müssen wir mal fahren. Das ein Manko wäre allerdings, dass das Gefängnis hier in der Nähe ist. Ah ja, wenn da mal einer aufbricht, ne? Das ist doch sicher so ein Gefängnis, oder nicht? Ja? Ja. Aber in den Zähnen brichen die auch immer auf. Ach du meinst, Prissenschnake. Ja, ja. Zum Beispiel. Ei, was ist denn, wenn da mal einer ausbricht da? Ja, dann haben die doch rückzug wieder. Ja, die kommen doch bestimmt dann zuerst zu uns. Da sind doch aber so viele Polizisten im Einsatz und gestern war doch auch ein Helikopter hier unter, wenn du willst. Ah ja. Meinst du, da sind wir sicher dann? Ja, oder man könnte vielleicht sogar, also so hart es jetzt klingt, etwas am Preis machen, ne? Dass man sagt, hier, wenn du ein Gefängnis bist. Hm, das stimmt. Das wäre auch eine Idee. Das alte macht halt nicht püff, ne? Es macht eher so pfff. Ja, das stimmt auch. Manchmal macht es auch üiii. Ja. Ach so. Harald, du wolltest doch der Ilse noch zeigen, wie deine CD gemacht hat. Hast du mir doch erzählt. Ah ja. Ich bin ja später gekommen, weil ich da noch so ein bisschen meditieren musste. Äh, meditieren. Und, äh, also so, da haben wir, ich habe auch einen Fluch so CD mit Wahl gemacht. chilling mitgenommen. Ach ja, das wollte ich noch hören, ja, ja. Das ist ganz, ganz angenehm. Da hast du dann so, uuuuuu. Also bei dir hört sich das aber irgendwie an wie ein verletzter Hund. Ah ja, ich habe gerade auch mit dem Hals irgendwie Probleme. Ach so, ja, das stimmt natürlich. Kannst du es nochmal vormachen? Oh, uuu. Das ist doch auch schön entspannend, ne? Ich habe der Ilse schon gesagt, dass du ihr vielleicht die CD mal ausleihen könntest. Das kann ich tun. Ja, da hätte ich mich freuen. Muss man bloß aufpassen, dass man es nicht zu laut macht, sonst ist es so entspannt, dass dem Nachbarn im Nachbarzimmer immer der Bese ausrutscht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich müsste das Auto noch beschließen. Das Moment. Junge Mann, würden Sie bitte das Auto einbrochen? Dankeschön, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Junge Mann, ich muss Ihnen sagen, dass das sehr toll finde, dass Sie hier Tag und Nacht stehen. Ja, das ist... Wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. V.a. ist das auch kein gut bezahlter Beruf, ne? Deswegen muss er ja die ganze Zeit da stehen. Das stimmt. Man nennt mal einen Sitz, könne die sich schleiste. Da kann man schon Mitleid haben, ne? Oder das sind Zwillinge, die das machen vielleicht. Das kann natürlich auch... Auch Zwillinge habe ich heute auch in der Stadt gesehen. Als es dem Herbert nicht gut geht, wo der mit eurem Auto unterwegs war, da sahen auf einmal zwei junge Damen da und die hatten beide blaue Sachen an. Wie Zwillinge. Ein blaues Sache? Und hier gibt es aber viele Zwillinge, glaube ich. Tim, eins und eins. Ich bin ja mal gespannt, vielleicht lasse ich mir jetzt mal ein Bad wachse. Also, wenn man jetzt hier so ein Bad wachse hat, dann kann man das sicherlich jetzt machen lassen, ne? Oh ja, das finde ich schon schick. Du weißt nicht, wir warten gerade mal ein Bad wachse. Also bis jetzt war es mir ja immer zu afwendig, da habe ich immer mich rasiert, aber gerade so entspannt hier. Da habe ich irgendwie keinen Kopf mehr. Aber wenn da so ein Bad wachse ist, dann kann ich mir die Haare so schön schneiden lassen. Ach, das wird schön. Dann brauche ich mich mit Vollbart, wie damals. Du hattest mal ein Vollbart. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja. Ja, das sah schön aus aus dir. Na, hier stehen immer viele Autos vor dir drüber. Ah ja. Das war besser, wenn man einparkt, da hat man wenigstens entsicheren Parkplatz. Das stimmt. Und da kann einem auch niemand das Auto klauen. So, gute Nacht, ihr. Gute Nacht, ihr. Gute Nacht, schlaft schön. Tschö. So. Die Ilse ist wieder zu Hause. Ach ja. Haben wir noch zwei Joints? Dann kriegst du lieber ein Bier jetzt. So. Ganz entspannt machst du das mal. Eieieiei. Die Ilse, die Ilse. Ja. Was ein Tag. Wir waren heute lange, lange, lange unterwegs. Heute Morgen schon unterwegs. Jetzt wieder. Jetzt sind wir wieder in unserem schäbigen Hotelzimmer. Aber so ist es eben. Aller Anfangs hart. Die Ilse hat jetzt ein Auto. Diesen Buffalo. Da müssen wir mal schauen, ob der gute Leon, der Ilse, noch die Papiere dafür geben wird. Weil er hat es ihr ja gekauft eigentlich, das Auto. Sei es wie es sei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für das Dabeisein. Für alle Follows, die heute im Verlauf des Tages reingekommen sind. Also sowohl die heute Morgen als auch die jetzt. Wir sehen uns, denke ich, morgen wieder. Morgen wird auch der gute Herbert wieder mit dabei sein. Denn Herbert war jetzt einfach nur unterwegs. Und sie unterwegs. Ja, We Life geht immer mal vor. So, dann schreiben wir jetzt noch schnell den Leon. Bis morgen Nacht, genau. Ja, vielen Dank, dass du da mal reingeschaut hast. Dankeschön. Bis morgen früh. Die Ilse hat noch schnell ihrem Schatz geschrieben. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.